Alexa Musik stop Alexa Musik stop Alexa Musik stop Was sind denn das alles für Effekte? Ich check's nicht Mhm Mhm Danke Danke Mr. Broncos für Ihren Stream Agent Elite Mais, vielen Dank für deinen Kommentar Tokio war auch ziemlich geil immer Boah das sieht zick aus, das ist Tokio, warum ist Tokio oben orange? So, herzlich Willkommen zu einem schönen langen Minecraft Stream Vorhin ein bisschen Vorhin ein bisschen Schlaf wie Mafia gemacht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, kurz bei WhatsApp angemeldet So, kurz bei WhatsApp angemeldet So, kurz an Deswegen folkt from es So. Ganz klar, würde ich sagen. Dann können wir das Problem, dass sie sich nicht mal die Mühe machen, meinen Arm richtig aufzuspringen. Na, aber Elite Mais ist doch mittlerweile. So. 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 Dann gehen wir ins Café rein, falls jemand mit dem 32-Jährigen reden will. Oh, wenn ich das so sehe, ne? No rest for the wicked. Da habe ich wieder Bock drauf mal. Oh, wo geht Minecraft hier auf? So. Wie gesagt, wir machen uns einen ganz bespannenden Minecraft-Zwingen. Ah, warte mal. Wir könnten bei Philips Hero noch kurz gucken. Das mache ich jetzt an dem Handy. Wir könnten mal kurz gucken. Also ich nicht. Cool. Kein Problem, Elias. Okay, to be honest, sieht Tokio echt nice aus. Ich muss mich schon wieder anmelden. Jetzt wartet mal. Ich gehe mal kurz in die Xbox-App rein. Wie habe ich das damals gemacht? Ich glaube in der Xbox-App. Bin ich da angemeldet? Eigentlich dürfte ich da jetzt nicht angemeldet sein, was sonst? Jo, das sieht ja... Jesus Christ, das sieht ja tausendmal besser aus. Äh, wir konnten uns nicht bei ihrer Microsoft anmelden. Ja, genau. Ich habe schon ein Problem mit ihrem Store-Konto. Genau. Jetzt beheben. So, bestätigen Sie können... Ja, ja, genau. Weiter. So, Kompakt-Modus. Bla, bla, bla. Anmelden. Anmelden. So, jetzt habe ich zwei Metallungen hier, oder? Nein. Weiter. Macht er das automatisch? Mal gucken. Ja, Sunny ist dieser... Es gibt auch mittlerweile diese ganzen Standard-Charaktere. Früher gab es ja nur Steve und Alex. Moment, nicht im weiblich. Und jetzt gibt es... Das haben sie irgendwie vor dem letzten Jahr, oder irgendwann... Weiß ich gar nicht. Vielleicht länger her wahrscheinlich. Haben sie... Jetzt müssen wir neu starten. Haben sie dann mal vorgestellt gehabt... Dass es mehr Standard-Charaktere gibt. So, jetzt melde ich mich einmal an. Das hoffe ich bleibt dann. Schauen wir mal. Okay. Loll. Loll. bem__ das auf. Aber mit mir. Ich crowne mich mal. nicht das auf. Und dann noch mal bitte einwu�, weil die... 弓 Dr. gallier, in dir von diesem jetzt, ich sage schon mal. Kommliche rein und? bitte haben Sie noch absvent, irgendwann mal zubef broadcasten. Bell habe ich Ihnen mal. Ich kann nur noch schnell dir Ruhe Neu. In dann eben閲 Kont dale docenas ¿ Globalheit? Ich seem wieRO, ich mir die Ich kann auch das. lol, das ist ja insane da, M2 Bonkurs, ja, genau so, und das ist dann eine von den Standardcharakteren, glaube ich, die man jetzt immer kriegt dadurch, dass das immer nicht lädt das muss ich eh nochmal rein und raus aber ich glaube, das sollte jetzt klappen das ist immer eigentlich, wenn ich ähm also es ist eigentlich immer nur dann wenn ich diesen Xbox-Ding nicht hatte machen wir mal was lädt ja, nice sehr gut, oh, Phil Peil ist auch oh, Leute, nein wie ich sage, wir machen uns einen schönen Minecraft-Arm würde ich jetzt mal vorschlagen, ne? warum, fragt ihr na, weil na, ich muss weiter machen schnubbel, schnubbel, schnubbel schnubbel, schnubbel schnubbel, schnubbel schnubbel, schnubbel! schnubbel, schnubbel! schnubbel! Is that insane? Ich freue mich in letzter Zeit wieder aktiv am Stream teilhaben zu können. Vielen Dank für Ihre Zeit. Finde ich auch schön, Agent, wirklich. Freut mich. Ey, das sieht echt geil aus, Tokio, gell? Oben rosa und ein blau übel ist insane. So. Mir freut mich wirklich. Also. Ähm. Ich finde es generell schön, natürlich, euch mal zu sehen. Ist einfach, einfach, chillig-müllig. Darfox macht hier ein bisschen Boot-Action sehe ich gerade. Warte. So. Ähm. Fehlt nur noch, es fehlt der Kirschblüten-Umhang. Ah, das ärgert mich so, dass ich den bei der Bedrock Edition nicht habe, gell? Okay. Ähm. Okay. Ähm. Okay. Da, Fox. Hat seine Phase. Ne, warte mal. Späne brauchen wir gerade nicht. Wir müssen den Sand hinten wegmachen. Hä? Hä? Habe ich jetzt gestern nicht angefangen? Ach, hier habe ich angefangen. Jetzt der Echo ist auch wieder am Start. Ja. Hast du Lost gesehen eigentlich die Serie? Maybe. Nein, ich habe die Serie Lost nicht gesehen, aber sie ist natürlich aus einem Begriff. Ja, die gilt ja so mit zu den besten Serien. Also, das ist immer die Frage, was ist die beste Serie, weil jeder hat einen anderen Geschmack, aber wenn man halt immer so, wenn man irgendwelche Rankings in irgendwelchen Shorts oder auf irgendwelchen Rankings von irgendwie hier I am BD, ich schiebe mich tot, bleibe ich ploppen und so sieht. IMDB, IMDB, dann ist die eben mit, also da gibt es immer so die Klassiker, die immer wieder aufploppen. Game of Thrones ist zum Beispiel mittlerweile immer dabei, Breaking Bad ist dabei, Lost ist dabei. Also halt immer wieder die gleichen auftauchenden Dinger heißt. Canon an doch�. Danke, 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 danke. Vielen Dank. 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 Ich habe voll Bock drauf, gell? Also ich habe, glaube ich, ein Thema noch nie. Ich habe diese Shuyoka-Thematik damals so ein bisschen mitverfolgt. Auch nicht so much. Ich habe, das ist ein bisschen mitverfolgt. Das Veröffentlichen. Ja, ja, das ist, also tatsächlich verstehe ich, dass dich das wundert, weil normalerweise drittet mich das ja also gar nicht. Es ist nur, also ich bin so der typische Mensch, wenn ich jemanden, den ich nicht mag, wenn es denen schlecht geht, dann freue ich mich so nach dem Motto, weißt du? Und Unge und Miki TV, die habe ich beide ja gehasst. Oder hasse ich immer noch. Ich habe es von Anfang an gesagt, das sind richtige Quatschgöpfe und die quatschen nur und bleibli blub. Und ich habe ja eben vor Jahren schon, wo noch keiner Unge gehettet hat, wo alle noch gesagt haben, ja, Unge verlieren, blabibli blub und so weiter. Habe ich damals schon gesagt, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Und diese ganzen Sachen, die jetzt hier rauskommen, waren ja genau damals, wo ich es gesagt habe. Ähm. Ich glaube zwar, dass da noch viel mehr dahinter steckt, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch, dass da vieles nicht rauskommen wird. Niemals bei Unge, aber egal. Ähm. Ja, und ich weiß nicht, natürlich, dadurch, dass ich ja doch immer Streamimimi und so mache, weißt du, ist es natürlich schon so, dass Leute ja ab und zu mal ins Team kommen und fragen so, ey, kennst du den YouTuber, Twitter, blabibli blub und so weiter. Und dann redet man halt über so Content Creator. Und viele fragen mich halt auch immer so, wie findest du den, wie findest du das, den, diesen, dumm, dumm. Und ich weiß nicht, wie wir auf Unge damals gekommen sind. Da haben auch immer irgendwas reagiert oder was heißt reagiert, hat darüber eben geredet und schieß mich tot und blabibli blub. Und irgendwie hab ich halt dann damals so erklärt, was ich von dem halte und so weiter und was ich den überhaupt nicht fühle. Und ich irgendwie, irgendwie Morin hab, dass der irgendein, ich kann's ja bis heute nicht erklären. Ich sag, da ist ja noch mehr. Ich kann's ja nicht erklären. Ich hab so ein ganz komisches Gefühl bei denen. Ja, und nachdem das jetzt rauskommt, find ich's voll interessant. Weil es ist ja, also ich find's jetzt theoretisch gar nicht mehr so schlimm, to be honest. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch so alles draußen rauskommt gerade, mittlerweile. Ähm. Äh. Man kann verschiedene nur ein Ding geben, gell? Nur ein Titi-Sack. Ähm. Und. Ich find's so, ja, also, also, teilweise die Aktion so, dass er sich ein zweiter Cont macht und dann auf Twitch da kommentiert, das ist schon, äh, auf X, da, äh, das, da kommentiert und so, das ist schon wild, ja. Aber theoretisch, muss ich ganz ehrlich sein, ist es mir, also theoretisch ist es auch total egal. Es ist, der soll sein Leben leben so, Leben und Leben lassen so nach dem Motto. Ich mein, okay, Leben und Leben lassen ist jetzt schwierig in der Situation, weil er lässt ja andere auch nicht leben, weil er tut ja, ne, also das war zum Beispiel mit, mit Alblali, beziehungsweise jetzt hier mit, ähm, er will nicht Alblali genannt werden, hier mit, mit Vic. Das ist ja, also, er geht ja aktiv auch auf andere Leute und rapet die, so gefühlt, verbal und so weiter und mental und dann find ich, ne, was ich damals auch immer gesagt hab, da sind viele nicht meiner Meinung, ich find, wenn jemand so ein Celebrity ist, ähm, dann ist das, da hatte ich damals, ich glaube mit Phil, ich weiß gar nicht, mit irgendjemandem, da hatte ich da eine Diskussion, also eine konstruktive Diskussion, weil ich gesagt hab, es ist Teil von dem Beruf, ähm, dass man in Öffentlichkeit steht. Ich, für mich ist das, wenn du Schauspieler bist und so weiter, du bekommst gutes Geld, also das, man bekommt ja gutes Geld, also Fußballer, weil, also diese ganzen gut bezahlten Berufe, äh, also jetzt in, in Medien und, 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 und Fußball und so weiter, ne, die sind ja nur, weil eben so viele Leute dich ja gucken und auch nur wegen Werbung, weil die Werbung geschalten werden, keinen, weil es so viele Leute sind und deswegen kriegst du viel Geld. Kein anderer Grund. Ähm, wenn jetzt Fußball, der Nationalsport oder Massensport, wenn die jetzt keine, sagen wir mal, es würde, warum auch immer, Leute würden nicht mehr Fußball gucken, dann würden die, 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 die Sportler kein Geld mehr bekommen. Weil woher kommt denn das Geld? Das kommt hauptsächlich von Werbung, von irgendwelchen Sponsoren. Ähm. Natürlich kommt dann, sind auch andere Geldeinnahmen, das Verkaufspiel und so weiter, aber das, das, das Grundkapital, das Ganze, das Ganze, was angefangen hat, das ist durch Sponsoren, durch, durch, durch Werbung. Ist auch klar, die wirtschaften ja nix. Ist ja nicht so, dass die den Pokal verkaufen können, weil es scheinbar liegt. Na, anyway. Ähm. Noch irgendwas ist mit meinem Hals, ey. Komisch. Auf jeden Fall. Finde ich halt diese Unge-Thematik deswegen so interessant, weil ich eben, wie gesagt, das schon ein bisschen prediktet habe und ich den nicht mag und das finde ich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich höre da echt gern zu und darf man es eigentlich nicht offiziell sagen, aber ich fühle es, dass es Unge mal aufs Maul bekommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl es noch nicht mal, also ich finde es jetzt nicht so krass. Was ich damit sagen will, dass ich es nicht so krass finde, weil ich glaube, dass da noch viel mehr dahinter steckt, das meinte ich mir nicht. Na gut. Gehen wir mal rein, oder? Also, wir haben ja die Ration von Unge schon gesehen, bloß damals, als wir uns die angeschaut haben, gab es keine, also seine, nicht eine Reaction, ja doch, seine Antwort. Es gab halt nur, es gab halt eben nur das Originalvideo. Das finde ich auch interessant, Carina Push exposed Unge, das würde auch interessieren. Aber als erstes würde ich gern Try, Try, Try Max, Unge. Agent, sag doch mal die Lottozahlen voraus, nein, Spaß, aber ich weiß nicht, die haben doch alle irgendwo Dreck am Stecken, ich glaube nicht, dass es viele größere gibt, mehr eine weiße Weste haben, außer du und Kronk natürlich. Ja, also Kronk ist schon, Kronk ist Ehrenmann, gell? Ich finde es wichtig, dass so etwas rauskommt, dafür Zeichenschaft gezogen werden, die sind, ja, richtig, genau, ja, fühle ich, fühle ich. Warte mal, was ist jetzt hier? Statement von Al Blali zu Unges verrückten Auktionen? Das haben wir ja eigentlich, ja, wir hatten das Originalding angeschaut, oder? Wir hatten doch, dachte ich, ja. Unge und sein lächerliches Statement plus Memos, na da, da gehen wir rein, 56 Minuten, Digga. Also du, überleid an alle, die da keinen Bock drauf haben, aber das macht es ja nicht oft, aber da bin ich voll dabei jetzt, wirklich. Und jetzt, Und dann bin ich, Das ist ja nicht so, weil ich es nicht so, immer noch ein paar Mal ist. oder? Und dann bin ich, Das ist ja nicht so, Hallo Pitsi! Wie geht es denn, Pitsi? Braucht man das Bild gar nicht? Ja, ich weiß, theoretisch nicht. Ich meine, das mit dem Vollbild ist ein bisschen nervig, dass wir kein Vollbild haben, aber irgendwie finde ich trotzdem cool. Nicht besser, letzte Woche wurde eine Knochenmarktfunktion gemacht, müssen jetzt noch zwei Wochen circa warten. Oh, Pizzi, was? Ich dachte jetzt nicht, dass es so krass ist. Boah, alles gut hier, gell? Gute Besserung hier. Darf ich fragen, wie alt deine Mom ist? Oh, 56, deine Mom hat sich auch recht spät bekommen. Lol, ah, okay. Mhm. Ja, du bist jetzt 16, gell? Du bist 16 oder 17, irgendwie so. Das heißt, 16 Jahre sein Alter plus 40. Ja, genau. Ja, genau. Und ich bin 32 und meine Mom ist die ist jetzt 71 oder 72. Irgendwie so. Genau, meine Mom hat mich auch ungefähr mit 40 bekommen. Ja, genau. Weil 40, ich bin jetzt, ich bin 32, sagen wir, sie ist 72. Ich glaube, sie ist 71. Ja, genau. Äh, ja, genau. Sie ist 52. Ja, passt. Genau. Ähm. Hat ungefähr gleich bekommen. Ja, genau. Ja, wirklich Pizzi, alles Gute, gell? Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas, du kannst mich jederzeit privat anrufen, gell? Ja, das weißt du, 24, 7, wenn irgendwas ist. Gut, du hast ja deine Schwester, du bist ja nicht ganz allein, aber... Ne, nur das, du weißt es, ja. Hi, Jonas. Was Unger gerade meinte mit, äh, seinem Humor, weil er doch zwecks der Katze so Memes gepostet hat auf Twitter, dass die Katze, äh, ähm, dass die Katze da erschossen wird und so in diesen Memes. Da haben wir ja so... Ah, darauf haben wir ja schon reagiert, haben wir schon gesehen. Totaler Quatsch, er sagt nicht, für was er schuld ist und so weiter. Das ist doch... Er tut eine allgemeine Entschuldigung machen. Totaler Quatsch. Das, das haben wir auch schon gesagt, dass mit dem Hund das reine Schauspieler nicht gefühlt, dass er so darstellen will, wie Tierliefer ist. Weiß das jemand, macht Trimax eigentlich Live-Reactions? Also streamt er gerade? Ist das ein Wort aus dem Stream oder macht er das Off-Stream? Ne, er hat, glaube ich, gerade ein Chat geredet, der macht das On-Stream, gell? Gute Besserung in deiner Tastatur, Jonas. Vielen Dank. 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 Also es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist so, also ich mache zum Beispiel auch immer so die Russenwitze ja über hier, über Vladimir zum Beispiel, ne, wenn er ein Ding ist. Aber das ist jetzt halt, ähm, okay, das ist vielleicht ein schlechter Vergleich, weil es ja theoretisch nicht rassistisch ist. Das ist ja einfach nur wegen der ganzen Thematik, ne, Zwecksding. Aber wenn, jetzt sagen wir mal, ich, äh, Marc zum Beispiel, ihr wisst ja Marc, mit dem ich ganz viel Rainbow gespielt habe, der im Clan war, der super nette Dude. Ähm, der ist mittlerweile auch irgendwie 22, 23, glaube ich. Den ich auch im Rew Life schon getroffen habe, mit Simon haben wir uns getroffen, mega nicer Typ. Äh, der ist schwarz. Also, also, der ist, er sagt selber immer, er ist nicht dunkel, komplett dunkel, sondern er sagt immer Milchschokolade, so ein bisschen heller. Ähm, aber der hat, äh, ich weiß gar nicht, ob es Afro-Mechanisch oder wie, auf jeden Fall ist er dunkelhäutig. So, und, äh, er selber macht hier immer, wenn wir Rainbow gespielt haben, macht er immer so irgendwelche Witze gemacht, ne. Also, der hat jetzt nicht das N-Wort immer gesagt, glaube ich, ab und zu mal. Das machen die ja irgendwie alle immer, ne, alle Schwarzen droppen mir immer das N-Wort, 24-7 so gefühlt. Ähm. Ähm, aber er hat halt immer so, so diese klassische, so, 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 bisschen rassistische Witze gemacht, so ein bisschen so auf die Schippe genommen, halt so, ja, nur weil ich schwarz bin, so in die Richtung, ne. Ähm. Und ihr kennt generell mein Thema dazu, ich bin da auch komplett offen und ich finde auch, wenn man Humor macht, dann sollte man Humor haben, so, es gibt Leute, die sagen, ne, Nazi-Witze nicht, aber, äh, dann über, äh, schwarze schon und so, es ist immer so, finde ich immer so schwierig. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, so, wenn jemand sagt, ey, das finde ich nicht so toll, das schon und so, kann jeder für sich selber machen und ich hab halt damals auch eigentlich nie die Witze dann, also, wenn Marc gerade einen Witz gemacht hat, bin ich mit eingestiegen. Aber, ähm, ich bin jetzt nicht, ihr wisst ja, ich stelle die Leute ja immer vor, wenn man irgendwie im Discord-Caller damals im Party immer war und dann hab ich tatsächlich, ich hab dann schon immer den Marc vorgestellt und hab gesagt, ey, das hab ich immer gemacht tatsächlich. Ich hab den Marc auch mal off-stream, hab ich ihn mal gefragt, ey, ist es okay, wenn ich das immer mach? Ähm, hab ich, ich hab den Marc immer als dunkelhäutig extra vorgestellt. Das kommt im ersten Moment vielleicht ein bisschen weird, weil jeder ist ja ein Mensch, warum muss man es extra erwähnen? Das hab ich aus dem einfachen Grund immer erwähnt, weil, wie Jonas schon richtig sagt, weil es Leute gibt, die halt solche Jokes einfach machen. Und die dann irgendwie sagen, ey, naja, und dann ist Marc halt mit dem Discord und keiner weiß, dass dunkelhäutig ist und dann kommt das vielleicht ein bisschen doof oder so. Man sollte generell die Witze vielleicht nicht machen. Ähm, aber ich hab den immer so vorgestellt. Aber ich hab ihn nie so jokehaft jetzt vorgestellt, so, oh ja, das ist der, hm, mit M-Wort oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, weil, ähm, weil ich's einfach nicht gefühlt hab. Ähm, ich hab den Marc aber ab und zu mal, wenn er, wie gesagt, so angefangen hat mit diesen Jokes über sich selbst, über die Hautfarbe, haben wir ab und zu mitgemacht. Er hat zum Beispiel, das wusste ich nie, das Meme, dass Schwarze nicht schwimmen können, das hab ich nie gekannt. Das hat er mir dann erklärt oder mal den Joke gemacht, ich hab's nicht kapiert, dann haben wir darüber geredet, so, ah, okay. Und dann hab ich's ab und zu mitgemimt, ne, dann hab ich auch gesagt, so, ja, aber dafür kannst du nicht schwimmen oder so. Ähm, aber ich hab den Marc ein, zwei Mal, wie gesagt, Offstream, hab ich gefragt, so, ey, wie schaut's aus, passt das? Genau, genauso mit diesem Vorstellen zum Beispiel. Ähm, hätte ich theoretisch nicht machen müssen, aber generell, ihr kennt mich ja, ich tue, versuch immer offen zu sein oder nachzufragen, ey, passt das, passt das nicht? Ich find, wenn man jetzt ne Freundin hat und sie in ner neuen Gruppe vorstellt und sagt, ja, Thailand-Katalog, das, also, ich find schon, dass es ihre Aufgabe zu sagen, so, ey, das stört mich, so, dass sie ihn zur Seite nimmt. Oder am Abend, nachdem sie zurückgeht von der Feier und dann zur Seite nimmt und dann sagt, so, ja, hey, hab ich jetzt nicht so gefühlt, ähm, das ist schon ihre Aufgabe eigentlich, so ein bisschen, so, irgendwie Statement zu sagen. Es kann ja bei allem sein, es muss ja nichts Rassistisches sein. Es kann ja auch einfach sein, dass er sagt, hier ist meine fette Freundin, so, ja, Bodyshaming, keine Ahnung. Ähm, aber dennoch muss ich sagen, dass ich jetzt trotzdem meine Freundin nicht vor anderen Freunden mit irgendwie hier aus dem Thailand-Katalog vorstellen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. To be honest. So, hm. Weil's halt doch schon sehr rassistisch ist. Wie gesagt, so ein bisschen, ich mach's ja, wie gesagt, auch, wenn dann, ne, wie gesagt, glaubst du, gestern auch, so, ja, hier, hey, das ist Vladi, Vladi ist aber aus Russland und so. Ah, ich weiß, das weiß man halt alles nicht, wie sehr die geredet haben und so weiter. Wenn sie aber wirklich nichts gesagt hat, nie, und er hat's öfter gemacht, dann ist sie schon auch ein bisschen mit Schuld, muss ich sagen. Also, was heißt Schuld? Aber dann braucht sie sich nicht beschweren. Das sagt Ome ja auch, hätte sie was gesagt. Das hat er auch, glaub ich, ganz gut gesagt. Hätte sie sich was gesagt. So, hey, Unge, guck mir nicht so, bitte lassen, und er macht weiter, dann ist lost von ihm. Also, da bin ich bei dir, ja. Na, ganz toll. Na, fühle ich. Ja, genau, das ist, was ich mein. Ja, genau, das ist ein gutes Argument. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Richtig, du musst ja theoretisch mitlachen. Du kannst dir nicht mal vorstellen, dann so quinsch da stehen, so, öh, oder so. Ja, hm. Lachen, ich weiß, was ich ja nicht dringelte, was, was ist. Okay, ich mich mal nicht so, öh, oder so. Ja, ich weiß, was, was ich mal nicht so, öh, oder so. Ja, ich weiß, was ich nicht. Ja, ich weiß, was ich mal nicht so, öh. Vielen Dank. 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 Ähm, nee. Schleimblöcke kann ich zur Not, können wir auf leicht stellen und fahren mich welche. Damit habe ich gar kein Problem. Dann tue ich halt ein paar Schleims unten in meiner ähm sag schon in meinem Brauraum Nur für die Rege, die auf Autos stehen Oh, da haben wir jemanden Oh Also genau, also wenn sagt Bescheid, dann mache ich gehe ich halt ein bisschen Schleimis hacken Äh, Agent ist so wieder folgende Witz, bezogen auf die Humorreaktion online Polizeikontroller darf Ich hab 27 Darf sie haben doch keine Leiche im Kopfraum, oder? Nein, der Kopfraum ist zu klein dafür Aber für ein Kind würde es reichen Falsche Prüfung für solche Witze Vor allem wenn es in der Öffentlichkeit steht Ein paar brauchen wir wahrscheinlich schon, sagst du Scheiße Nicht verstopft Ein paar brauchen wir Nicht sofort Ich frag mal Ich frag mal 6 Stacks hast du gesagt Bei den Slime-Bällen auch, gell? Das heißt, 4 Stacks bräuchten wir ungefähr, oder? Nochmal zusätzlich, richtig? 2 habe ich dir vorhin gezahlt, glaube ich Mal gucken, was die Gruppe sagt 4 reichen Gesamt oder noch zusätzlich? Gesamt, ok Und mir hat man klein, woher Okay. 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 Give one shot it. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Was heißt denn emotional abhängig? Ich check das nicht ganz. Weil man... Meint man damit, weil man so verliebt ist und deswegen, obwohl man sich streitet, nicht raus kann aus der Beziehung oder was? Aber das hat ja nichts speziell mit Emotionen zu tun, oder? Ich verstehe dieses emotional abhängig nicht. Haben wir hier Granit? Das ist... Nur ein paar Blöcke. Ich kann aber was holen von mir. Das ist gar kein Ding. Wie viel Stecks brauchst du? Sag Bescheid, Digi. Wo ist der? Warum sind denn die Bäume... Warum sind denn die Bäume hier nackig? Hä? What's happening? Da hat jemand die Bäume nackig gemacht. Einen polierten und einen normalen Granit hätte ich. Warte mal, machen wir mal so. Wie viel brauchst du, Philly? Warte mal, machen wir mal so. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Noch jemanden mache ich. Vielen Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist... Ah, das ist... Ah, das ich höre. Ah, das ist... Ah, das ist... Ah, das ist... Also... Ah, das ist... Ah, das ist... Und... Seitdem... Sorry, Phil... Er sagt... Ja, das ist... Was hat der... Wie heißt... Wie heißt... Wie heißt... Statement oder... lächer... Vielen Dank. Echt? 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 Ich nehme mal so 10 Stacks, mir das reicht, oder? Okay. Okay. Schon wieder? Seht ihr? 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 zu den Xenos. Ähm... Das hört sich immer so an, als ob man da auf irgendwas hinaus will. Jetzt hab ich Bock, Ragnarok das Dating-Spiel zu zahlen. Ja, let's go, Phil! Komm, wir machen uns zwei Charaktere und wir bashen die Girls weg, Alter. Ähm, ich hab ihn auch gefragt, warum er das erwähnt. Warum erwähnt er denn Ragnarok? Dachte ich mir so, hä? Das ist total egal, welches Spiel, oder? Oder hat das irgendwie was, ne Bedeutung? Wahrscheinlich hat er so ein, wahrscheinlich hat er so ein dickes Placement. Ja, wenn du Ragnarok erwähnst, du kriegst noch nie. Das wär so typisch Ungeglaubig. Äh, pff. Richtig, genau. Vorwürfe gegen mich, Reaktion, ja, aber der ist auch blöd. Genau, wie er jetzt umdreht. Ja, sie hat dann auch total viel über Al-Blali, also über Vic, dass er auch immer Al-Blali sagt, gell? Ähm, ähm, ja, Al-Vic hat auch total viel Psychoterror gemacht. Das geht doch gar nicht gerade darum, Digga. Loll, er sagt's auch, Digga. Loll, er sagt's auch, Digga. Loll, ich zähl, Digga, und schweigst du nicht einfach so Das wäre so witzig. Oh. Next Level Marketing. Wie alt war ein Ei-Blali da? Der war ja nicht auch 15 und 16 oder? Check's nicht, warum das immer erwähnt wird. Ich weiß nicht, warum das immer erwähnt wird. Wie alt war ein Ei? Ich weiß nicht, warum das immer erwähnt wird. Ich glaube, er redet ja immer von einem 15-Jähriger, oder? Er sagt ja immer P-Punkt, oder irgendwie so. Ja gut, okay, ja. Weiß ja eh, glaube ich, jeder, oder? Ah, okay, also wirklich... Achso, hat den wirklich fast geleakt? Hab ich nicht gescheckt. Achso, hat den wirklich fast geleakt? Das wäre so geil, Digger, das wäre so geil, das wäre so geil, wirklich, ich würde es so fühlen, ich finde es so geil von Unge, wenn er da so ein Huni kriegt von Ragnarök Online, Digger, das wäre so geil. Ich würde es so feiern, wirklich, das wäre so unge. Du musst einmal Ragnarök Online erwähnen, davon abgesehen, dass es ja nicht legal ist, er muss es ja kennzeichnen, ne? Das ist die Frage, vielleicht steht ja im Statement-Video rechts oben Dauerwerbesendung. Das ist das Zahlen, das ist die Frage, vielleicht steht ja im Statement-Video rechts oben Dauerwerbesendung. Digga, es geht doch nicht um Weg. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Welcher Name denn Lena oder was? Das ist so lustig. Das ist so lustig. Hätte ich machen sollen? Nein. Ja. Das ist so lustig. 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 Scheiße. Das ist so lustig. 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 ich werde jetzt auch Influencer, da habe ich voll Bock drauf, diese Dramen und so, wirklich, ich habe voll Bock drauf. Vielen Dank. 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 Oh. Vielen Dank. Hey Jonas. Hey Jonas. Ich möchte... Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Da werden wir die Meinung von allen einholen und dann bilden wir uns da eine Idee raus. Ah, jetzt. Da sind da so die Drüsen und dann wird da das Unkrautvernichter wettert. Ah, nee, 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 Philly, also das ist ja Quatsch, das ist ja Quatsch. Phil dachte schon voll modern hier so Tony Stark, Tony Stark mäßig. Nee, 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 nee. Also schon eher, würde ich sagen, eher so in Cozy-Mosey-Richtung. Ja, ja, doch, doch. Ob es jetzt komplett mildalterlich und irgendwelche Ritter durch die Gegend laufen und Leute abschlachten, das weiß ich jetzt nicht, aber so wie zum Beispiel Butze und Snooby doch diese Farm da gebaut haben. Ähm, mit, äh, also neben Butze praktisch direkt. Äh, ja, oder zwischen Butze und Snooby. Äh, wo sie die Mühle und so haben. So in die Richtung, finde ich. Oder? Fühlt sich doch gut an, würde ich sagen. Zweite Frage, Dark Window. Hast du Schleimbällchen? Hat schon jemand geantwortet, Engel. Klingt ballend hin, leider nein, sorry. Hast du Schleimbällchen für uns, so zwei, drei Stacks, Jonas? Nein, scheiße, du kriegst doch ganz viel Kies. Scheiße. Und die dritte Frage, Jonas. Ich bin sehr angetan von deiner Little Italy Idee. Brauchst du irgendwelche Materialien? Viele bei Little Italy. Kann man dich da irgendwie supporten? Dann verlache ich dir nur wieder. Ah, kannst du aber bitte, vor dem Rüben verlässt noch die Maschine zu Ende bauen und einmal durchfahren lassen, damit alles trocken ist. Und dann, also, wenn du so einen Moment bekennt. Ja, ich bin sehr ein Witz und ich habe versucht, Ja, ich bin sehr ein Witz. Vielen Dank. Als Gesamtpaket bisschen Arsch. Kino! Ja, genau. Genau. Ja. Das sag ich auch. Einfach mal mehr Trimixen. Ja bloß, du bist ja so, ach du bist ja so ein Hardcore-Unge-Fan. Jetzt check ich's ja erst. Weil die bricht dir die ganze Welt zusammen, dein Omi-Mungi. Stimmt ja. 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 Unge hat einen GTA-Rollplay-Server. Fede. Ach, Keramik. Doch, kam an, aber Keramik ist genau das, was ich nicht habe, deswegen habe ich irgendeine Standard-Keramik, die man färben kann, gell? Vielleicht checkt den Joke nicht, Phil. Wahrscheinlich checkt ihn wieder keiner. Meinst du vielleicht, weil ich damals von dem einen Typen da, habe ich viel vergessen, eingeladen wurde auf den Rollplay-Server? Aber der hat mich ja nicht direkt zum Rollplay-Server eingeladen, der hat ja gesagt, ich soll mit ihm ein Video machen, wenn du das meinst. Gelb nur, ah, okay, nee, warte mal, Phil, Jonas, das ist doch gut. Weil dann kann ich mit meinen Villagern, da hat einer tradet gelbe Keramik. Das ist echt gut, tatsächlich. Normale traden die nicht, aber gelb, also wenn du wirklich noch eine spezielle Farbe brauchst, sag Bescheid, weil dann kann ich genau die traden. Dann merke ich mir das. Gelb trade ich da, fange ich mal an zu traden bei den Villages, weißt du? Ja. 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 keinen Joke oder so. Ich kapiere bei dir in der letzten Zeit eh immer nicht, was ernst ist und was nicht. Also zu dieser Sache, dass man sich einen zweiten Account macht, um dann online sich zu verteidigen und so und also speziell unter seinen Kommentaren dann... Boah, also das ist... Oder? Wie seht ihr das? Oder seht... Also, sorry, aber ich finde das auch absolut... Trimax sagt es genau richtig. Es ist ja an sich jetzt erstmal nicht... Kann ja jeder machen, theoretisch, aber dass du dann halt online dafür gebumst wirst, ist halt absolut klar. Okay. Ich habe den Schweinbex noch nie richtig lachen hören. Also sehr herzhaft. Ich wusste gar nicht, dass Schweinbex so lachen. Voll geil, ich fühle das richtig gerade. Wie er guckt! Ey, mich schüttert dieses... Ich nehme es komplett aus meiner Kappe, das schüttert mich so hart, gell. Das ist... Stimmt, mit dem dritten Account dann so. Ja, hat recht, genau. Leck, Jöli, ist denn das von Ehrenmann, du auch? Also, ich finde nicht mal die Unge-Sache lustig, sondern wie er reagiert, finde ich total witzig. Seine Stimme und so. Ich kannte ihn so gar nicht. Ich gucke in der Komp. Ich gucke in der Kappe. Naja, verwerflich, ja, ja, turbopeilig. Naja, verwerflich, ja, turbopeilig. Naja, verwerflich, ja, turbopeilig. Das ist halt wieder so, gell, ob das wirklich stimmt. So, das kann natürlich jeder sagen, gell. Das haben wir schon mal das Thema gehabt. Ich kann auch, selbst ich mit meinen zwei Zuschauern kann sagen, so, ja, auf Instagram hat mich jemand angeschrieben, ich soll jetzt total viel Fortnite spielen. Das machen wir jetzt wegen euch. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Akustisch nicht. Das ist dieser eine Ausdruck, den ich letztes Mal schon nicht kannte, glaube ich. Was sagt er? Gaslighting. Genau, das hatten wir letztes Mal schon. Was heißt denn das? Was heißt denn Gaslighting? Letztes Mal hatte es schon jemand. Ich glaube, WIC oder irgendwer. Gaslighting, Bedeutung. Psychische Manipulation bezeichnet. Ah, Film muss es ja wissen. Also wird in der Psychologie eine Form von psychischer Manipulation bezeichnet, mit der Opfer gezielt desorientiert, verunsichert und ihrem Realitäts- und Selbstbewusstsein allmählich beeinträchtigt werden. Gaslighting, ja, ja, Gaslighting eigentlich, genau. Der Versuch beschrieben, eine andere Person an ihrer Wahrnehmung der Realität zweifeln zu lassen. Als wäre es eine Glühbirne. Insbesondere mit dissozialer, narzisstischer oder psychopathischer Persönlichkeitsstörung wenden in manchen Fällen Methoden des Gaslightings an, ohne sich dessen bewusst zu sein. In den meisten anderen Fällen wird hingegen von einer gezielten Anwendung aus dem Motiv stattfindet, dass häufig Macht aus sich gegenüber dem Opfer. Gaslighting ist nach dem Theaterstück Gaslight des britischen Autors Patrick Hamilton aus dem Jahre 1938 benannt, welches durch den Verfilmung Gaslight, insbesondere das Haus der Lady Alquist, bekannt wurde. Im Stück verunsichert der Protagonist seine Ehefrau, indem er behauptet, Dinge nicht zu sehen, die sie wahrnimmt. Unter anderem die wechselnde Helligkeit einer Gaslaterne, die er selber manipuliert. Das schließlich zweifelt die Frau in ihrer... Ah, lol, gute Erklärung, jetzt check ich's. Zweifelt die Frau in ihrer eigenen Wahrnehmung und fürchtet, verrückt zu werden, bevor zuletzt die Täuschung... Aha, boah, interessant, daher kommt es. Boah, der Tag hat sich für mich jetzt schon wieder rentiert. Im Ernst jetzt, das wurde... Also, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es was mit Gas zu tun hat und man wird benommen oder so, dachte ich. Ah, lol, cool. Ey, wirklich, voll interessant. Psychologie, mega interesting, gell? Ah, okay, ich versuch... Ich tue Leute verunsichern, indem ich Fakten, die sie denken... Ja, okay, dieses Gas-Ding ist mega nice. Die Lampe flackert oder irgendwie so und ich sag, äh, mega nice. Nochmal, oh, nochmal, warte. Gas-Lightning ist nach dem Theaterstück Gas-Light des britischen Autors Patrick Hamilton aus dem Jahr 1938 benannt. Also, das heißt so deswegen Gas-Lightning. Welches durch die Verfilmung Gas-Light und insbesondere, also noch ein Film, das Haus der Lady Alquist bekannt wurde. Jetzt wird erklärt, warum dieser psychologische Begriff so bezeichnet wird. In dem Stück verunsichert der Protagonist, also wahrscheinlich hier der linke, maybe, oder der rechte, wie auch immer, seine Ehefrau, indem er behauptet, Dinge nicht zu sehen, die sie wahrnimmt. Und dann wird ein Beispiel gemacht. Unter anderem die wechselnde Helligkeit einer Gas-Laterne. Also früher gab es da noch so Gas-Laternen mit so einem Schräubchen dran und er hat die wahrscheinlich irgendwie manipuliert und die wird immer heller, immer mehr Gas, weniger Gas, dann wird sie dunkler. Und das ist Fakt, er hat sie manipuliert, das weiß die Frau aber nicht. Und die Frau sagt deswegen, sie essen wahrscheinlich, ich kenne den Film jetzt nicht, aber die essen wahrscheinlich. Und dann sagt sie so, du Schatz, die Lampe wird die ganze Zeit heller und dann wieder dunkler. Und dann sagt er, nee, die ist immer gleich. Und deshalb fängt die Frau an zu denken so, okay, scheiße, bin ich irgendwie psychisch nicht, muss ich zur Therapie oder stimmt irgendwas mit mir nicht? Und deswegen kommt der Begriff Gas-Lighting daher, indem man andere Leute versucht zu verunsichern in ihrer Wahrnehmung, indem ich Sachen, sagen wir mal, ich tue bei dir zum Beispiel an deiner Base plötzlich Sachen irgendwie abbauen oder so. Und wir zocken jeden Tag im Discord. Dann sagst du so, boah David, irgendwie habe ich gestern eigentlich, hier, dein Pferd da, ne? Du hast mein Pferd eigentlich irgendwo angebunden, jetzt ist es ganz woanders angebunden, ich habe das doch dahin. Weißt, dann sag ich so, ja, vielleicht hast du dich einfach nur, vielleicht warst du gestern müde oder so. Ja, okay, kann sein. Dann nächsten Tag, du tust dein Pferd wieder zurück in deinen Stall, ne, also einmal nach, in deinen Stall. Dann tue ich es über Nacht wieder woanders anketten, ohne dass du es merkst. Du kommst nächsten Tag wieder online, wir zocken Discord. Du so, boah, David, schon wieder mein Pferd. Verstehst du, was ich meine? Ja, würdest du nie ansprechen. Och, Digga, du machst zur Zeit zu viel Witze, ich check das immer nicht. Also ich check schon, aber wir reden über so vielen Dank ohne XD, Mond und so, deswegen. Bin ich ehrlich, ich komm zur Zeit immer irgendwie, zur Zeit echt oft, also ich liebe Witze, weißt du. Aber es kommt nie in XD, ja, jetzt machst du XD. Also nur als Info, ich check dann immer nie, wann du es ernst meinst und wann nicht. Weil du machst nie, früher hast du immer einen Mond dazu gemacht. Du machst keinen Mond dazu, keinen XD und vor allem jetzt gerade in so ernsten Themen. Also jetzt gerade ist halt kurz ernst. Ihr wisst ja, mein Stream ist 99% Fun, aber das fand ich jetzt echt ein interessantes Thema. Ich gebe mir Mühe, es dir jetzt zu erklären. Und dann check ich immer nicht, so hä, würde ich nie ansprechen. Ja, jetzt check ich schon, aber es ist immer so verwirrend irgendwie, Alter. Ich kann jetzt immer nichts dem machen. Ja, also es ist, es wäre schon besser. Aber früher hast du immer Hund immer gemacht. Therapeut, was belastet Sie denn? Worüber möchten Sie reden? Also meine Frau, meine Glühwelle wird immer heller. Rote Keramik kommt noch dazu. Da habe ich, glaube ich, gar keinen Villager, muss ich mal gucken. Aber merke ich mir, rot und gelb, ja. Alles klar, Feli. Also nicht böse nehmen oder so. Nur willst du halt rüberkommen. Ich tue mir immer schwer mittlerweile mit deinen Kommentaren. Vor allem, weil du echt viel, du machst extrem, ich weiß nicht, hattest du letztens in der Vorlesung Sarkasmus oder so? Du machst extrem viel Sarkasmus und Ironie zurzeit, finde ich. Weiß auch noch? Was weißt du, Jonas, auch noch? Meine Joke. Ja, okay, passt. Weiß. Also weiß, also rosa. Also weiß habe ich sogar in Villagey. Oder? Ja, okay. Oh, nein. Aber du hast den Griffen. Und dann war ich. Und dann war ich hier auch. Also weiß, was ich hier habe ich. Ich habe mich sehr, ja. Und dann war ich. Und dann war ich hier. Und dann ist das. Wie immer noch, ich weiß, das ist. Und dann hat das. Vielen Dank. Wie Unge es wieder umdreht. Jetzt sagt er irgendwie, andere Leute sollen sich irgendwas zu Herzen nehmen oder sowas. Digga, er hat ein Statement, wo er sich verteidigen muss eigentlich und dreht alles um. Ja, fasst euch mal an die Nase, blabiblo. Wie Unge es wieder umdreht. Oh, die Mimos kennen wir nicht. Oh, die Mimos kennen wir nicht. Da bin ich gespannt. Ich gehe da vor, aber gleich kurz pinkeln. Okay, warte, jetzt machen wir gleich. Ich muss aber, ich muss da vor Pinkeln, kurz. Habe ich alle Schwämmchen? Äh, vier, passt, ja. Ich habe ein Gaslightning-Seminar gehabt. Wieso? Ne? Sieht jetzt kacke aus. Brauche ich was anderes, dass ich kennzeichne. Der Mond passt. Mach doch, ist entspannend. Mach's doch. Spannend. Ich dachte auch. Ja, ich dachte auch, dass Snooby ist. Lol. Ich dachte mir auch so, ist das Snooby im Discord? Mach's doch nicht spannend. Doch, das machen wir jetzt spannend wegen den Klicks. Ich habe vier Zuschauer. Das ist mein, Digga, das ist mein All-Time-High. Ich muss jetzt richtig, ich muss richtig ausnutzen. Alle Prime-Abo da lassen. Ich würde jetzt auch kurz Werbung schalten. Ähm, alle Prime da lassen, bitte. Und dann, äh, buttern wir rein direkt danach in die Reaction Nummer zwei. Ich bin jetzt gespannt. Also die Memen, die Memen, die Memen, die Memen, die Memen, äh, die kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht genau, was ein Memo bei Twitter ist oder bei X ist. Wahrscheinlich irgendwie so Sprachnachricht als Post oder wie. Keine Ahnung. Noch nie gehört. Bin ich zu alt. Ähm. In Letztes kannst du auch nicht richtig lesen. Mach's doch. Ja, ich hab's doch nochmal neu gelesen, Digga. Sorry, ja. Ich hab's dann nochmal neu korrigiert gelesen, ja. Sorry, ja. Ich hab's ja gleich korrigiert. Also im Nachhinein dann. Sorry. Ähm. Oh ja. Ich weiß auch gar nicht, äh, ob dann noch irgendwas, das müssen wir gleich mal googeln, ob da noch irgendein Statement an Funkung kam. Würde mich interessieren. Auf die, auf den ganzen Brief. Ah ne, er hat ja gesagt, er hält sich jetzt zurück aus dem Internet. Also theoretisch. Das könnte sein, dass er dann gar nichts mehr macht. Hm, kann das sein. Auf jeden Fall, äh, was ich noch sagen wollte, bevor wir jetzt die Memen anhören, die Memos, Memo, Mimosen anhören, ähm, mich würde mal, hat, hat, ähm, Monte darauf reagiert? Ich finde Monte seine Meinung auch immer ganz interessant, weil der immer so gefühlt auch das sagt, was er denkt. Deswegen kriegt er ja meistens immer selber Beef. Ähm, das ist das erste Mal, wo ich, glaub ich, ne Tri... Ah ne, ich hab schon mal irgendeine Tri-Max-Reaction, glaub ich. Ne. Das erste Mal, wo ich Tri-Max, deswegen hab ich mir so kaputt gelacht, wo er gelacht hat. Das fand ich so witzig. Äh, äh, mich würde es interessieren, was, was Monte da einfach noch dazu gesagt hat. Weil irgendwie sehe ich sonst kaum was davon. Naja, auf jeden Fall, ähm, spannend. Ich finde das Thema mega, mega interesting. Das ist mein absolutes Favorit-Thema. Äh. Na gut, bin kurz weg. Das ist mein absolutes Dimasizier. Du. Vielen Dank. 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 Okay, weiter geht's rein in die Reaction. Vielen Dank. Hey? Okay. 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 Ja, 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 ja. Ja, das hört sich viel besser an, muss ich echt sagen. Ja. Hört sich auch so an, als ob er gerade weint oder geweint hat, besser gesagt. Ja, 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 ja. Also wirklich viel besser, wobei ich immer noch sagen muss, da lasse ich ihn nicht aus, er tut sich, ich finde, das hat Schamix ja auch gesagt, das hätte er in dem ersten Statement schon machen müssen, er muss auf die Kritikpunkte halt auch eingehen, wenn er schon Statement macht. Nicht einfach nur allgemein sagen, es tut mir leid und sagen, also entweder er sagt, es tut mir leid, entschuldigt sich und lässt es, aber jetzt fängt er wieder an und sagt, ja, manches war nicht richtig und manches schon und dann denkt man sich, ja, was, äh, also, entweder entschuldige dich für, sag, ja, es tut mir leid, ich habe die Katze gehittet, das war mein Fehler, ähm, aber ich entschuldige mich nicht für das, weil das nicht stimmt. Aber nicht sagen, entschuldige mich, aber viele stimmt nicht und viele schon, das ist wieder so 50-50. Aber es ist ja tausendmal besser als, das ist ja viel besser jetzt. Also, ich habe das. Ah, ich finde immer dieses, ich wünsche euch das Beste und ganz viel Liebe, das finde ich generell immer Quatsch, so ein bisschen, weiß ich nicht. So dieses Dahingerede, so okay, hm. Na gut, egal. Hm. Loh, ich dachte, das ist umgehen. Ach so, schon vorbei, ich dachte, das war jetzt zwischendrin, werbung, was? Hä, lol, äh, hä? Hä, tut Tramix am Schluss nicht noch irgendwas sagen? Hä? Wait a minute, what? Hä? Der hat jetzt mit dem Satz aufgehört, warum hat er dieses YouTube-Ding gemacht, oder was? Nächstes Mal viel Hass wünschen. Ja, weiß schon, wie ich meine, ne? Es ist halt so dieses, also, halt Scheiße bauen und durchs Leben laufen und sagen, ich wünsche euch ganz viel Liebe, das ist ein Quatsch. Du musst halt auch Aktionen machen, weißt du, was ich meine so? Er sagt häufig, ah, okay, ja, wie gesagt, es ist, ich glaube, es ist meine erste, ich glaube, es ist meine erste Reaction, die ich von ihm anschaue, ich bin mir echt nicht sicher. Äh, wo sind wir? Oh, da fehlt einer, ne? Oh, es hängt, es hängt. Oh, warte mal, fehlt der Block? Ich muss kurz gucken, dass es ja nicht flöten geht. Ich finde, gefühlt, äh, ich reagiere so ein bisschen wie Trimax, ne? Ich rede auch kaum was dazu und... Ich schaue, wir hören uns ja eigentlich nur an, wir machen eigentlich nur ein Listening, ne? 7, 7 sind 64, perfekt. So, warte mal, aber trotzdem, dass er am Schluss nicht noch irgendwas gesagt hat? Krass. Warte mal, ich will, ich will mal wissen, ob, ähm, Monte... Oh, jetzt bin ich gespannt, was Monte... Das interessiert mich wirklich. Oh ja, ne, vor vier Jahren, scheiße. Das war das, was ich damals meinte, die Madeira-Auseinandersetzung, jo, 2,5 Stunden, 2 Stunden 15, jo. Das ist das, was ich meinte, ähm... Wo Unge... Oh, das würde ich eigentlich, der ganze Live-Talk schmecken, das hören wir uns... Das hören wir uns natürlich nicht an, aber diese eine Stelle, wo ich gemerkt hab, Unge ist ein absoluter 31er. Ah, mit Hakan war das dann, ja? Gibt irgendwo ne Voice, oder was das war? Ja, da redet er nur noch Monte. Schade... Schade... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das gönnen wir uns kurz noch. Ey, sich auf Trimax. So ging den Cut. Mega witzig. Okay. 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 Das war's für heute. Mal gucken, ob der... Also zur Not schauen wir uns das von Inkev an. Stay fühle ich jetzt nicht so den Typen, glaube ich. Der hat nämlich viel zu gut gehabt mit dem eigentlich. KuchenTV. Der schaut, aber ich würde gerne das Ganze sehen. Deswegen, der geht nur 20 Minuten und das ist von damals. PowerTJ. Wie hast du gesagt, heißt der Küser, Kaiser. Kaiser, ne? Ach, lol! Ach, lol! Den habe ich letztens schon vorgeschlagen bekommen. Ja, dann habe ich mich gefragt, wer das ist, wenn ich ihn nicht kannte. Der sieht ein bisschen aus wie Vladi, so ein bisschen. Jo, also, sieht schon insane aus. Alles so violett und so, hinter Fledermor aus und so. Shit, ja, das ist cool. Ist die immer so unterwegs. Jaaa. Der sieht so cool aus. Krass. Und da ist meine Warnersdick und nichts dagegen. Der sieht voll insane aus. Naja, danke. Yeah, danke. Wie bei ihr ist das? Okay. Hast du das schon gesehen, Phil? Das von ihm Statement? Nee. Ach, deren Statement haben wir ja... Oder ist sie... Nee, Kiki ist nicht. Nee, ist ein anderer. Inkev? Du, der sieht so insane aus. Die Katze auch noch, Digga. Let's go. Ich weiß genau, dass ich liegen muss. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Das ist das, was ich meine. Naja, Unge und Cool mit Leon Marscheren. Dann war da noch das Ding mit Tanzverbot. Unge ist auch immer sehr gehässig, wenn man mal drauf achtet. Mit ABK ist ja cool. Also die Bubble ist ja eher nicht so pringend. Sie haben Dishu, Apophet. Das ist das, was ich meine. Oh, das hat damals jeder übersehen. Wisst ihr, irgendwie hat da keiner groß drauf reagiert. Als Leon Marschere. Unge. Was war... Ah, Digga, das fand ich so wild. Genau, genau, das Video. Ja, okay, aber ich meine dieses Video. Das war da, wo Leon Marschere... Leon Marschere. Und wie heißt der YouTuber, der immer so Pranks macht? Prank mit Pipi-Kacka. Ähm... Diese Creme. Pipi-Kacka-Creme-Prank. Hier, genau. Marvin, Marvin, Marvin. Genau, genau, genau. Der Shit. Da, das fand ich so wild. Das fand ich... Marvin Wildtage, ja, genau. Das fand ich... Da hat keiner irgendwie... Habe ich das Gefühl, ich bin ja nicht in der Bubble da drin, aber... Wir haben damals das auch ein bisschen... So, und dann ist er doch übelst. Er hat doch diese Produkte gemacht. Und Leon Marschere hat ja auch das Produkt gekauft. Aber Leon Marschere hat gewusst, dass es fake ist. Äh... 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 Es geht weiter, genau. Da geht's weiter. Vom Manager bedroht. Vom Manager bedroht. Das waren die von... Ding, glaube ich. Von... Von... Freu dich auf deine Amazon-Empfehlung, ja. Genau. Leon Marschere wusste, dass es ein Prank ist. Deswegen macht er mit. Und Leon Marschere hat dann auch ein Video gemacht. Das ist nämlich das, was so wichtig war. Er hat ein Video gemacht, wo er an einer Litfaßsäule vorbeigeht. Wo auf der Litfaßsäule versteckte Nachrichten sind, wo er beweist, dass er weiß, dass es ein Fake ist. Wo drin steht, ja, hey. Das Blatt wendet sich. Genau, das ist es. L-Ignu, genau. Und darauf will ich hinaus. Ich will jetzt nochmal genau wissen, wie das war. Ich will nochmal genau wissen, wie das war. Äh... Weil L-Ignu heißt ja Unge. Und, ähm... Also, ich... Es war irgendwie so... Unge hat dann darauf reagiert, auf das Video. Und Unge wollte einfach nur mitreden. Und hat dann... Ich muss nochmal gucken. Ähm... Und Unge hat dann gesagt... Ja... Ähm... Er weiß, was das für ne... Was für ne... Was für ein Clan das da ist. Der... 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 Er wusste das gar nicht. Und... Das fand ich so wild. Und da hat kaum einer darauf reagiert, dass... Dass er einfach komplett gelogen hat. Aber ich will nochmal genau wissen, wie es war. Äh... Jetzt pass mal auf. Hey, Fuku. Digga, das war vor drei Jahren. Oh, stimmt. Die Undercover. Das hab ich gesehen. Bei einem DFB. Ähm... Bäm, 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 bäm. Was muss ich denn da jetzt eingeben? Leon Mascher... Pippi Kacker. Ja, das ist das. Aber das Video. Genau, also die Stimme ist verstellt. So. So. Ah. Wo ist denn das, wo er bedroht wird? Wo ist denn das, wo er bedroht wird? Und daraufhin hat, und das ist ja erfunden, L.E.G.U., das heißt, irgendwas einfach Unge, der ist einfach so gesagt, weil Leon Mascher mag Unge nicht. Und Unge hat darauf reagiert und er hat einfach mitgeredet. Er hat dann irgendwie gesagt, ah, Unge, Pipi, äh, warte mal, ähm, Hydro-Hype. Genau. Welches ist es jetzt? Das ist das, wo sich es ja gewendet hat. Das ist ja das erste Video. Genau, das ist es, oder? Ja, genau. Ja, eine kurze Info. Es geht darum, ihr wisst doch, dass ich damals vor vielen Jahren, also ich hab's vor dem Jahr schon gesagt, dass irgendwas mit Unge nicht stimmt. Ähm, und durch dieses Video hab ich's noch mehr gemerkt, ähm, und ich will euch gerade die Stelle zeigen, die ich damals so krass fand, wo irgendwie kaum einer drüber geredet hat. So. So. Also wie gesagt, Müller ist gerade ein Synonym, es ist gerade ein Alias, es wurde eigentlich El Egno gesagt, bloß wegen Datenschutz wurde Müller gesagt. Ich hoffe, ich hab, ich bin mal gespannt, ob ich es richtig in Erinnerung hab, ich wollte schon seit langem mal raussuchen. So. So, jetzt, genau, ich glaube, das ist es, pass auf. Nochmal zur Info, dieser Name Müller, das ist eigentlich, wurde gesagt in dem Video bei, bei, bei Marvin, wurde eigentlich El Egno gesagt und das ist komplett erfunden von Leon Machère. Die haben als Joke ja gedroht, weil er wusste, dass dieser Hydro-Hype ein Fake ist, deswegen wollte er das Blatt wenden, er wollte sozusagen einen Konter machen und hat deswegen den Namen El Egno erfunden. Und der heißt einfach nur Unge, weil er mag Unge nicht und hat das irgendwie mit ins Spiel genommen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, warum er genau El Egno gesagt hat. So. Und Unge reagiert jetzt auf das Video und... Das ist es noch nicht. Weil er, irgendwann erfährt er den Namen El Egno und daraufhin sagt er, ja, den kennt er. So. Es ist noch nicht. Vielen Dank. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich denke, dass es in dem Video ist. Ich denke, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Genau, das ist das Video. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Aber es ist in dem Video ist in dem Video ist in dem Video ist in dem Video. Er hat es in dem Video ist in dem Video ist in dem Video ist in dem Video. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es in dem Video ist. Das Video ist nach dem Leon-Aufklärungsvideo anders unangenehm. Ja, ja, weil Leon hat ja alles, ist ja alles nur Fake. Also Unger ist Unger gerade redet, ist alles Quatsch, weil es stimmt ja alles gar nicht. Der hat den komplett ab Tops genommen. Vielen Dank. Ich habe auf einem TikTok gesehen, dass er sagt, ich kenne alle Infos, aber du weißt, also Unger sagt das. Ja, genau. Schick mir das mal. Leon hat schon geschickt, ihre Mann. Ist es das? Aber ich bin gerade verwirrt, weil er sagt ja, er lacht hier, keiner kennt die Großfamilie. Das würde ja meinem Statement widersprechen, dass es doch nicht so war. Versteht ihr? Ich gehe mal kurz runter, wegen hier Regen und... Ja, genau. Genau, genau. Das ist das. Ich erinnere mich. Ja, genau. Das ist das, glaube ich. Genau, genau. Das ist... Ach, das Reaction-Video von Ding. Genau. Digga, du bist ein Ehre, Mann. Ich kenne... Er sagt, ich kenne alle Infos, aber genau, das wird wahrscheinlich dann hier noch kommen. Warte mal, ist das doch das? Warte mal. Das kommt wahrscheinlich jetzt hier noch. Genau, das ist der... Ja gut, das wird immer da sein, aber grünes Kabel, das wird vielleicht das sein, sieht genauso aus. Das ist der Livestream. Mal gucken. Ja, warte mal, das ist doch. Wir sind doch hier. Ja. 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 Ja, ja. Bin ich jetzt schnell, aber wir haben ja Zeit. Foko. Ja. 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 Also alle, die nicht mitkommen. Unger reagiert auf ein Video von Leon Machère, weil er bei so einem Fake-Produkt von Marvin reingefallen ist, dieses Hydro-Hype damals vor drei Jahren. Das war aber... Leon Machère hat es kapiert, dass es ein Fake-Produkt ist, hat deswegen darauf ein Fake-Video gemacht, in dem man bewiesen hat, dass er es gecheckt hat, in dem man an der Litfaßsäule vorbeigeht, wo kryptische Zahlen sind. Das waren Zahlen vom Alphabet, wenn man das zusammenreinst, steht drin, hallo, ich bin Leon Machère, blabiblub, ich weiß, dass es ein Joke ist, ich wollte aber ein reales Video aufnehmen, so hat er es bewiesen. Er ist nicht reingefallen, Entschuldigung. So, und Unger reagiert jetzt auf, zu dem Streitpunkt hier weiß noch keiner, dass Leon Machère alle Hops nimmt. Und Unger reagiert drauf und macht jetzt gerade Leon Machère total fertig und denkt, er hat die Oberhand und will jetzt Leon Machère voll fertig machen und jetzt bin ich gespannt, ob er das sagt, was in dem TikTok ist. Und ich will halt nicht nur im Transkript gucken, weil mir geht es auch darum, dass ihr so eine, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, seht, wie der Unge einfach ist. Zwar vor drei Jahren, aber Nochmal, diese Clan-Bahn, der El-Ekno gibt es nicht. Das hat Leon Machère erfunden. Also jeder, der jetzt behauptet, er erkennt die Clan-Familie, er lügt komplett, weil die gibt es einfach nicht. Deswegen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin in einer Clan-Familie, die heißt Tupatupatrupas, und dann schreibt Philosorien, boah, Dave, von der muss ich diszenzieren, ganz ehrlich, ich weiß ganz genau, was für eine Bandlist ist. Und dann sage ich so, hey, die gibt es gar nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, schade. Das ist ein anderes Video. Oh, hier. Geh mal drauf ein. Ich kenne alle Infos. Genau. Das ist so wild, oder? Und das ist eine der Argumente, warum ich vorhin schon nie gefühlt habe. Lest mal den Top-Kommentar. Leon spielt mit seinem Lieben Mimi, kommt aus dem Verborgen mit dem ersten Top-Kommentar. Oh. Was ist denn jetzt hier der Top-Kommentar? Was ist denn jetzt hier der Top-Kommentar, Digga? Ich check's nicht. Montana Black, das mit Reiche. Achso. Aber es ist der originale Montana Black. Auf TikTok gibt's auch Verifizierungsscheißdreck, oder? Was ist denn jetzt hier der Top-Kommentar? Was ist denn jetzt hier der Top-Kommentar? Das muss davor sein. Das muss davor in dem Video sein. Ich kenne alle Infos. Genau das meine ich. Dann ist es davor. Ich kenne alle Infos. Das ist so weit! Das ist so weit! Das ist so weit! Das ist so weit! Also, sagst du mir nicht böse, aber das hat, also, jetzt im Nachhinein ist es vielleicht für euch klarer, aber das war doch vor drei Jahren genau schon klar, dass mit dem Typen noch was nicht stimmt, oder? So, das ist jetzt so wild. Ich sag's nochmal. Die Großfamilie El-Ektor gibt es nicht. Das ist erfunden und heißt Unge. Und er tut jetzt live 3,60 Millionen Abonnenten. Er tut jetzt live oder Livestream oder Reaction oder nicht. Behauptet er, er kennt die Familie. Ich hoffe, ich hab's noch richtig in Erinnerung. Mal gucken, vielleicht lieg ich auch falsch. Er behauptet, er kennt die Familie. Er weiß genau, was läuft. Aber es gibt die Familie nicht. Er hat zu 100% gelogen. Müller, es geht um El-Egno. Müller war El-Egno, ja. Ich kenn alle Infos, weil es war ja, also wie gesagt, Müller war nur ein Alias, weil sie halt, sie wollten halt, man dachte ja noch, dass El-Egno die wirkliche Familie ist. Man hat nur Müller als Alias hergenommen, damit sozusagen kein Namen gelegt wird. Und er behauptet jetzt, Müller ist komplett erfunden, das ist El-Egno. Es gibt es nicht. Und er behauptet jetzt, Das ist so geil! Das kannst du gar nicht mehr ziehen! Und das ist nur das eine. Das andere ist, wo wo diese Sache mit wo die Sache mit Tanzverbot auf Madeira war. Da geht es doch auch irgendwie darum, dass er Tanzverbot ein bisschen weg ekelt oder so. Und dann gibt es, ich weiß es nicht, das weiß ich nicht mehr so genau, aber dann tut irgendwie Unge in einer Sprachnachricht oder in einem Call oder so, fährt der übelst insane, fährt der übelst den äh, den den Tanzverbot den Tanzverbot an. Tanzverbot an. Wenn du das auch noch rausfindest, Foko Kuss, Ehre, aber ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo das ist. Also es ging damals um diesen Beef da mit Madeira und Unge und ich, da gab es eine Memo oder eine Sprachnachricht oder irgendwas von, von Ding eben, von, von Unge, wie er dann übelst eine andere Seite hat. Das interessiert mich jetzt eigentlich schon noch, gell. Unge, Madeira, Tanzverbot. Tanzverbot und Abdel, ja genau. Verbot und Abdel. Ist das hier bei Monte mit dran, wahrscheinlich, oder? War das nicht sogar das? Ah, jetzt kann ich jetzt Ja. Das würde ich euch so gerne noch zeigen. Da sieht man so krass, wie Unge real ist. Vielen Dank. Das ist doch, Unge. Aber, warte, was ist das? Stimmt, Unge hat den Stream beendet, Kapokov Rassisten hat den Stream beendet und hat damit Tanzverbot gemeint, weil er Kanaka gesagt hat. Und bei solchen Sachen habe ich mir damals schon gedacht, irgendwas stimmt doch mit dem Dude nicht. Erneilt mir übrigens, hallo. Da, der wird sofort auseinandergenommen in so einem Live-Talk, wenn er nicht in so einem Video ist. Und da wird sofort auseinandergenommen in so einem Video ist. Ja, ja, also, Unge wurde damals nicht so krass gehatet. Es war, man hat schon kurzzeitig so gesagt, Unge, halt die Schnauze. Aber der wurde nicht so heftig gehatet. Aber sie sind eher auf Tanzseite, ja, ja. Und da wird sonst noch nicht so leicht. Und da war, man hat es nicht so leicht. Aber das ist auch nicht so leicht. Und da war! Ja, ist klar. Brauchst nicht fragen, es ist ja öffentlich. Darum geht es aber nicht. Es ist nicht die Stelle, die ich meine, sondern Unge hat eine Sprachnachricht, glaube ich, an irgendjemanden geschickt, wo es um Tanzverbot ging. Vor vier Jahren schon. Nee, hätte ich nie gedacht, dass Tanzverbot mal sympathischer sein wird als Unge. Da man dort mal sah, wie ekelhaft einige bzw. viele YouTuber sind. Ist es in diesem Scheiß-Video? Danke. 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 Unge da geleakt, wie Unge in der Sprachnachricht privat war. Der wusste nicht, dass das jemals live geht. Und da ist Unge so ein Drecksack in dieser Sprachnachricht. Untertitelung des ZDF, 2020 Egal, ja, also es ist mir zu wurscht, aber ihr wisst was. Ich glaube, ihr versteht langsam, warum ich Unge früher schon gesagt habe, dass es ein totaler Quatschdrüte ist. Ich glaube, keiner von den Portugiesen steht hinter ihm, weil die wegen dem YouTuber... Ja, haben wir schon mal geredet, gell? Naja. Chris trifft AC ist das Treffen, wie wir das wissen. Ganz klar, wir zählen. 1,7 Millionen Aufrufe. Ja, okay, aber Chris trifft AC ist... Na gut, die treffen sich ja nicht auch jeden Tag, gell? Ja. Auf jeden Fall finde ich jetzt cool, dass wir die eine Szene mal raussucht haben, weil die wollte ich schon seit langem mal raussuchen. äh, 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 suchen. Diese... diese... ähm... im Lack-Sensor... diese Stelle mit... Ups... mit, äh, hier, Möö-Mascher und Co., wo Unge behauptet, ja, er hat alle Infos, er weiß voll Bescheid. Ähm... Dabei gibt's diese Dinge nicht. Und das ist einfach so... Ich glaube... Jaja, das Beste ist immer noch, wer da trifft Häftling. Das ist da... Da hat's mich ja komplett zerrissen. Das war ja das geilste ever. Und ich sag's, ich call's so, wie ich's vor 3 oder 4 Jahren schon gecallt habe. Und ich call's immer noch. Ich sage euch... Ich will da nichts irgendwas sagen, weil das ist dann, äh, Verlangenung, beziehungsweise, ähm, ähm, ähm... Falscher sage ich auch immer, ja. Ich sag nicht, was ich denke oder... Ich denke auch nicht mal irgendwas. Also ich denke tatsächlich nicht irgendwas. Ich hab keine spezielle Vermutung. Ich glaube nur, dass... Unge richtig viel Dreck am Stecken hat. Und richtig Beef und Shit und alles Mögliche hier nicht. Und das sag ich ja, wisst ihr nicht jetzt wegen... Jetzt aktuell, wegen der aktuellen Situation, dass ich jetzt auf diesen Hype-Hate-Zug aufsteige. Sondern ich hab das ja schon vor 4 Jahren gesagt, wo alle gesagt haben, Unge ist der Beste! Jetzt ist gut, dass du dich rausgesucht hast. Jetzt wissen wir in 4 Jahren wieder, dass es in einem Stream von Unge ist und wieder... Ja, das andere haben wir jetzt ja wenigstens mal gefunden. Da hab ich ja auch schon lange drüber geredet, über dieses Erleg nur, das haben wir jetzt gefunden. Dank Foko und seinem TikTok-Scheiß da. Und das andere, da müssen wir jetzt halt mal ein paar Jährchen wieder warten. Und ich glaube, ich werde noch zu Ende erzählen, ich glaube, dass da richtig viel, richtig viel Shit beim Unge läuft. Sag ich euch, so ist es. Genau, und ich zeige jetzt ihm nicht auf diesen Hype-Hate-Zug auf, sondern ich hab das ja damals auch schon gesagt, dass irgendwas mit Unge nicht stimmt, wo alle gesagt haben, was laberst du? Wo jeder Unge-Fan war und gesagt hat, oh, Unge, der Beste, der hat total viel Aufrufzahlen, wie kann das sein? Nee, stimmt nicht. Da ist er, da ist er, der Limmel. Ich hab jetzt Angst bei seinen portugiesischen, wie hat er gesagt, wenn er aufsteht, dann stehen 200.000 portugiesische Inselbrunnen auf. Heute wird's noch gelauncht, die Maschine, let's go, Digga. Hyped, Alter, bin hyped. Du weißt ja, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, also mit ins Chunk stehen oder so, sag Bescheid. Kannst auch jederzeit in Discord kommen. Jo, passt. Ach ja. Ach so, wir wollten eigentlich noch das Statement von, ach so, das, oh nee, das will ich mir auch noch gönnen. Tut mir leid, ich weiß, ich hab keinen Bock drauf, aber, das ist so, das wollte ich mir jetzt ja noch eigentlich gönnen, stimmt ja. Totally forgotten. Das von der Alten hier. Wie war das? Äh, weil das ist ja in Jean auch noch wild. Das Problem der ganzen Skandale. Ähm, gib mir Gossip, let's go! Ähm, Pablo Ketskobar hat übrigens im Dark Cat, äh, angekündigt, dass er in Little Italy sein Truppenfisch und Pärrum ausbauen möchte. Oh, scheiße, der. Scheiße. Liga, es läuft einfach Minecraft-Musik, oder? Das ist aber Eldre, Gymnop-Tipptipptist. Der hat einfach Minecraft-Musik genommen, der Typ. Oder bin ich lost? Hier, der Typ hat einfach der hier, äh, Eldre, Gymnop-Tipptipptist, hat einfach... Wo hat er das gepostet? Auf Witzer? Wegen den Kitzelkiller? Telemiau. Unge. Ein Yoga. Ein Sample. Das hört sich gar nicht schlecht an. Äh, Unge. Ne, wie hießen die Alte? Unge Beef. So, zack. Wir haben ein Bumshaus aus dem Haus. Was ist denn das? Mö Moody. Was hat denn der im Gesicht? Digga, das ist ja ekelhaft. Ich kenn den nicht. Digga, die sieht voll eklig aus, die Maske, oder? Digga, äh? Na egal, anyway. Das sind Männer. Moody ist obdachlos. Digga, was geht denn hier ab? Das ist eine Naruto-Maske. Digga, die sieht voll eklig aus. Sehr bekannt. Digga, ich gucke gar nicht nach Naruto, aber die Maske sieht irgendwie, kann auch nicht wie aus. Na egal. Egal, 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 egal. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Wo ist es? In der Scheiß hier. Such danach. Ja, ich glaube jetzt, wo du es sagst. Nein, ich suche es nicht. Ähm. Ne, KuchenTV war mir zu, war mir zu, war mir zu Dingsbums. Wie war denn nochmal Stay? Leute, ich hab kein Auto. Ich fliege sonst deine Nudes. Weißt du was, Phil? Es ist Zeit, du kannst sie leaken. Let's go. Oh. Ah. Ah. Let's go. Das ist auch mal, ich find's auch fair für alle. Dass alle jetzt auch gleich fair meine Dinger sehen, ne? Na, ne, Stay find ich anstrengend. Äh, Carina war's. Genau, Carina. Ja, TJ fühl ich nicht. Ich glaub, wir gehen bei Incav rein. Oder halt, äh, zu dem festen Freund von Phil da. Echt mein bester Freund. Aber ich hab den auch noch nie gehört. Ich hab nur mal einen Short von dem und letztes Mal irgendwann, äh, ne, äh, äh, KuchenTV haben wir gesehen, als er auf ihn reagiert hat. Ja, einer reagiert auf den anderen. Ah, scheiße. Bin ich lost. Passt. Passt. Ich liebe diese Super Bowl. Also, ich, ich, hier, äh, könnt ihr dann klippen und hochladen, dann geht's viral. Ähm. Ich sag's ja so jetzt, ich liebe diese Bowl. Ich liebe die über alles. Die ist so insane. Äh, äh, Paint. Bam. Also. Folgendermaßen mach ich die. Die hab ich mir irgendwann mal selber so besucht. Also, ich mein, das ist theoretisch, das ist jede Bowl, die man sich ja macht, so immer das Gleiche, ne, aber, äh, trotzdem egal. Trotzdem ist das meine Kreation, ne, Copyright. So. Also, ich mach immer rein 250 Gramm Joghurt. Ja, ich find Paint so geil. Ich hab das von, äh, Pirate Software hab ich das, falls ihr den kennt. Äh, 250 Gramm Joghurt. Und zwar nehm ich immer, es ist total egal, welchen ihr ja nehmt, aber ich nehm immer, ich gönne mir immer hier Dingsbombs, ähm, also ich nehm halt immer diesen Wein Stefan, ich fühl den voll. Und ich nehm immer den mit 1,5% Fett, weil weniger Fett, weniger Fett und ich liebe, äh, nicht 1,5, eben nicht 1,5, sondern den 0,1, weil der schmeckt viel leichter und erfrischender, finde ich. Viele mögen das nicht, viele mögen Joghurt so richtig mit hohem Fettanteil. Äh, den hier, den find ich so geil lecker, allein das Bildschirm ist so erfrischend aus. Ähm, den nehm ich immer, aber jeden Joghurt nehmen, ist total egal, logisch. Also, wenn der nicht da ist, nehm ich auch 1,5. Ähm, 250 Gramm. Ähm, dann nehm ich halt, das ist ein bisschen speziell, das werdet ihr alle nicht haben. Ups. Ähm, ich liebe halt, ähm, Foodspring für meine Supplements. Foodspring ist halt relativ teuer, aber ich hab das Glück, dass meine Firma einen, ähm, 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 20% Rabattscheißdreck hat. Wobei, ja, das Angebot zurzeit, schätzt ihr? 30% auf Aminosäure. Und zwar nehm ich da immer Clearway. Clearway kennen viele nicht, falls jemand von euch Protein-Ding nimmt. Ähm, Clearway. Wein-Stefan ist schon höher im Regal. Ja, ist wirklich teuer. Ist halt so ne typische Bayern-Scheiße. Und zwar nehm ich immer die Limonaden-Clearway. Ihr seht schon, das ist ein Protein-Drink, aber eben nicht dieses klassische Protein, was ihr kennt, was dann so milchig ist, was ich auch abends immer trinke. Äh, dauerwehrbesinnung. Das ist nicht das, was ich abends immer trinke, das mach ich mir abends mit Milch. Abends liebe ich ein Milchshake, also, das schmeckt wie ein Milchshake. Ich nehm mir da immer hier Protein-Shakes. Und dann nehm ich immer das Free K von dem. Oder das hier, das über Nachts, aber ich nehm immer das Free K. Wenn ich's find, ist ja wurscht. Ähm, das nehm ich immer abends. Die, genau. Da nehm ich immer Vanille. Das schmeckt so geil mit Milch rein. Alle sagen immer mit Wasser, ich mach mal Milch rein, da hat der auch nochmal Proteine. Ähm, das ist ein ganz normaler Shake, wie man's kennt, was dann aussieht wie ein Milchshake. Und es schmeckt auch eins zu eins wie Milchshake. Es schmeckt nicht wie dieses klassische Protein-Scheißdreck. Schmeckt wirklich wie Milchshake im Restaurant. Schmeckt so geil. Kann ich euch, aber kostet halt 30 Euro, kostet halt, äh, Ding, ne. Also Proportion 1,20 Euro, ja gut, geht eigentlich. Naja, anyway, ähm, das nehm ich abends immer. Und aus meinem Grund, weil 3K, da sind einmal, da sind die drei verschiedenen Dinger drin. Casein, Whey und, das ist das andere, und Ei-Protein. Und Whey ist für kurzfristige Proteinversorgung, Casein für längeres, für längeres, ähm, Ding über Nacht. Ähm, wird langsam am Körper versetzt, deswegen ist es besser über Nacht, was dann sozusagen das Ding bekommt. Ist egal jetzt. Wie viele Kalorien? Äh, kannst du dir also nachgucken. Ich liebe wirklich Dinge, diese hier. Proportion 117 Kalorien. Also recht wenig Gelenk. Ich find's super. Naja, egal. Ähm, 2 Gramm Zucker pro Portion ist super. 24 Gramm Protein, top. Na, anyway. Ähm, auf jeden Fall nehme ich dieses Clearway. Alle, die nicht Clearway kennen, kann ich empfehlen. Weil jeder, der immer einen Protein-Check denkt, weißt du, man macht, im Sommer macht man irgendwie Krafttraining. Und, ähm, mega warm. Oh, Fokus an den Hut. Und. Dann. Hat man, äh, hat man Bock auf einen Protein-Check. Oder man muss einen Protein-Check trinken, ne. Versorgung danach bleibt. Dann muss man so Milch-Dings-Gedöns trinken. Das fühl ich immer null. Und Clearway verwechseln viele immer. Äh, äh, was ist verwechseln? Wissen nicht, was das ist. Genau. Das halt im Sommer ist halt, geht gar nicht. So, und so sieht Clearway aus. Also je nachdem, ich mach's im Shaker, dann hab ich relativ viel Schaum noch. Muss ich dann mal stehen lassen, ein bisschen. Das ist so geil, find ich. Also nach dem Training im Sommer, find ich, kann ich empfehlen. Naja, anyway, auf jeden Fall hau ich mir immer so Clearway rein, wenn du sagst, du hast sowas ähnliches von deinem Bruder, das passt. Weil ihr könnt natürlich kein normales Protein-Pulver rein, das schmeckt, also kann man theoretisch auch machen. Dann wird's halt eher so Milch-Reis wahrscheinlich. Aber ich hau auf jeden Fall dann, zu den 250 Gramm Joghurt hau ich dann 30 Gramm Clearway rein. Bei mir ist es halt Zitrone, das schmeckt mega geil. Diese Zitrone, diese Zitrone mit, ähm, ähm, mit diesem Joghurt-Ding schmeckt so geil. Dann hau ich, äh, entweder normale Haferflocken oder ab und zu hau ich mir hier von Köln, Köln, äh, Porridge. Bei mir halt Erdbeere, ja, passt ja auch. Aber es ist Clearway, ne, dann passt's ja. Ich weiß halt nicht, ob Erdbeere gut schmeckt. Das weiß ich halt nicht. Aber wird, denke ich, gehen. Genau, dann hau ich mir von, von Köln immer den Shit hier rein. Ähm, ihr könnt auch ganz, ist halt relativ teuer, sag ich mal, 3,49 Euro. Normale Haferflocken kosten irgendwie 90 Cent oder so. Ähm, und hier ist auch ein bisschen mehr Zucker drin als die normalen Haferflocken. Was ich aber da, wo ich kein Problem damit hab, weil ich will ja meinen Glucosespeicher danach auffüllen. Da haben 100 Gramm, haben 3,3 Gramm Zucker. Das heißt, und ich mach 50 Gramm rein. Das heißt, ich hab dann irgendwie die, die Hälfte, ähm, ich glaub, normale Haferflocken haben ein bisschen weniger. Aber ich find die vom Geschmack her mega nice. Ähm, da sind so kleine Bärchenstückchen drin. Ähm, deswegen, ich fühl die. Manchmal mach ich aber auch normales, äh, normale Haferflocken rein. Ist total wurscht eigentlich. Aber ich mach meistens immer so Porridge oder Haferflocken eben rein. Da mach ich 50 Gramm rein. Hafer oder Porridge. Zack. Und dann mach ich immer so, boah, zwischen 30, je nachdem wie ich Bock hab, 30 und 50 Gramm entweder Blaubeeren. Oder, äh, Erdbeeren. Oder, meistens mach ich Blaubeeren. Ich fühl, ich fühl Blaubeeren ohne Ende. Genau, das ist eigentlich so das Ding. Okay, also zuerst Joghurt rein, dann diese 30 Gramm Klibe, muss man relativ viel umrühren. Es dauert extrem lang, bis Pulver sich im Joghurt, äh, Apfel, genau, und Apfel noch, genau. Letztens hab ich mir Apfel reingemacht. Weil ich liebe generell im Sommer Joghurt mit Apfel, das fühl ich ohne Ende. Das fühl ich ohne Ende. Genau, du kannst reinmachen, was du willst, na klar, natürlich. Ich bin halt eher so ein Fan halt von sowas Fruchtigerem. Ähm, genau. Bananen hat ja, glaube ich, viel Vitamin K und so. Man sagt ja immer, dass Banane gar nicht so gesund ist wie der Ruf, weil sie recht viel Kalorien haben und im Endeffekt wird sie auch nur zu Zucker gemacht im Körper und stopft halt und so, aber ihr kennt das, egal was du isst, es wird heutzutage von jeder Seite gehadet, so nach dem Motto, gell? Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, ja, du kannst reinschnüppeln, was du willst. Und ich liebe diesen Ding, weil da habt ihr, also laut meiner, jetzt hab ich mein neues Handy, jetzt weiß ich gar nicht, ob da Ding geht. Jazio. Ah doch, anscheinend geht's. Wartet mal kurz. Frühstück, machen wir uns einfach mal Frühstück. Frühstück, Favoriten, Mahlzeiten, erstellt, ja, genau. Zack. Ob ich jetzt einfach das machen könnte, bin ich lost, gell? Bin ich lost. Oh, ich muss mich jetzt bei der Dropbox anmelden, Sekunde. Und das liebe ich, nach dem Sport, ah, das ist so geil, ich liebe das immer dann, das zu machen. Meistens gehe ich noch kurz duschen, also eigentlich immer nach dem Sport, nicht meistens. Ähm, und dann haue ich mir eine Folge Dallas rein oder ein bisschen YouTube und dann mache ich mir diese Bowl, die kann man schön gemütlich in so einer Viertelstunde, 20 Stunden, eine halbe Stunde die Zeit lassen, schön snacken. Ich liebe das, ist so geil. Ist mein absoluter Favorite mittlerweile. Ah, jetzt geht die Authentic-Kette wahrscheinlich nicht. Ah, das ist so nervig. Ah, doch, geht, lol. Hä, warum? Okay, was? So. Dropbox angemeldet. Ist mir denn der Shit, wenn man mit einem neuen Handy die ganze Scheiße neu machen muss? Ich habe gesehen, du brauchst mehr Schleimbälle, gell? Und wir machen zwei Rutsches, Rutsches, Rutsches. Schau mal im Shop der Mall bei mir. Hast du da Schleimbälle oder was? Also das ist die App, das ist die App, die auch Phil und ich hernehmen. Phil und ich hernehmen die unabhängig voneinander her, das ist ganz cool. Kann ich euch empfehlen, J-A-Z-I-O. Ganz cool, kann man so, ich habe ja angefangen so Kalorien zu tracken und so, ich finde das ganz cool. Mache ich nicht jeden Tag, ich mache es halt so, weil mittlerweile weiß ich so, was hat und dann, ne, aber am Anfang vor allem. Ähm, genau, und da habe ich halt zum Beispiel mir hier meine Super Bowl Joghurt-Beeren in dem Fall, ich nutze die nicht mehr. Ja, ich benutze die auch nicht mehr. Ähm, ich habe sie am Anfang benutzt, weil ich wissen wollte, ich habe gar kein Gefühl gehabt, was, welches Essen, wie viel Kalorien hatte. Also klar, man schaut auch hinten auf die Verpackung von der Fertigpizza und da steht da drauf, 500 Kalorien oder so, ja, das schon. Aber so alle anderen Sachen hatte ich kein Gefühl und ich wollte mal wissen, so was schiebe ich in mich rein. Und, ähm, ich benutze es ab und zu schon noch, aber oft kann ich halt was nicht tracken, wenn ich jetzt in der Arbeit bin, wenn sie zum, zum Italiener, zum Bäcker gehen essen oder so, dann. Spaghetti Bolognese, ja, die kannst du da eingeben, aber jeder macht eine Bolognese anders. Da kann sein, dass der Fettgehalt viel höher ist oder, ne, und so weiter. Aber das hier ist relativ, also das ist sogar sehr genau, weil halt alle Sachen, du kannst das scannen mit Code und diese Sachen sind ja alles, weißt du, das Fertigprodukt, sag ich mal. Genau, also 250 Gramm Joghurt, 133 Ding, dann Clearway eben, mache ich von Futsping, das Limo 100 Ding, Heidelbeeren mache ich 80 Gramm. Oh, mehr sogar. Ich hatte das mal gewogen, wie viel ich immer reinmache. Ich mache immer so eine Handvoll, aber 80 Gramm kommt mir jetzt sehr viel vor. Kann aber sein, das ist, sind doch echt schwer, Heidelbeeren. Ähm, und dann eben dieses bärige Haferporridge von Köln. So, das sind insgesamt 461 Kalorien, also das ist eine Kaffel Schokolade von den Kalorien her. Das ist eine gute Portion. Ähm, 46 Gramm Eiweiß, 4 Gramm Fett, mega nice, aber hat natürlich auch mit Joghurt zu tun. Wenn ihr da jetzt natürlich, ähm, 2,5 Gramm hernehmt oder, äh, 3,5 oder 1,5, das ist mal ein Unterschied. Äh, 53 Gramm, äh, erkennt aber keine russischen Produkte richtig. Oh, lol. Okay. Wegen, äh, hier, äh, wegen Sanktionen, oder? Äh, 53 Gramm Kohlenhydrate und eben Kalorien. Finde ich top. Also ich liebe das, ich tage sogar, wenn ich esse in der Arbeit, ähm, esse ich dann einen Salat zum Beispiel, so einen Thunfischsalat oder sowas. Und komme abends nach Hause, esse davor ein Toastbrot mit Honig, damit ich Energie habe. Dann mache ich Sport und danach esse ich so eine Super Bowl. Das sind 500 Kalorien, da kriegt man schön die Energie wieder. Gut, Proteine, 46 Gramm Proteine, top. Dann esse ich danach vielleicht noch, manchmal mache ich mir noch, wenn ich einen großen Hunger habe, wenn ich am Tag nicht viel Geld habe, vielleicht noch so ein Albersbrot mit Käse, eine Scheibe Käse drauf oder so. Aber meistens nur das. Und ich liebe diese Super Bowl, also kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, probiert mal Jonas, ob das, äh, Foku, ob das mit dem Erdbeere taugt. Kann halt sein, dass es kacke schmeckt. Das weiß ich eben nicht. Ja, aber es wollte ich gut, dass du es fragst. Ähm, ich wollte schon lange euch mal die mitgeben, weil ich immer davon erzähle und ich, also ich liebe die wirklich über alles. Packung Fladenbrot war mal anscheinend in Oberkrakau. Okay. Ja, Russland hat sich leicht, gell? So. Kannst du mir ja mal schicken, Foku, dann können wir uns das auch mal im Stream anschauen. Können wir ja nach dem machen. Lass uns währenddessen anschauen. Elf neue Add-ons gibt's. Oh. Könnt ihr was? Unser Add-on Beauftragter? Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Sie ist based. Heißt es so, sie ist bodenständig übersetzt? Ey, also nochmal Props an ihr Setup. Ich find das insane. Also gut, der Schmetterling mit dem Totenkopf, ja gut, das ist Vorklacher, aber echt, das ist lila und so, also violett-Ding sieht übelst insane aus, wirklich. Na ja, neue Betonfarben. Ich muss es noch bio lernen für mündliche Prüfung. Oh, Pizzi, viel Erfolg, wann hast du? Boah, Digga, das ist auch nicht leicht grad bei dir, oder? Jetzt hast du Abschlussprüfungen und Shit, oder? Oder Prüfungen? Ja. Äh, das mit deiner Mom. Viel Erfolg, Digga. Ey, ich hätte so Bock, wirklich. Ich hätte so Bock, auch ne... Ich hätte da so Bock drauf, auch ne... Oh, Geld-Add-On. Oh. Ich hätte so Bock, ne, auch ne, ähm... Ich hätte so Bock, auf ne Reaction zu machen, also ne Statement-Video, oder wie nennen sich diese Viden hier? Ja, keine Ahnung, was ist... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, wo ich dann sag, so, ja, nachdem jetzt, wie sie auch gerade so, Carina so, ja, alle tun jetzt ja über Unge so, leaken und so, und ich möchte jetzt auch meine, mein Statement dazu sagen, ähm, ich hatte nie was mit Unge zu tun und hatte auch nie ein Problem damit, aber ich wollte dieses Video machen. Danke. Einmal so mit auf den Zug aufspringen, hätte ich voll Bock drauf, eigentlich. Nächstes Jahr gibt's dann 11. Klasse rein ins Abi, Let's Go Pizza. Let's Go! Ah, so'n Ding. Witch Pizzi, da seh' ich dich. Gernstern. ällensthe, da seh' ich dich. Nichts. Vielen Dank. Schwämmchen brennen. Hm. 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 Das ist schon heftig, ne. Hm. Hm. Egal, ob man jetzt Katzen mag oder nicht, aber das ist einfach unpassend. Das war die Lena, oder? Oh. Das kennen wir auch noch nicht. Achso, genau. Das war der Shit. Ja, genau. Oh, oh. Richtiger Beef jetzt. Wir müssen eh die Schwämmchen durchbrennen, bin aber ganz kurz nochmal weg, tut mir leid. Halt los. Z질방ade. Halt los. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank. 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 Oh mein Gott. Hey, Ich habe es geschafft. Mein Laptop ist wieder hochgefahren. Wir schauen uns jetzt wieder... Wir schauen uns jetzt wieder 40 Minuten Live-Reaktion an. Schön, ja. Schön wär's. Agent, Und... Und... Es ist wie, wenn ich... Ich... Aber egal, aber... Ich... ist ja auch nicht... mit der Meter... Mann, kennt die? Okay. Alles klar, Pinky. Also, Pinky, was natürlich, wenn du einen PC jetzt hochkriegst, wäre natürlich eine Überlegung, ihn neu zu installieren, gell? Das Betriebssystem und so ein Shit. Falls es daran liegt. Aber ein Risiko ist natürlich auch, dass er während dem Neuinstallieren abschmiert. Und das ist immer ganz schwierig, gell? Wenn er gerade beim Ding und so, muss man mal gucken, aufpassen, gell? Loll! 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 Fende ist schon funny. Und ich meine nicht die Chips, wenn YouTube noch weiter auseinanderbricht und gefühlt jeder irgendwas auspackt. Und die Hilfe alle mit... Dass sie sich alle so gegenseitig abschießen, weißt? Der hatte damals Stress mit Apoet und sogar einen Gerichtsprozess. Den hat sie gewonnen. Ah, okay. Oh, wild. Ah, okay. Und unten hat sie ihr eine Nachricht geschickt, dass sie eh nicht gewinnen wird. Das ist eigentlich heftig. Ich finde es cool, dass ihr habt ihr gesehen, eingeblendet... Ich hoffe, das passt von der Größe her. Sie hat eingeblendet, dass sie keine Nachrichten oder sowas legt. Sie macht nur Gedächtnisprotokolle oder sie tut es. Das finde ich richtig cool eigentlich, muss ich sagen. Oh mein Gott, Dave, du wirst es nicht glauben. Wir folgen jetzt Katharina Hamm! Bitte was? Sie folgt mir doch auch. Sie hat null Follower und hat einen Link in die OVB bei Save Real. Warte was? Die verarschen es doch. Schreibt sie doch mal an, Pizzi. Irgendwie so, hey, mal was trinken gehen oder so. Jo, die Fische. Also, ich hoffe, das sieht jetzt nichts in der Torren Franziska, was ich hier mache. Oh Gott. Es tut mir leid, aber das ist nur für... Oh Gott. Oh Gott. Es tut mir leid. Oh Gott. Was war denn das für eine Fischstäbchen-Action jetzt hier? Oh Gott. Ja, abgeklippt. Fischurzid. Hä? Bitte was? Bin ich jetzt lost? Für die Gerichtsfahndung als Beweislast. Ja, ich hab's geklippt. Ey, schlimmer als Käpt'n Iglo. Gell? Alle sagen immer, ich bin so pervers. Ich find, wenn Fisch auf dem Boden rum... Dings hört sich das andere an, als würde sich einer einkollen. Wieso hab ich denn jetzt... Bin ich blöd? 20 plus 45 sind doch 65. Oder bin ich jetzt gerade lost? Ich hab einen Schwamm dupliziert. Ich hab 65 Schwämme. Das haben wir noch nie geschafft. Normal verliere ich Schwämme. Ich hab... Äh... Ich hab geschwammt. Geschwammt. Hä? Oder ist das... Hä? Vielleicht ist das auch nur Anzeige-Scheißdreck oder so? I don't know. Buh! Ja, tut mir leid. Das war jetzt nicht... Scheiß, und jetzt sogar leid, Digga. Hä? Da muss der Rad mal drüber abstimmen. Ah, okay. Ah, now we're talking. Seht ihr? Hä? Das war ein Anzeige-Bugdown oder... I don't know. Das war ja... Weird. Okay. Ja, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich mach mir jetzt einen Fußwärmer an. Ich hab's voll Bock drauf, wirklich. Ich geb jetzt schon ein bisschen älter. Räume und so'n Shit. Ja, jetzt voll Bock auf den Fußwärmer. Eigentlich so, sag ich so, wie es ist. Stufe 2, Alter. Gönne ich mir richtig. Stufe 2 von 3. Geil, Alter. Da hab ich Bock drauf. Wenn wir 50-50 machen, sag ich nichts. Wir müssen dann immer, weißt du... Wir müssen den Schwamm dann immer... So monatsweise kriegt der eine, der kriegt der andere. Ausrufezeichen Fußwärmer. Oder FW vielleicht sogar. Oh. Keine Ahnung warum doppelt es. Loll stimmt, neben Shuyoka, Leroy, dann gab es jetzt hier Unge und dann gab es noch Anil Duck, richtiger Beef zur Zeit. Also zur Zeit. Derzeit nicht verfügbar, weil alle Leute schon gekauft haben. Ja einfach in Google Fußwärmer eingeben, ich liebe das. Ich habe immer kalte Füße, im Winter vor allem. YouTube Deutschland brennt und mir gefällt es. Ja also wie gesagt, ihr wisst ja, normalerweise reagiere ich ja gar nicht. Und auch so klassische Reaction mache ich ja natürlich noch gar nicht, ne. Dass ich das in einem Video mache oder so. Aber es passt einfach, also wenn ich jetzt normal Minecraft spielen würde, dann würde ich das nicht machen. Aber ich finde es passt perfekt für Cornlands. Weil hier einfach die ganze Zeit Sand platzieren und Wasser abbrauchen, versteht ihr was ich meine? Da ist, finde ich, perfekt so Videos im Hintergrund laufen. Finde ich wirklich, macht richtig Bock da zuzuhören. Das ist für mich auch top, weil ich höre da so zu und lasse mich ein bisschen ablenken und dann geht es viel schneller, viel angenehmer hier das Ganze. Ich habe heute wieder den ganzen Shit da hinten gemacht. Das ist mega nice. Den Sand habe ich weg gemacht. Okay, es war jetzt nicht viel Arbeit, aber trotzdem. Es ist einfach, einfach nice. Einfach cool. Fert perfekt. Ja. Also das wird jetzt logischerweise kein gängiges Prinzip bei mir. Also mal gucken, außer die Klicks gehen gut durch. Dann vielleicht mache ich dann konstant Content Creation Reaction. Mal schauen. Also. Ich hab mich jetzt mal dr tonnes Abschneickel,aremos bei unserem GeForber. Und dann habe ich also gedacht, wenn ich meine BeZiele kleines Filme im airflow. Gleich geht liquid. Gleich geht es eigentlich. Danke, bist du jetzt auch alles. Wenn manradiertot ist, bitte was ges mataik. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Loll. 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 Vielen Dank. 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 Alles klar, Philly? Vielen Dank. Bei welchem Shop meinst du Jonas? Ach so! Oh! 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 Vielen Dank. Oh, meu P. Nice. Oh, my God. 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 Was macht der Junge da? Wir bauen ja eine Wasserverdrehungsmaschine, Digga. Und der baut jetzt nicht, Digga. Wenn das klappt, dann flippe ich aus. Das ist ja insane. Bin gespannt. Was für ein Apparat. Und dann halt hier nochmal. Ach, so belastend ist es, glaube ich, nicht, Phil, glaube ich. Schauen wir mal. Ich meine, Phil, zur Not. Zur Not, ja. Äh, äh, Regelwerk. Äh, Regelwerk, ja. zur Not, ja, zur Not-Fill. Pass mal auf. Paragraph 7.6. Paragraph 7.6. Performance und Leckfreiheit. Jeder Server-Member hat auf die Performance und Leckfreiheit des Servers zu achten. Items sollten nicht sinnlos am Boden liegen gelassen werden, besonders bei der großen Terraform-Arbeiten. Es dürfen keine unnötigen Redstone-Bauten, insbesondere Leckverursachernde Schaltungen, gebaut oder betrieben werden. Also, dich ziehe ich sowas von vor Gericht. Komm, schmeiß mich vom Bild. Nee, wir müssen doch mal durchgreifen, jetzt langsam mal. Oh, stimmt, dann fliegt Walter. Hm. Mr. Broncos Band wegen Schwammglitsch, pilbern wegen Rettstuhlmaschinen. Ein guter Tag. Es gibt keine Regelung für spielbare Charaktere. Nicht ziel. Ich ziehe dich mit. Wenn ich gehe, ziehe ich dich mit. Achso, wir müssen eh Sand machen. LOL. Hä? Hä? Was? 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 Wieso das? Was? 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 Also ihr Ehemann? Landunge? Was? 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 Wieso? So CodeED? Wo Präsident? � Vielen Dank. 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 Ja, 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 unterschreibe ich. Ab in den Einkaufswagen. Naja, das stelle ich mir echt krass vor. Oh, ja, mach ich, mach ich, mach ich will, mach ich. Ja, no, ja, 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 ja... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Aber was ich ja null check, warum er Carina nicht anschreibt, sondern es ist den Ehemann so komplett random. Also check ich null irgendwie. Okay. Ja. 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 Digga, und ich dachte, ich mache lange Sprachnachrichten. Zwölf Minuten. Digga, what are you talking about? Jesus Christ. Ja. Absolut red flag, ja. Ja. Ich habe es gemacht, Philipp. Brauchst du noch Granit? Ja. 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 alles klar ist ein bisschen zu weit bisschen zu weit nach vorne er hat da nicht drauf es ist wild ok Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist so krass. Ich weiß nicht, wie es ihr findet. Ich habe da jetzt mehr erwartet. Ich habe auch nicht vieles kapiert, weil diese Mimi-Story da mit Abwarten, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber das fand ich jetzt... Ich meine, alleine hätte sie jetzt nie so ein Video gemacht, weil das hier reicht. Aber das stimmt schon. Das hat sie gut gesagt. Es ist ein weiteres Puzzleteil. Das fühle ich. Das verstehe ich. Das ist definitiv. Also im Gesamtbild macht es ungenauß schlechter, keine Frage. Aber ich finde es jetzt... Ich dachte, ich dachte, es ist wilder Typion. Und das ist... Und das ist... Boah! 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 Schlecht gealtert, Herr Komiker! Boah! 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 Ja, da muss ich jetzt leider ein bisschen intervenieren. Also, da hat sie nicht so ganz recht. Also bei mir zum Beispiel, Mr. Broncos, gerne Prima da lassen. Mich dürft ihr ruhig als Gott sehen und auch als Idol und komplett alles nachmachen, was ich mache. Das finde ich eigentlich, muss ich sagen, an der Stelle jetzt nicht richtig. Genau, ich bin euer Idol, euer Meister und the only one to follow. Das ist auch falsch, ich bin perfekt. Ja, genau, das war Auto verkaufen. Sag mal, also. Oh. Warum sind die, warum sind die, ist das Klausuren relevant? Warum sind die Dinger so komisch, die Katze am Ende? Bei denen ist es einfach vorbei gewesen, oder? Okay, ich habe jetzt eigentlich da, oh, 55 Minuten, also da habe ich jetzt eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. War das, was, was sagt sie? Ich frage mich, wie viele öffentliche Personen, die sich ja noch am Skandalen Abschied machen, schade zu sein, ey, gibt es gerade irgendwie Bananen für eins, 75, das nutzt ja nichts, wenn irgendwas wieder ausweint. Ich denke, alles lässt sich gut zusammen. Ungeversucht, unwiderstehlich zu wirken, auf die Frauen, und das hat sich irgendwann alles selbst geglaubt. irgendwann eine Abgabe angehört, die Vertrauen, was verlange ich, na, 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 na. Ja, also, wenn sie jetzt sagt, sie wurde vergewaltigt, dann wäre es noch interessant, aber wenn das jetzt wieder so irgendwie ist, ja, der hat mich angerufen, oder so, wisst ihr, was ich meine? Wenn das jetzt richtiger Deep Talk Shit ist, würde ich sagen, okay, dann ist krass, aber... ... 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 Das kennen wir ja schon. Okay, da ist schon ein paar WhatsApp-Leaks hier. Wäre eigentlich schon interessant. Den Boden am Ende wegmachen. Auf Höhe 50. Ja, mach ich. Ich komme rüber. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so wild. Aber ganz ehrlich, wir haben eh nichts zu tun währenddessen. Weil wir bauen wieder weiter Sand ab. Irgendwie nur so als Zeit-Info, weil ihr kennt ja das mit denen, dass alle immer sagen, ja, hey, nur so und so viel Prozent meiner Zuschauer sind Abonnenten oder so. Da habe ich eine der besten Statistiken, würde ich behaupten. Weil von meinen zwei Zuschauern sind 100 Prozent Abonnenten. Glaub ich. Hoffe ich. Das hier, Phil, gell? Das lese ich jetzt erst. Jawohl, mein Führer. Zu übertrieben. Jo, Digga. 1er-Blöcke weiter. Passt. 1er-Blöcke weiter. Passt. Ich habe mal eine ernste Frage an euch. Hatte schon mal jemand von euch eine Panikattacke? Also Panikattacke ist, wo man dann komplett nicht mehr atmen kann und alles anzweifelt und man komplett überfordert ist und man sich hinsetzen muss und kalt im Gesicht und komplett gar nicht mehr. Alles ist schlecht und mach ein Ding. Alles ist schlecht und mach ein Ding. Das ist schlecht. Die hat Onlyfans! Los, rüber da! Ich glaube nicht alle schwache Menschen, gib mal Dave, wenn ich die bei Minecraft-Spielen zuschaue. Nein, ich frag das nur, weil Johnny hatte immer Panikattacken früher. Ihr wisst ja, ich tu mir teilweise schwer bestimmte Krankheiten anzuerkennen. Was heißt anzuerkennen? Ich erkenne es schon an. Aber ihr kennt zum Beispiel meine Meinung über Depression. Das ist absolut legend und Depression darf man nicht unterschätzen und so. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute das ausnutzen so ein bisschen. Versteht ihr, was ich meine? Die müssen Montag in der Früh in die Schule und sagen, sie haben Depression. Sie sind fix und fertig. Das ist zu einer Trendkrankheit geworden. Nicht falsch verstehen. Leute, die wirklich Depression haben, wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist total wild und das ist richtig krass und wild. Man weiß es auch oft nicht und so weiter. Aber bei Panikattacken, weil ich dann Johnny auch mal gefragt habe. Mich hat das dann interessiert. Ich so, aber was genau ist denn? Ja, da war es richtig stressig mit Familie auch und dies und das. Und ich glaube, jeder Mensch ist wirklich anders. Weil die Sachen, die Johnny mir da erzählt hat, dachte ich mir halt so... Naja gut, das hatte ich mein ganzes Leben lang mal fünf gehabt, so nach dem Motto. Ähm, und... Also, mir fällt es nur schwer nachzuvollziehen. Heißt nicht, dass ich jetzt recht habe. Ich bin da mal ganz vorsichtig. Weil es kann wirklich sein, dass ein Mensch halt... Ein Mensch ist anders. Ein Mensch kriegt vielleicht eine Panikattacke, wenn eine Freundin Schluss macht. Und dann fängt er wirklich an zu atmen und so, wisst ihr. Ich kenne das halt nur nicht. Und kann es halt sozusagen... Hab es noch nie selber gesehen. Und auch von jemand anderem gesehen. Deswegen fällt es mir immer schwer. Und ich dachte, wenn es jemand von euch hatte, wäre es mal interessant, so auch noch eine andere Meinung zu hören. Es wäre cool, wenn die Leute nicht immer anfangen zu sagen, ich versuche mich kurz zu halten, weil es wird ja dann eh nicht... Es wäre cool, wenn mal einer sagen würde, ich halte mich nicht kurz, ich werde so ein richtig langes Video machen. Das würde ich euch fühlen. Okay? Okay. So. 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 Vielen Dank. Mal schauen, wie krass die, Entschuldigung, oder wie krass ihre Aussagen sind. Wenn die so richtig heftig sind, ohne Beweis, immer schwierig ein bisschen. Sollte passen, Fili. Ja. Ja. Ja, das kann ja keiner. Ja. 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 Ich nehme nur den Kies gleich mit, deswegen. Ja. 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 Naja. Zweifache Mama, lol. Digga, imagine... Also nicht gegen sie, die kommt jetzt ein paar tisch rüber. Aber imagine, sie hat ein Kind und die Generation, wie sie das alles ändert, gell. Du wächst dann auf und wirst dann irgendwann so 13, 14, 15, sag ich mal. Und bist dann vielleicht so off-only, genau, wollte grad sagen. Und bist dann so off-only-Fans unterwegs, um ein bisschen zu fappen, weißt. Und dann wird dir plötzlich so das Profil von deiner Mom von vor 10 Jahren, 20 Jahren, was auch immer, vorgeschlagen. Digga, jo, also da wäre ich ja auch dann erstmal raus, glaube ich, mit dem Masturbieren für ein paar Wochen. Digga, also... ... ... ... ... ... ... Warte mal, ist sie die Freundin, ich weiß gar nicht wer sie ist, jetzt check ich sie erst, ist sie die Freundin von... Ungedank gewesen, da wo der Name immer nicht gesagt wurde, wo es hieß, liegt der Name nicht. Also bitte nenn mir einen Jünglichen, der heute auf Playboy-Heften einen callt, äh, später wird OnlyFans kaum einer mehr kennen. Meinst du echt? Denkst du, OnlyFans wird es irgendwann nicht mehr geben? Ich glaube, das wird noch richtig big. Echt? Denkst du wirklich? Ich glaube, das ist die, das ist praktisch ihre Freundin, die 15-Jährige, das ist dann die, wo, äh, nee, das ist doch dann, das ist doch dann die, die Freunde mit der Akiki, äh, mit, äh, wo, 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 Alblali, a.k.a. Dadurch, dass der Name nicht gelegt wurde, ist es für mich jetzt ganz schwer, das zuzuordnen. Gelegt war doch dann mit ihr dann auch zu name. Egal, vielleicht kriegen wir, aber jetzt check ich es jetzt langsam. Warte mal, äh, ich will es mal ganz kurz wissen. Kiki Unge Beziehung? Egal, er ist einfach schon raus. Kiki Unge Beziehung? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist weird! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Imagine, du machst einen OnlyFans Account, aber nicht mit deinen Pipi-Dingern. Immer so ein anderer Schwanz bei jedem Bild. Und dann die Leute, die das abonnieren, denken sich so, hä, ist doch irgendwie, warum ist der jetzt so gläutig? Das habe ich tatsächlich so ungefähr gemacht. Also ich habe dann einfach mit deinen Bildern weitergemacht. Mittlerweile habe ich minus 10 Abos. Also erstens aben. Und drittens, das ist nicht nett. Ja, dann finde ich auch, dass sie mich de-abonnieren. Ich hatte einen Kommentar noch gerade. Ich finde es immer so witzig, wenn jemand im Discord kommt, dann muss ich den Kommentar noch lesen. Ich muss aber dann. Ey, du weißt nicht, wie viele Leute bei Redstamm-Konstruktionen-Tutorials like this, like that sagen. Das ist jeder zweite Satz. So, you're gonna build it like that and you put this like this and that behind this like... Okay, ich mache das Video auf Pause, legen wir los, oder? Ja, ich glaube, wir könnten anfangen. Ich schaue gerade noch, ob irgendetwas... Fällt hier irgendetwas auf, oder sowas, oder was? Er ist denn, dass es insane fett aussieht, das Ding? Let's go, Alter. Aber wieso kann der so weite Dinger schieben? Ich dachte immer nur 15 Blöcke können geschoben werden. Das ist so, dass jede quasi... Also du siehst ja von hinten. Ah, ja, ja. Und Schleimblock ist eine eigene Maschine. Verstehe. Und quasi der nimmt die 3x3 immer mit da drum, plus den Beobachter, plus noch ein Schleimblock, der davor ist, oder... Perfekt. Plus den Beobachter. Darfox ist ja auch da. Perfekt, Darfox nicht wegpimmeln, es geht gleich los. Vielleicht brauchen wir nicht, aber... Vielleicht hat man Angst, dass zu wenig lädt, aber normal lädt der Chunk, wenn man hier steht. Das muss eigentlich alles passen. Ja, let's go, ich bin hyped. Warte, ich lasse noch pennen, oder? Ich komme kurz mit Betty, warte. War das hier nicht irgendwas gewesen eigentlich? War das irgendein Bett hier mal? So. Und von der anderen Seite sieht ja auch anders so cool aus. Kurz nochmal die Abfrage. Vermisst du irgendeinen Beobachter, irgendeinen Beobachterblock von einer Macht? Tut mal jeder Beobachter, tut mal gucken, ob er seinen Partner Beobachter hat. Irgendwo wurde sich hier gemeldet. Irgendjemand hat sich hier gemeldet. Gefunden. Okay, frischer Morgen, die Vögel zitschern, oder auch nicht, weil es in Minecraft keine Realshands gibt. Digga, wenn das wirklich klappt, dann flippt ich aus. Ich hoffe nicht, dass wir alles sehen. Das ist jetzt wieder drei Stunden umsonst. Also, soll ich meinen Guess abgeben, oder willst du erstmal nicht abgeben? Ja, du kannst auch seinen Guess abgeben. Es sieht echt durchdacht aus, und ich vertraue dir wirklich, was sowas angeht. Was er beim ersten vielleicht auch schon gemacht hat. Aber es sieht so mächtig aus. Weißt du, umso größer eine Apparatur ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, finde ich, dass es nicht klappt. Oder unten war das Bett. Deswegen, ja. Es sieht so mächtig aus, dass ich das Gefühl habe, mal schauen. Also nicht wegen Längen oder so, sondern einfach, weil es einfach, ja. Na gut, ich bin gespannt. Hast du einen Honigblock eingesammelt? Nee, ne? Nee, nix. Hier liegt ein Honigblock hier oben. Warte, ich brauche hier kurz. Hier kann es bleiben. Tagbox. Nicht abspeichern. Wie nicht abspeichern, meinst du? Ach, Dingsbomb, ne, der Wheel macht hier alle, während der Film ist noch einrichtet, kann ich es ja nochmal den Leuten zeigen, die ich es nicht kenne. Ich zeige es immer wieder. Der Williams, das ist das Geile an Williams. Also generell am Server eigentlich auch. Mein André auch. Statt, der macht, vor 28 Minuten hat er eine Sicherung gemacht, vor 58, vor einer, zweimal von der letzten Stunde, dann vor drei Stunden, vor acht Stunden. Also da waren sogar mehr Sicherungen, aber die löschen dann logischerweise nicht. Also, die tun dann nicht, alle halbe Stunde wird eine Sicherung gemacht. Und die tun dann natürlich nicht im Mai jede, alle halbe Stunde Sicherung lassen. Ähm, sondern, ja. Aber dann fehlt 30 Minuten wieder eine Sicherung. Ach so, meinst du? Aber, das kenne ich doch, aber ich meine ja nur, du Pimmel. Ja, da haben wir zum Glück nur gebuddelt, ne? Ja, erstens haben wir nur gebuddelt. Das kannst du dann wieder einhauen. Ja, aber du meinst, falls der William abschmiert. Ach so. Ja, aber irgendwas ist eh anders mit dem William. Der William jedes Mal, wenn er abschmiert, und das kann nicht Zufall sein, hat der instant den Speicherstand vor zehn Sekunden geladen. Die haben da irgendwas geändert, glaube ich. Also, du hast recht. Aber bis es jetzt runterladen, das Runterladen dauert jetzt allein zehn Minuten. Es dauert nämlich richtig lang, das Runterladen und das Exportieren. Das heißt, derzeit können wir auch buddeln dann wieder. Ja. Äh, nee, war es nicht irgendwie so, dass der William irgendwie immer, äh, alle zehn Sekunden oder sowas, oder zwanzig Sekunden speichert? Und, äh, dann nach allen 15 Minuten diese quasi löscht und dann nur diese 15 Minuten abströmt? Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt neu. Hast du das nicht damals so erklärt? Nee, alle 30 Minuten, das ist das, was ich, ja, kannst wegmachen da, Fuchs, ja. Alle 30 Minuten und dann, aber nicht mit den 50 Sekunden, nee, das, nee, das habe ich nicht, nee, das hätte ich nicht gesagt, oder? Vielleicht habe ich wieder getrunken. Ja, das ist wieder Fake News erzählt, ne? Fake News, okay. So wie deine Fake News. Ey. So. Sonst sieht ja alles dufte Mufte aus, ne? Mhm. Ich reg dieses Wasser auf, dass man nicht unter Wasser da durchgucken kann. Mhm. Ein paar Tintenfische begehen Selbstmord. Mein Leben ist scheiße. Also wirklich, Sanatorin Franziska darf nie davon erfahren. Das ist eine fette Maschine, die jetzt die ganzen Delphine zerquetscht. Delphine meine ich nicht. Das ist halt wirklich die, äh, Disney-Bösewichte, ne? Ja, genau, was ich immer rede, von diesem gelben Bulldozer, der in den Dschungel rennt wird. So. Also witzig, wenn die Maschine dann komplett eskaliert und dann so bis zum Fuchs, der durchfährt und alles wegratelt, was im Weg ist. Der Fuchs kommt schon nach Hause, wie bei Dallas mit seinem Back, so eine fette Schneise. So. Dann mach ich hier den Sicherheitsblock ab. So, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ich weiß nicht, ob meine Switch das packt, aber mach schon. Wir sind ja da. So, es geht los in drei. Warte, erstmal kurz noch gucken. Bin voll nervös, Alter. Ja, ja, ja. So, es geht los in drei. Oh, ich hab alles. Oh, 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 oh. Warte mal. Warte mal. Drei, zwei, eins. Jo. Es geht los. Jo, Digga. Ich guck weg. Oh, 30 Frames hab ich, Alter. Ich hab gar keine. Ich hab gar keine. Ich hab gar keine. Es funktioniert, sieht gut aus. Ah, unten bleibt eine Reihe stehen. Aber das ist egal, selbst wenn die stehen bleibt, allein was jetzt schon verdrängt wird. Jo, allein was jetzt für Arbeit schon gemacht ist. Dafür brauchen wir drei Tage, was jetzt schon in Arbeit gemacht ist. Jo. Allein jetzt ist es schon ein Erfolg. Alleine jetzt schon. Ich will das nicht ziehen. Das ist ja insane. Kannst du am Steam gucken, Alter, würde ich. Mhm, ich guck. Ah, das wird jetzt. Okay, man kann das ja unten wieder triggern, denke ich mal. Das ist ja nicht so schlimm, die Ebenen. Aber es bleibt stehen. Aber ist da irgendetwas? Nee. Warte. Dann bleibt wahrscheinlich einfach stehen. Vielleicht ein Wasserblock nicht erkannt oder vielleicht ein Fisch oder so gewesen oder so. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass einfach Bedrock dafür zu scheiße ist. Mhm. Ja, da ist Wasser ein bisschen anders. Da geht Wasser einmal, hier ist so eine Säule drin. Ich glaub, daran liegt es. Ah, ja, genau. Hier ist irgendwas. Ich glaub, daran liegt es. Warte mal. Hier ist das Wasser ein bisschen anders. Digga, alleine was ich, Digga, das ist ein Zelt. Alleine was jetzt schon in Wasser verdrängt wurde. Nice. Ich mach das hier oben nochmal an. Mhm, ich auch. Ah, nee, hier ist etwas. Warte mal. Boah, Phil, du bist der Beste. Das ist insane. Wirklich. Boah, ist das krass. Hi, Fuku. So und so jetzt. Passiert nix. Ach, warte mal. Sieht von gar nicht aus mit diesen Wasserebenen wie so ein Damm. Wie ein Staunamm. Ähm, eine Schleuse. Jetzt. Oh. Nee. Jetzt pumst du dich ein bisschen herum. Sieht aus wie so ein elektrischer Bildo. Hier, wie da nur Fels gehört. Sorry. Ich meine, gerade. Das war aber auch in den letzten drei Stunden das erste Perverse, was ich gesagt habe. Aber es liegt eher an dir, glaube ich. Du bist immer zur falschen Zeit im Discord. Agent, da haben wir jetzt einen Regelverstoß. Föhl muss jetzt vor ein Gericht wegen einer Sorge beanträchtigen. Jetzt noch Maschine. Ja, das ist... Föhl wird dann nachher vom Sorge gekriegt. Das ist klar. Ja, aber schön hier, muss ich sagen. Schön hier. Das einzige Gute daran ist, dass hier noch immer nicht Cornelius Concordes Schatz gefunden wird. Ich finde es so krass immer, während ich hier viel rumdokt habe, ich finde es so krass, da habe ich glaube ich schon mal drüber geredet. Wenn Leute so richtig lange auf dem Room sind, so drei Jahre plus, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre und keine Ahnung, sie werden vom Room gekickt, was ja nicht so einfach ist, dank dem Regelwerk ja auch und so. Aber imagine einfach, das ist ja wirklich so ein Teil, also was man ja Zeit reingesteckt hat, versteht ihr, was ich meine? Was man aufgebaut hat und so weiter und so. Das ist ja, also jetzt im Vergleich zu Rainbow sagen wir mal, okay, wenn jetzt da dein Account gebannt wird, ja, dann ist auch so dein Fortschritt und so weg, aber sag mal, bei Rainbow liegt ja, sag ich mal, eher in der Sekunde, wo du das Spiel spielst, eher so der Spielspaß. Also wisst ihr, was ich meine? In Minecraft geht es ja darum, was du dir aufbaust sozusagen. Da ist es ja so, so das Kapital, was du am Schluss hast, was du gebaut hast, wie die Map aussieht und so weiter. Und wenn du da halt gekickt wirst, dann ist alles weg. Und dann kannst du das nie wieder weitermachen. Das ist bei Rainbow zwar theoretisch auch, du kannst mit dem Account nicht weiterspielen, aber trotzdem hast du die erlebte, hast du bei Minecraft auch, ja, aber sozusagen den Spielspaß, den Grind, den du hast, der ist sozusagen noch da. Ähm, deswegen mochte ich noch nie Drittanbieter-Server. So, vielleicht geht es jetzt kurz an, vielleicht auch nicht. Du kannst Save-Dinge ja immer, Dateien ja immer safen. Deswegen tue ich ja auch immer, die Speicher der Zeit ist das coole, immer regelmäßig updaten oder runter auf den Formen. Grüß Gott, ich bin's. Grüß Gott. Ich bin Kapitän, ich bin hier der beauftragte Kapitän für alles. Bei mir hast du einen Steves genannt, aber toll, dass du Müll bist. Bei dir auch, Dave? Nee, du bist bei mir Kapitän. Ja, ich bin der Kapitän bei dem Gefährt hier. Oh, Bob ist auch da, Bob ist auf deiner Maschine drauf. Wo? Oh, Bob ist runtergeschwindet. Oh, Gott. Bob, sie müssen runter hier. Ja, keine Ahnung. Bob, ich hab schnell. Du, wo die Kamele auch? Äh, Kamele vor allem. Den fängt mit dir runter. Äh, Kameln. Kameln. Heute haben wir... Schmeißt das runter mit dir? Heute haben wir, äh, Geben nach der Arbeit ne Ding angehört, schaut ne Doku. Da kamen Pandas vor und dann hab ich das gleich gesagt, das heißt Panden und nicht Pandas. Und wie haben die dann reagiert? Dann wäre ich, geht nicht blöd. Ja, das habe ich gegoogelt. Die Maschine braucht noch ne Toffeltschiff-Plaketze und dann muss Daufix immer hinterherlaufen und jedes Mal neu platzieren. Digga, aber alleine was hier jetzt schon verdrängt wurde, gell, das ist so insane. In Hörnung von paar Sekunden. Also klar, mit Aufrunde muss man rechnen, aber... Ich mach dir mal keinen Druck, ich tu mal dabei weiter Sand platzieren, wenn du verrennt bist, sag Bescheid. Ja, ich hab richtig Druck. Wer der Anni, äh, Anni, Anni de Dac Scheißdack muss dringen. Was? Den nicht auf Anni de Dac reagiert oder sowas? Äh, nee, ach, der blickt da nicht mehr durch auf Kiki. Hört sich an wie ein, äh, Frischkäsejoghurt, aber... Ah, geht los. Geht, ach, jetzt geht's los. Ne. Noch nicht? Doch nicht. Müssen keine Reihe vorhören. Oh. Aber der hier unten ist jetzt auch stehen geblieben. Und geht das, was da ist, die spawnen das quasi einfach, oder? Ja, es wird verdrängt, weil der Block sozusagen ja dann im Wasser ist. Er ersetzt den Wasserblock. Jetzt nochmal. Ich glaub, weil hier das Wasser fließt, ist er ein bisschen gestört. Dann hol ich mal schnell ein Eimerchen. Au! Das geht wieder rein, voran. Mann, über Bord! Ich hol trotzdem mal ein Eimerchen. Oh, hier ist nur das Reine. Das ist total verklebt auch alles hier mit den Honigblöcken. Ich sehe überall wäpps an meiner Haut. Ja, das ist gut. Und das ist auch gut so. Das ist gut so. Ich glaub, weil das ganze Zeit hier fließt, kann ich das das Problem sein. Warte mal, ich hab natürlich immer ein Eimer dabei. Übrigens, da habe ich erst, was ich von gegessen habe. Superbowl! Ja, ich nenn doch mein Joghurt-Ding immer Superbowl. Ja, möglicherweise. Oha! Aber hast du alles zu Hause gehabt? Oder hast du dann so komplett Ersatzprodukte reingemacht und da hat es voll scheiße geschmeckt? Ja, ich hab statt den Blaubeeren, hab ich jetzt Schokolade hergenommen. Joghurt hatte ich nicht da, also hab ich Mehl genommen. Mehl? So richtig trocken. Ja, Mama, das hat ein Influencer mir gezeigt. Ich hab Wasser einmal hier, gell? Nee, ich hab alles da. Also ich hab halt Ding genommen, Äpfel. Ja, nice. War schon lecker, muss ich sagen. Hey, Ehremann bist du geil. Aber hat das, das ist wirklich so Clearway-Pulver, oder? Das ist wirklich Clearway. Weiß ich nicht, das ist halt so, eine Ahnung, also. Kannst du mal Ding... Ja, kannst du mal ein Foto schicken, sodass man es im Stream zeigen kann? Aber das lässt sich auf jeden Fall gut vermissen, dem Joghurt. Ja, okay, ist nice. Ja, ist halt die Frage, ähm... Aber ich muss immer relativ lang rühren, tatsächlich. Ich stehe dann immer da wie so ein... Also meine Hand, ich muss die so schnell drehen wie so ein elektrischer Mixer, weil... ...das echt lange dauert, bis der Joghurt da dieses Pulver aufsaugt. Dann muss ich echt immer lang schleudern. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt passieren konnte, aber das ist eigentlich auch, äh... Minecraft, äh, Physik-Masher, ist... nicht möglich. Äh, morgen Abend Survivor? Ja, oh, gut, das ist... Perfekt, der kann... Ja, Digga, sehr gut. Ich wollte nämlich vor, schon im Stream sagen, er erinnert mich daran, dass ich es runterladen muss. Wollen wir kurz facecamen, damit ihr meine PEPO-Daten nicht seht und meinen Kontrolläromst. Ist... Ich hab mich schon. Hab ich schon. Da ist jetzt leider nicht viel zu holen, ne? Ich wollte sagen, wenn du dieses Star Wars-Ding anschauen willst, äh, dann... Ich hab 10 Euro noch drauf getan. Noch? Ja? Heute? Dann wär jetzt gut, weil ich nicht so lang kann. Achso, oh. Dann machen wir es morgen oder so. Wollen wir es nur sagen? Ja, ja, nee, aber, äh... Naja, jetzt... Ist auch noch alles gut, oder? Nee, jetzt gerade ist es viel wichtiger. Und dann und so... Nee, jetzt auch nicht viel wichtiger. Ja, passt schon. Lust, ja, klar. Klar, logisch. Ja, nee, ist gut. Hab da keine Freunde und auch nicht gleich gerade, aber so. So, MMOGA. Survivor. Nee. Wir könnten doch hier einfach eine Titanic reinbauen unswerken. Kann ich auch verdrängen. Survivor. So richtig, Opa, ich bin ein Korn, dann bin ich fertig. Jetzt ist das so ein riesiges Schiff in der Luft einfacher. Jetzt darfst du jedes Jahr verkaufen. Was? Bekommen sie eine Key? Mhm. Was brauchst du jetzt hier bei dem OGA, oder? Ja. Was mich nur ein bisschen triggert, dass hier steht, ich muss es via Origin runterladen. Oh nein. Sag nicht, das ist dann eine... Oh, das ist dann die EA-App. Aber ich kann es ja trotzdem dann in Steam, glaube ich. Warte mal, wenn ich eingebe. Survivor. Steam. Au. Nee, dann hole ich es lieber woanders. Auch wenn ich da Rabatt noch kriege, aber... Jedi. Survivor. Steam. Steam Key. Wenn ich es auch sagen wollte, ich habe vorhin reingeschaut, oder in das Video, wo du... Also ich bin ja irgendwann abgehauen. Mhm. Da hast du gesagt, dass hier das Artwork von Episode 7 und so ist insane. Da stimme ich dir zu, das sieht insane aus. Von wem was? Von den neuen Teilen sieht das insane aus. Von 7, 8, 9. So die Grafik, Artwork, so im Hintergrund, Scheißte. Ach so, ja, ja, ja. Ich fand auch diesen Kampf in diesem Schneegebiet da zwischen Ray und... So viele Pixel gehabt. Was? So viele Pixel gehabt, weil du die Grafik gesagt hast. Was? Ja, ja, weiß ich gar nichts. Du hast aus deiner Scheiß Switch mit 350 Pixel nicht sehen kannst. Ich check gar nichts, was meint er jetzt wieder. Ich glaube, ich switche schon nicht so viele. Check gar nichts, Digga. Wie gesagt, ich habe gesagt, ja, Artwork Mega-Neil ist auch Grafik und so. Und da hat viel gesagt, äh, Grafik, weil das so viele Pixel hatte. Sehr gar absolut. Ja, unser Scheiß-Telefon. Hier, 21,99. 21, das ist ja noch günstiger als bei MROG. Ja, das wundert mich jetzt gerade auch ein bisschen. Ich muss halt mal gucken, weil ich bin jetzt hier gerade auf k4g.com. Kennt das jemand? Ah, lol! Ja, okay, ich weiß mal, warum ich liess gerade. Bitte beachten Sie, dass dies ein Konto ist und kein CD-Schlüssel. Ja, ja, Sie erhalten einen Benutzernamen und ein Passwort auf das Konto mit. Das ist so lost. Ja, ja, das ist eigentlich gar nicht legal. Soweit ich weiß eigentlich. Da wird ein kompletter Account mit denen verkauft. Na, das ist ein Quatsch, das brauche ich nicht. Ich will es halt auf Steam haben, nicht auf diesem... So, Test 2.0. Oh, ja. Ah, Gott. Danke da. Jo. Nein, kann ich wieder zurück. Hier. Auf eneba.com. Na, ich sehe ich auch gerade inenlieber, ja. Kostet 53 Dollar. Ah, bon, leah, Scarlet. Hi, I appreciate you. How are you? Hello, body. Grüß Gott. XXL Gamer. Kaufen Sie. Kann das sein? Warte mal, ich glaube, das ist dann trotzdem hier an Steam dran. Das ist ja, weil es nur über den Launcher läuft. Jetzt startet hier auch EA, wenn ich es mitkauf. Ich kriege gar nichts. Hä? Star Wars Jedi von Order Deluxe Edition PC Steam Key. Für 16 Euro. Na gut, okay, also da kriege ich einfach noch ein Virus dazu. Aber auf eneba ist das. Hä, was ist denn hier, was ist denn falsch daran? Auf eneba. Also ich auch eneba, oder was ist denn das anders? Für 16 Euro 45 schick dir jetzt einen Link. Äh, ich weiß nicht, das kann ich. Wenn du nachher bist, dann hast du halt ein Problem. Ja. Und ich auch. Ich muss ja nicht. Ach, ich muss mal mal mitziehen. Ah, haben Sie ja geschickt, Dave? Kein Problem, gerne, mache ich. Danke dir. Jo, der Link allein schon, gell? Ich glaube, der Link war ein bisschen falsch. Preis ist not final. Service 4 applies at the checkout, steht schon mal da. Aber es ist ja Fallen Order. Digga. Ah, das könnte aber sein, das erklärt eigentlich nicht einiges. Wenn ich mir vorstelle, du kriegst von deinen reichen Eltern so Geld, kaufst dir das gleiche Spiel, doch erzählst du es so. Und dann so, warte mal, irgendwie ist das alles gleich. Ich kenne doch die Sachen. Jetzt auf, der sieht ja, wenn ich lustig bin. In Lever, 26 Euro. Hier, Survivor, PC Auditon Key Global. Ja, schick. 26 Euro. Schick. Was? Schick! Ich könnte es auch schön, ja. also ist mir leid aber die seite sieht ja so unfassbar aus mit dem blauen ja dieses blau absolut 1000 b-bugs für 8 euro warum kosten 1000 b-bugs für xbox-personen mehr ich hab ja inszene filmmusik im hintergrund laufen die ganze zeit ja ok es ist aber auch in origin wieder bringt mir nix egal ob es halt auf origin ist ja wurscht ich kann es trotzdem über steam dann normalerweise dann war es dann morgen wenn du willst kann man loslegen eigentlich mir ist es wurscht weil ich bin ja mal zu hause um 13 uhr 30 hab morgen keinen sport was dann 13 uhr 30 machst du es dir dann gemütlich oder mit chips und so 13 uhr 30 richtig warm alle genau warm und hell ich würde mal sagen 18 uhr weil dann heißt ja 19 uhr und dann ungefähr fast ne aber 18 uhr hört sich gut an safe 18 uhr also vielleicht 18 15 bei mir aber ne 18 uhr ist gut hätte ich auch gesagt bro man sieht noch facecam ja man 18 uhr 30 da man sieht facecam weil ich gerade was auf steam kauf und ich nicht sehen will wie ihr seht wie ich meine daten eingebe hast du dinge eigentlich gemacht eine stunde heute ne ich schwöre dir ich habe so muskelkater in den fucking beinen ich bin auf ja in den beinen ich bin aufgestanden über den gefallen hat früh wirklich ich stehe so auf und voll hin in den beinen ja in den beinen ja weil ich beine ja gar nicht drin hör das hat mich voll gefickt wenn du das andere machst da sind ja beine mit gewichten sogar noch ja also ich sag ja ich hatte aufgegeben unfassbar was ich wusste dass er zuerst aufhört ich hab nicht aufgegeben ich hab heute dieses 10 minuten finde dich selbst ding gemacht kein mache wie heißt das mobility range execution ja das hab ich gemacht ja das ist mega nice das war echt gut ja das fand ich echt nice das ist richtig gemütlich auch wie er dann mit seinem kamin hinten sitzt ja 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 ein kommentar ja so voll ungewohnt ihn nicht schreien zu hören oder so und hast du dich gefunden ne ich muss jetzt auf ne sms warten hier gerade zack das hab heute wieder gemacht dann wirklich hätte er gebumst das ist eine stunde ding gell ich finde es so geil dass wir drei da so sport und uns gegenseitig motivieren und so ach heute kam mein päckchen an äh film mit dem hier scheißdreck ja und hast du noch nicht ausgepackt ne noch nicht ausgepackt das kam kurz vorm stream und dann dann kannst du ja morgen machen dave ja morgen muss ich auch eigentlich auch wieder morgen müsste ich eigentlich dann aber normales ja morgen kann ich aber nicht weil morgen muss ich wieder meinen rhythmus machen ja du bist so eine du machst zweimal die woche so dieses eine stunde ding und dann machst du dieses finde dich selbst yoga dings bums weißt ich mach dreimal die woche ja dreimal die woche und dann auch noch hit so hab ich jetzt das richtige gekauft scheiße ich bin nicht aufgepasst auf was ich geklickt hab wird schon richtig sein oder ne ich geh nochmal zurück was hab ich denn jetzt nicht dass ich irgendeinen scheiß gemacht hab abbrechen starboss jedi survivor survivor brauchen wir gell ja passt schon pc origin ea key passt 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 26,99 passt schon weiter au bestellen so passt schon ich werke mal zum support brudi daniel vielen vielen dank mein freund wenn du jetzt aber ja danke dir wie ist es richtig ist es auch so und dass es auch noch nicht kommt also du musst jetzt nicht unbedingt Strom vergolden weil ich ich schwimm ich schwimm just for fun also total egal ob ich jetzt 1 oder 5 zuschauer hab aber danke dir also der wille zählt ich appreciate it was will der machen er lurkt für den support hat er geschrieben oh ja was bedeutet überhaupt lurk kennst du nicht lurk lurk ist wenn du im stream bist das ist was du auch machst ab und zu du bist einfach nur im stream aber schreibst nicht dann schreibt man viele streamer haben ausgezeichnet lurk dann gibst du auszeichnet lurk ein dann weiß der streamer sozusagen dann weiß man sozusagen okay er ist im stream und sag mal du willst irgendwie lernen und nicht zu gechillt irgendwie ohne rumschreien irgendwas zocken und sagst ja okay ich lass den stream währenddessen laufen dann schreibst du kommst halt rein und sagst du hey wie geht's dir jemand schreibt so und dann verabschiedest du dich ja nicht weil du bleibst ja noch im stream willst du im streamer sozusagen sagen hey ich hau nicht ab ich bin noch da nur ich schreib halt nicht mehr weil ich jetzt lerne oder was auch immer ähm genau und das ist lurk jawoll key anzeigen let's go wir können erst schon mal reingucken heute ja lass nochmal runterladen du lol das ist ein eingescanter key einloggen auf EA danach auf EA danach den key äh kann ich das auch bei EA aber auch reingeben oder EA hey hey meine Mathelehrerin ist immer morgen wieder krank ist jetzt schon ewig kranker vor den Ferien jetzt und dann nochmal also wir haben sie nicht mehr gesehen seit vor der Ferien Montag beschreibende Arbeiten entkommen oh ohne ihr das sitzt so da jeder nimmt sich so die die Arbeit vorne weg so richtig leise auch keiner redet in der Ferien eh wieso finde ich mein EA Ding nicht auf dem scheiß PC das hat doch letztens in der Zeitung wegen Battlefield vielleicht öfter mal das stimmt Agent dich sehe ich oft immer im Strick ab und zu gucke ich mal rein so du bist oft immer am rumpimmeln ja Phil das ist eigentlich mit den ganzen Tieren die hier sterben bei der heutigen Attacke das ist auch ja auch welche Tiere sterben denn ich sehe keine Tiere zwei Tintenfische und zwei Fische sehe ich gerade Drei Fische. Die haben eine Achterbahnfahrt. Aber das kriegt ja nichts, weil das ja am Ende weg ist dann. Nervenkitzel. Apropos, kurze Frage. Sind eigentlich die Aquasitoren... Aquaten. Aquaten. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Ich heiße es nicht Aquariaten. Oh, da müsste man nochmal nachfragen. Du hast aber recht, die müssen dich noch wegpumpsen. Aber die auf der rechten Seite steht noch nicht. Die auf der rechten nicht, aber einer steht dann in der Ranch. Oh, ja. Ich gebe bloß gerade einen Code an. Ich muss mich voll fokussieren hier. 5, 2, 9, 8, 3, G, 1, 5, 1, 5, 1, 9, 2, 1. Ja, Code angenommen. Da wird Jedi Survivor. Deine Konto-ID, Mr. Broncos. Jedi. So. Wo ist denn ja die nächste Enderkässe eigentlich? Da kann ja Raketen mehr. Herunterladen, ja. Was ist denn natürlich für ein Pop-Up da einer wieder rüberfahren? Ja, genau. Kommt wieder überteuert, er geht nicht. Sehr überteuert. So, und jetzt wäre es natürlich insane, wenn ich... Ist natürlich insane, normalerweise... Bis sie liegen da ins Fach, wo man sie kauft, und ich in die Kastro, dann ja. Mhm. Hier ist auch ein Ender, das ist... Das darfst du, das darfst du sogar. Oh. Hier fliegen... Hier fliegen einfach... Gerüste in der Luft rum? Oh. Ich komme da nicht hin. Nein, jetzt. Ah! Digga. Ach so, warte mal, das war mal her. So, nächster Test in drei, zwei, eins. Hey, hallo, ich bin eingebaut, ich kann nicht zuschauen. Ach, den ist hier klappt. Ich gehe beim Taufwuchs rein. Nee, der hat ein Boot mit... Tschüss, scheiße. Oh. Nee. Ich gehe mal in mich. Puh. Na. So. Hm. Hat es funktioniert, oder bist du noch dabei? Ich bin am Knobeln. Hat eigentlich nicht mit seinem komischen Code, aber danke, seht ihr euch wohl. Ich bin am Knobeln. Jetzt habe ich auch gefeiert, ich habe immer Knobeln. Das ist ein Interest-Team. Click play to launch an EA-Game from Steam. Ja. Nächster Test-Launch, der gleich sogar klappen könnte. Ja, meinst du, ich muss auch wieder gucken. Zwei, ein. Nein. Na, sag mal. 0,5. Du. 0,45. Hallo. 0,01. That's it. Scott. Bereit? Ja. Ja. Vielleicht geht's los. Äh, Testversuch, äh, 6.0. Es geht los. Nein. Es geht los. Let's go, Alter. Oh. Ja, Foco hat's kaputt gemacht. Ging aber relativ kurz. Ach, weil der Gerüstblöcke waren, doch. Nö. Weil die Maschine hier, weil die Maschine hier ein Sting und Fliegen ist. Was ist damit eigentlich? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Ich habe extra mein Boot geholt. Oh. Ein Steinbuch? Ja, ich muss hier gerade gucken, wie ich... Ein Steinbuch. Ein Steinbuch. Überlegt man das eigentlich immer, wenn man mit der Boot da runterfährt? Oh. Hier ist er aus. Schade. Äh, war das nicht so, dass wenn man irgendwie 25 Blöcke oder so genau trifft, ist man dann stimmt? 49. 49? Mhm. Können wir das mal ausprobieren? Hä? Immer. Wir sind auf Ebene mit 32 hier. 31 bis 49. Äh, Foco da unten 80. Habt ihr gerade vielleicht irgendwelche Sachen aufgesammelt? Äh, nee, nur Gerüste. Okay. Irgendwann was? Nee, das reicht mir nicht. Jawohl, die Zahnik ist hier voll im Strom. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Ah, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Lerk, oder? Glaub ich, dabei. Mhm. Oh, sorry. Oh, das kann Theo... ...matisch sein. Achso, warte. Oh, sorry. Direkt hinten dran. Da funktioniert. Bitte die Erde aus der Hand nehmen, ja? Ja. Ja, genau. Das geht dir gar nicht. So, ich muss jetzt aber weiter hier. Gucken, wie das geht. Naja. Hast du was, Zander? Ja. Das ist wirklich Katastrophe. Hochschwimmen, Runterschwimmen. Eieiei. Nein. Kann kurz jemand schlafen. Danke. Ich hab leider kein Bett dabei. Immer noch? Oder werde ich kurz runter gehen? Irgendwo ganz hinten beim Anfang bei der Maschine, wo die... Oh, perfekt, danke. Oh Gott, oh Gott, damit... Äh, du musst einmal... Oh. Sorry, hm? Na, leider hat's uns rausgebummt. Kommen wir hier hoch? Let's go. Da wuchs jetzt an der Kiste hinten drauf. Was? Äh, äh. Hm, 12. Mhm. Mhm. So. Oh. Jo Boxhot schon oder was? Ich hab's. bereit es müsste sind gespannt jetzt testversion 8 so woher soll ich denn da raus habt ihr gute position ja warte bob ist noch da unten ja ok so das geht's ja boah scheiße leckt das alter ich bin genau so schnell wie die Maschine gerade nicht umdrehen beobachter was das an arbeit spart das ist so insane alter also uns du musst es aufbauen du hast genauso viel Arbeit wahrscheinlich nicht reinfahren ich habe 60 fps ich glaube auf der switch kann man es nicht sehen aber ich habe bisschen weniger jetzt fliegen die joycons weg ist noch alles gut die tintensäcke fische fliegen fliegen bei mir gerade in der lucht hinter der Maschine jetzt bleibt stehen weil halt ah jetzt geht es noch unten weiter weil oben halt das wasser da am weg ist also ich habe 45 frames ohne retressing unten ist das wasser am weg ja also das halte ich sehe ich sehe ich sehe ich diese schneise wo du damals den test gemacht hast digga das ist so insane alleine was jetzt und auch hast du geil scheiße jetzt muss ich immer die einzelnen konstrukte weiter machen scheiße das tut ja gar nichts jetzt hier oder das hier drückt ja gar nichts und der film kommt nicht hinterher ja ja ich komme rein ach so ich schwimme hinterher ja das sind zwei Sitzer die du hast oh gott oh gott oh gott Delfin Delfin hat Selbstmacht gemacht ja okay mach oh Da ist sie angekommen, vollständig ist sie angekommen, also heiler ist die Titanic zumindest. 130 GB hat das Spiel, ist ja insane. 130? Mhm. Gibt so viel auf. Wie GB hat man das Switch? Oh, Gewalt, ab 16 ist das Spiel. Döger, das Spiel ist ab 16, Leon. Tut mir leid. Naja, oh, da muss ich es leider her. Ja, aber was ist in dem Spiel, ab 16? Gewalt, lol, das hätte ich nicht gedacht. Star Wars Filme sind ab 12. Ja, da werden sie auch abgestochen. Aber man sieht es halt nicht so geil, das sind immer die Serie, die sie gesetzt haben. Was ist denn der erste Star Wars Tim? Der ist ja 6. Voll, du darfst den ersten Film sehen, bist voll geil. Auch die anderen Filme, nee, musst jetzt noch, 10, äh, nee, ab 12 hast du gesagt. Wobei ich das gar nicht check, das macht überhaupt keinen Sinn. Im ersten Teil wird doch Darth Maul durchgeschnitten und Quaker und Jin, da kommt ein Messer durch. Was passiert im zweiten Teil, wo sie gar nichts sehen? Das ist schon sexuell, wie ich das sehe. Sexuell. Ja, ne, ich kenne uns. Der ist Sand. Und der ist Sand. Ich mag keinen Sand. Es ist rau und überall. Ja, aber schön, den Rest macht ihr selber dann, ne? Ciao, ciao. Ciao. Hast du jemals von der Geschichte von Darth Plagueis den Waisengehirn? Ey, das geht. Will ich einfach nur packen und zurückhören. David, du wirst einmal aussteigen, ja? Du wirst den Platz wechseln. Oh. Äh. Du hast mal einen Panik, Mann. Ich weiß noch nicht, Mann. Ich so, der Käpt'n so am Mittag, so bei 1. Klasse, so am 1. kommt so wieder zurück ans Steuerrad. Sie sind raus. Das ist jetzt so rum. Oh. Aber sie können ja nicht einfach mal mitbekommen. Oh, kann nicht. Das ist jetzt nichts, aber Bedrocks. Das macht alles gar keinen Sinn. Jetzt. So, der Schachtler ist runter, oder? Ja. Nebenbei, neben dem Stream. Ja, technisch. Ja, Digger, das geht ja gar nicht. Wieso ist denn, wir wollen jetzt Cobblestone an der Maschine? Ja, brüch, brüch. Achso, David festhalten, ja? Ja. Halt dich fest, ja? Oh. Ich hab schon gehört. Ja, das war gefährlich auch relativ. Oh, Bob. Kuss, 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 kuss. Wenn ich jetzt schließe, wir hat das trotzdem runter, oder? Das ist nicht langsam anstrengend mit dir, Bob? Wenn du hier so die ganze Zeit rumfahren musst. Äh, rumfilmen musst. Bob. Foku, du hast nicht zufällig ein bisschen Schleimblöcke in deiner wertvollen Endertryst. Das wäre sowas, was du da rein tun würdest. Ich glaub, ich hatte auch mal ein Schleimbrin, aber. Ich versuch mal dann hier die zweite Maschine zum Laufen zu kriegen. Oh, hör keinen Spaß, du. Ja, ich hab's geschafft, ich bin würdig. Au, meine Beinchen. Äh. Digga, wegen dem HIIT-Scheiß. Digga, ja, Leon. Ich, als allererste Mal du das gemacht hast, hast du da keinen Muskelkater gehabt. HIIT nicht, ne? Ja, sorry. Du, du Gott. Na, aber Beinchen hab ich ja nie gar nicht drin. Das hat jetzt voll, äh, was voll aui. Das hat gesagt, musst du mal machen. Du so, nee. Was? Ich hab's doch gemacht jetzt. Nee, 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 nee. Wie für Justin Bieber. Äh, loooooli. Wie macht Justin Bieber? Foki, äh, Foki, Foki. Foku, ja. Vorsicht. Ähm, ich mach was weiter, Sandplatzchen. Was machst du jetzt? Sandplatzchen. Oh. Sehr spätakulär übrigens, der Test der neuen Waffe hier. Ja, alles groß, ne? Komm, wirklich, nicht ein Ambus. Irgendjemand hat das Wasser kaputt gemacht. Kannst du irgendwann mal so einen fetten Todestellen bauen, der dann schießt und die ganze Mörd zerschliffst? Aber ich bin sofort zerstört, als ich selber. Das ist dann original. Alles so richtig gespannt. Alle so richtig gespannt, so richtig glücklich. Ah, let's go, hat funktioniert alles kaputt gemacht. Voll nice, bei mir ist das ganze Lager down. Boah, cool. Ich würde es kurz wieder gehen, ja, vielleicht muss es wohl laufen. Ja, ich werde es wiederkommen. Laufen, auch noch mal das Goal. Ja, ich werde mir eine Rekete schenken, Dave. Laufen. Laufen. Dass ich hier war. Und der Arm ist es von mir übrigens auch. Oh, nett. Warte, laufen. Und ich fang dir noch. Na, das wird dir nicht irgendwas wo ich in den Knast kommen. Oh, das ist neu, ich nehme ich gerne. Also im Hintergrund läuft wieder irgendeine Pianomusik, wo ich mich wieder halb umbringen würde. Joa, Digga. Also wenn du depressiv bist und das hörst, dann bist du so depressiv, dass du wieder gesund wirst. Dann merkst du erst, wie ein schlimmes Leben eigentlich ist, wenn du Musik hörst. Ein paar Dips kurz zu machen, ein paar Dips. Eins, zwei, drei, vier. Ich mach jetzt auch einen Tipp. Phil, du musst auch einen Tipp machen. Zack. Zack. Maschine 2.2.1. Jetzt willkommen zum Test 2.2.3.4 der zweiten Version der ersten Ausführung MK13. Positive und negative Nachrichten. Also, ich bin mal kurz weg, ja. Joa, alles klar. Gleich. Die positive Neuigkeit ist, der Antrieb läuft. Ja. Die schlechte Nachricht ist, er hat die Maschine vergessen. Also, let's go. Der Fuchs hat ihn auch schon und der. Guck mal, ich kann einfach 10.000 Mal dasselbe hier bauen. Das soll auch schon gehen. Also, das ist ja Katastrophe. Oh, du hast Marlenia getötet, Agent. Glückwunsch. Dein Nemesis in Dark Souls. Ähm, Elden Ring. Nice. Ne, wo war das? Elden Ring oder? Ne, war Elden Ring. Ja. Glückwunsch, Digi. Nach dem erfolgreichen Test. Wieso sind die ganzen Bäume abgerindet? Das habe ich auch nicht gesehen. Das habe ich heute auch gesehen, als ich heute angefangen habe zu streamen. Gehe ich so lang. Ich weiß nicht, wer das war. Sieht echt cool aus, ja? Das wäre cool, wenn es so eine Holzart, also so eine Baumart geben würde irgendwie. Ne, mache ich jetzt auch immer. Ich glaube, die Biber in dem einen Add-on, die machen doch, glaube ich, sogar Entrindete, gell? Die machen das gleich. Die Tata, Tata, Tata. Termiten? Termiten. Die fressen. Ach, die machen das. Termiten. Ah, so was. Biber gibt es doch gar nicht. Doch. Gab es nicht. Hier, jetzt nach dem erfolgreichen Test gibt es eine pinke Pause. Oh, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Kurz weg. Aber ich möchte alleine auf Toilisse gehen. Oh, ja, dann warte ich kurz. Damit wird sich über den Weg laufen. Okay, ja, dann viel Erfolg. Bis gleich. Ciao. Bis gleich. . Das ist nicht gut. Gute Frage da, Fuchs. Ich habe letztens, als ich im Starbucks war, dachte ich mir, ich fange das schon mal an. Aber dazu muss ich erst mal wissen, wie das funktioniert. Wobei, ich weiß es ja, wie es eigentlich geht. Ein Redstone-Signal und dann craftet er was, gell? Stimmt eigentlich. Oh, das könnte ich mir nachher auf einer Creative-Welt mal anschauen, vielleicht, wie das Ding funktioniert. Das mache ich mal. Oder morgen oder so. Das mache ich mal. 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 Vielen Dank. 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 Ah... So... Moin... ... 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 Ein ... ... ... ... Nein, nein. Was ist denn für Partei? Voco beleidigt mich mehr als du. Also, jetzt mal im Ernst Leon, pass auf. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, das neue Update kommt ja nächste Woche raus. Da kommen die sogenannten Trial Chambers rein. Also Herausforderungskammern. Die bestehen aus Kupfer. Die sind so aus Kupferblöcken mit so Gitterblöcken. Da gibt es auch neue Kupferblöcke. Und da kann man rein. Und da gibt es auch neue Spawner. Also nicht die Spawner, die wir schon kennen. Sonst gibt es so neue Spawner, die immer wieder Gegner generieren. In so Wellen. Und je nachdem, wie viele Spiele auch da sind, kommen mehr Gegner und so weiter. Also so, wie der Name eben sagt. Trial, Herausforderung. Es geht darum, dass du da immer wieder hingehen kannst. Und auch so einen Loot-Schlüssel bekommst du da. Und du kannst Loot neu farmen. Jedes Mal, wenn du hingehst und so weiter. Hat einen Cooldern halt. So. Und ich habe darüber geredet. Hey. Das mache ich jetzt nicht. Sonst ist es zu verteidig. Wie sage ich es jetzt? Fynn und ich hatten jetzt die Diskussion. Weil diese Trial Chambers bestehen immer aus Kupfer. Da ist extrem viel Kupfer. Und der Fynn und ich haben darüber diskutiert. Also einer von Spawner hat sich die eine mal in den Kopf. Der andere die andere. Und zwar Person A hat gesagt. Man. Ich muss es gerade richtig ausdrücken. Nicht, dass es irgendwie. Man hört, was was ist. Person A hat gesagt. Es ist total logisch, dass man da diese Trial Chambers abbaut. Weil da gibt es viel Kupfer. Und du farmst schneller, wenn du diese Trial Chambers findest. Es ist schneller, wenn du sie abbaust. Weil du findest das Kupfer dort. Und als wenn du rumlaufen würdest. Und die Erze praktisch farmst. Weil wenn du einen Kupferblock abbaust. Hast du einen neuen Kupfer her sozusagen. So. Das ist die eine Meinung. Und der andere hat gesagt. Nee. Das sieht er nicht so. Weil der Sinn von dieser Chamber ist halt. Dass man da immer wieder hingehen kann. Und fighten kann. Und das sozusagen doof wäre. Wenn man die Base abbaut. In der man hier fightet. Weil das die Struktur ist. Die ja dafür da ist. Also zur Info. Dieses Spawner kann trotzdem stehen bleiben. Das ist einfach nur außenrum dieses Kupfer gebaut. Und dann hat die andere Person darauf gesagt. Ja. Aber du brauchst es ja eben nicht zum fighten oder so. Du kannst ja dann eine Erdschicht reinmachen. Oder was Neues bauen. Aber trotzdem kommt man schneller an Kupfer. Und das war gerade die Diskussion. Auf welcher Seite bist du. Ist vielleicht schwer. Weil du sie noch nicht gesehen hast. Diese Strukturen. Aber stellst du dir vor wie ein Stronghold. Also wo das Endportal ist. Stellst du dir so vor. Nur die Wände sind ja Steinziele. Sondern aus Kupfer. So kannst du es dir grob vorstellen. Ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber so im Prinzip ja. Das eine sagt man soll es stehen lassen. Und die andere sagt man kann es abholen. Genau richtig. Also es geht jetzt nicht unbedingt ums Regelwerk. Darum geht es uns jetzt nicht unbedingt. Sondern es geht halt darum. Ob man die Struktur. Ob es sinnvoll ist. Die wegen Kupfer abzubauen. Die eine Person sagt. Ja es ist total sinnvoll. Weil du kriegst easy schnell Kupfer. Und die andere sagt. Die andere sagt. Ja es stimmt schon. Es kann sein. Dass man easy schnell Kupfer bekommt. Aber es ist halt schade. Die Struktur abzubauen. Die in dem Update extra reinkommt. Die dafür da ist. Dass man da fightet sozusagen. Weil es extra dieses Stadion sein soll. Ich hoffe ich drücke es parteiisch aus. Weil es extra das Stadion sein soll. In dem man ja fighten kann. Also wie gesagt. Das beste Beispiel ist mit einem EndCity. Stell dir vor du baust. In der EndCity würde es einen Endgegner geben. In der. Stronghold meine ich. Entschuldigung. Wo das Endportal drin ist. Jetzt ist da kein Endportal. Sondern jetzt ist da halt. Statt dem Endportal steht da ein großer Wolf. Keine Ahnung als Endgegner. Ist wurscht jetzt. So und ähm. Den kannst du fighten theoretisch. Und ähm. Der. Der Typ sagt aber halt eben. Der andere Argumenter sagt halt dann irgendwie so. Ja okay. Ähm. Ich würde den ganzen Steinziegel abbauen. Weil es schnell zum Fahren ist. Und der andere würde sagen. Nee. Nicht abbauen. Weil das Stronghold soll halt stehen bleiben. Als Base zum fighten. So als Beispiel. Das ist halt diese Trial-Chain. Was eben nur Skupfer sind. Ich weiß nicht. Ich habe es ein bisschen rumgestottert aus. War es ein bisschen schwer zu. Parteitisch zu erklären. Dass ich nicht irgendwelche Wörter hernehme. Und es erkennt wer wer ist. Also ich würde sagen. Dass man. Mhm. Phil lässt so. Nicht schlecht gerade. Deswegen. Arbeitst du. Komischen Kupferdinger. Mhm. Nicht davon sollte. So ein Ding, Phil. Du Fotze. Weil. Mhm. Kommt falsch erklärt. Genau. Weil man es. Hey. Du hättest dir was davor schon sagen können. Ich habe. Du hättest das sagen können. Finde ich falsch erklärt oder so. Aber jetzt sagst du es erst, wo du verlierst. Hättest du gewonnen. Ja gut erklärt. Dann wusste er direkt. Wer welche. Dann wüsste er das. Du hast doch eh so easy Kupfer. Du brauchst doch irgendwie drei Minuten. Ja wahrscheinlich. Eben. Genau. Genau. Das sag ich auch. Das ist auch mein Argument. Du kriegst doch eh so easy Kupfer. Da kriegst du. Fünf Stacks. Sogar schon oxidiert. Ja. Und dann. Da. Musst du dann in der Höhle gehen. Und da immer. So komplett suchen und sowas. Und bis kurz vorm Sterben wahrscheinlich noch. Und so. Komplett suchen. Und das ist auf Ebene 513. Also ganz oben auf dem Kupfer. Ja. Finden wir dann Berg auf 513. Aber mir geht's hier. Ja. Nochmal Phil. Das bestreite ich nicht. Ich geb dir schon recht. Dass wenn du so ein Ding findest. Und da abbaust. Dann hast du ganz viel Kupfer. Das bestreite ich ja nicht. Ich sag nur. Dass es genau das Erz ist. Was du eh noch von allen hier am besten bekommst. Ich würde die ja komplett verstehen. Eisen würde ich komplett verstehen. Äh gut. Kohle wäre jetzt auch noch vielleicht lost. Aber ähm. Das ist genau das jetzt. Was es auch noch so oft gibt. Das ist so. Klar. Du hast recht. Es geht schneller. Aber. Das ist wie wenn. Ähm. Das ist wie. Wie soll ich es erklären. Das ist wie wenn wir beide gehen abends durch den Park spazieren. Keine Ahnung warum. Ja. Jetzt keine feste Beziehung. So was lockerflockig ist. Oder Sex auf Anfrage. Und gehen durch den Park spazieren. Und dann sagst du so. Hey Dave. Ich so. Hey Phil. Alles klar. Also. Wir gehen zu spazieren. Dann siehst du das da irgendwie in Last. Da warum auch immer. Dann sagst du irgendwie. Phil. Dann sagst du irgendwie so. Ja. Hey Dave. Da vorne ist ein LKW. Der LKW hat gerade irgendwie den Edeka nachts beladen. Die neue Lieferung für den nächsten Tag. Dann in der Früh zum Einräumen oder so. Und. Äh. Die Leute die gerade einräumen. Die machen gerade Pause im Edeka. Chillen irgendwie abends oder so. Äh. Gerade beim Einräumen. Und der LKW ist offen. Ja. Und hinten drin. Könnte man ganz easy. So mehrere Kisten. Äh. Brötchen mitgehen lassen. Dann sagst du so. Ja lass Brötchen mitnehmen. Dann sagst du. Aber. Also ja du hast recht. Es ist total easy es mitzunehmen. Und Ding. Aber es reduziert sich doch gar nicht. Weil so. Allein der Geldbetrag. Weißt du was ich meine. Es ist so. Der. So. Wenn da jetzt so for free. 5 Millionen drin liegen würden. Und man. Das Risiko zu einer Straftat. Dann würde man sagen. Ja okay. So weißt du was ich meine. Aber. Es ist genau das Erz was man. Du hast schon recht. Ja. Es. Es kriegt man schnell. Nichts Kupfer. Aber. Dafür dass dann die ganze Base weg ist. Und wenn du wieder fighten willst. Musst du was Neues. Also. Nicht falsch verstehen. Wenn man jetzt sagt. Man baut eine eigene Schweizer. Und was geiles mit so. Ach Gott. Scheiße. Das ist ein Internet wahrscheinlich. Ja ja. Weiß ich. Ich würde einfach sagen. Wir nehmen die Regeln weg. Und jeder kann machen was er will. Aber wenn er sich mit abholt. Dann wird das. Dann wird es ja gebannt. Ja. Das ging jetzt gar nicht mal ums Regelwerk. Ja. Das ging eigentlich nur wegen Darfux. Der. Das war eigentlich nur wegen Darfux. Das ist ja. Weil der gerade geschrieben hat. Dasselbe wird es sein. Wenn jemand so eine neue Chamber auseinander nimmt. Wegen Kupfer. Dann werde ich ungemütlich. Kupfer. Oh Gott. So. Heillöses Fuchs. Phil. Sag mal. Jetzt bin ich. So. Ich habe ganz weit gesagt. Internet. Achso. Ja. Ja egal. Ich habe mich ja nur wiederholt. Ich habe das gleiche wie immer gesagt. Ich habe das ganze Zeit weiter. Ja gut. Ich habe mich ja tausendmal wiederholt. Ja okay. Ja dann gut. Ne aber. Also ich respektiere deine Meinung. Ist ja okay. Wenn du sagst. Für dich rentiert es sich. Alles gut. Das ist ein Strafaftrag. Das ist jetzt so eine Schockierung. Da muss ich sagen. Ja. Es war ein Moskid. Der Vergleich. Da hast du nicht unbedingt Unrecht. Es geht ja. Es geht ja für mich nur darum. Also jetzt zum Beispiel. Dass es Sinn machen würde. Die Trial Chambers abzubauen. Also im Sinne von nur das Kupfer. Ja. Weil dann hat man da Onmas. Und wenn du da eine zweite. Eine dritte oder sowas findest. Dann ist ja kein Problem. Weil du hast wahrscheinlich deine eine. wo du wenn überhaupt da hingehst. Da dann dein Ding machst. Da lässt du vielleicht das Kupfer stehen. Wenn du es schön haben willst. Vielleicht brauchst du sogar noch ein bisschen Kupfer hin. Von anderen Trial Chambers. So. Und die anderen kannst du ja easy da einfach abbauen. Dann hast du ja easy Kupfer und sowas. Und dann ist es auch direkt oxidiert und so. Und da gehst du ja eh nicht hin. Das interessiert dich ja in dem Sinne dann einfach nicht. Ja ich gestehe. Also du möchtest oder. Ich hab was nicht mitbekommen. Und bei verschiedenen Trial Chambers ist immer was ganz krasses. Und sowas unterschiedlich ist und so. Aber so würde es halt Sinn machen. Es irgendwie. Wenn du auch. Wenn jetzt bei der Bastion da irgendwelche. Keine Ahnung. Wenn da auch Quarz oder sowas geben würde. Würde ich es dann ja auch abbauen. Ja gut. Die müsste dann komplett aus Quarz bestehen. Weil es praktisch ist. Wobei das ist ja wieder das Beispiel. Vielleicht der Boden oder sowas. Ja ne. Das ist ja eben nicht. Weil die besteht aus Kupfer. Es geht ja darum. Dass die komplett aus Kupfer besteht. Wenn die jetzt ein paar Kupferlampen drin hätte. Dann würde ich sagen. Okay. Könnte man drüber reden. Dass die dann weg sind. Du willst ja die komplette Struktur abbauen. Das ganze Ding besteht ja aus Kupfer. Es ist ja alles aus Kupfer. Und Tuff glaube ich ist noch ein bisschen drin. Tuff glaube ich. Glaub ich. Oder? Nicht Tuff. Sondern ich glaube Tuff ist noch ein bisschen drin. Genau. Ne. Es ist ja außenrum alles von Tupfer. Es ist alles außenrum aus Tupfer. Tupfer. Tupf. Tupf. Oder Tupf jetzt. Tupf. Aus Kupf. Es ist ja alles außenrum aus Tuff. Ne. Außenrum ist Kupfer andersrum. Der Boden ist aus Tupf oder? Außenrum ist alles aus Tuff. Also wenn du das Kupfer abbaust. Dann ist außenrum alles Tupf. Dann hast du noch immer deinen Gang und sowas. Also das wäre quasi genauso wie. Ja einfach. Wieso nur ein bisschen größer und halt nicht aus Kupfer. Sondern schwarz alles. Mhm. Ja okay. Verstehe ich ein bisschen mehr. Ja weil du jetzt. Ich dachte du willst alles abbauen. Und an Tupf habe ich nicht gedacht. Okay. Aber deine. Ich wollte noch auf ein anderes Argument eingehen. Wo du sagtest. Ja. Wo du sagtest. Ja. Bitte? Nein. Ja. Ich hatte gerade ein Video. Carsten Stahle traf. Eder militant der Veganerin. Habe ich auch vorgeschlagen bekommen. Alle wegen. Hat sie. Sie haben das mal angeschrieben. Dass er keine Kinderschütze bei der Fleisch ist. Alle wegen Treppe ETC weg. Stellen Naturschutzanträge. Ja. Ja. Was hat denn das damit zu tun? Also die sagen witschigwatschi. Ich glaube. Könnte sein. Dass ich immer ab und zu mal runterfliege. Ja. Ist gut. Jetzt gerade noch mit dem Laptop. Und dem Microsby. Das ist ein kleiner Mensch. Hat abschneit. Jetzt nochmal zu dem. Vorher hast du gesagt hast. Wo du gesagt hast. Ja. Der hat einen Spalz Schemper. Die eine hebt man sich auf. Die andere bohrt man ab. Also denk dran. Ich weiß nicht ob das nochmal geändert wird. Aber soweit ich weiß. Sind die nicht so selten die Dinger. Die sind. Where. Also du findest die jetzt nicht. Wie sagt er mehr. Ähm. Und. Du hast gesagt. Nicht so selten. Die sind selten. Ja. Nicht so oft. Noll. Lost. Danke. Ähm. Und es kommt. Wie ich schon gesagt habe. Einmal im Jahr ist ein Update. Dann kommt ein Update rein. Und die bringen eine neue Struktur rein. Und die baust du ab. Also ich glaube. Wenn dich die Updater fragen. Ja. Herr Peil. Sollen wir ihnen. Schönes Update mit einer Struktur und so. Oder. Nee. Ich würde gleich die Böcke in den Meer passt. Okay. Wir geben ihnen einfach dann. Legen den Bundle einfach im Boden. Nö. Ja. Also. Ist ja. Das Prinzip. Wäre ja da. Dass einfach. Das Loot ist. In dem Sinn. Du siehst ja auch nicht. Wenn du da irgendwie ein Dorf oder sowas. Auf der Oberfläche hast. Dann würde es ja aufregen. Aber das ist jetzt da. Unter der Erde. Also so Amethysten und sowas. Wären ja auch komplett auseinandergenommen. Zum Teil. Wenn das jetzt etwas wäre. Was so richtig. Ja. Warte. 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 Ein Argument nach dem anderen. Ich versuche es ja gerade zu verarbeiten. Also das erste Argument ist lost. Mit dem. Ist ja wurscht. Ob es an Oberfläche oder Unterfläche. Äh. Unterfläche. An Oberfläche oder im. Im. Erdreich drin ist. Weil diese Struktur ist ja eine Struktur. Also. Dann. Also. Also. Das ist ja Quatsch. Das ist ja. Das ist ja trotzdem eine schöne Struktur. Sieht ja trotzdem cool aus. Bitte? Ja. Ja. Sieht cool aus. Aber wenn du da auch nicht lang gehst oder sowas. Dann. Ja. Aber du kannst mein Dorf ja genauso wenig lang gehen. Also. Ich verstehe nicht. Dass es. Präsenter ist. Oder mehr gesehen wird. Aber wenn jetzt jemand eine Structure sucht. Und die ist dann abgebaut worden. Also das finde ich ein Quatsch. Finde ich jetzt. Das sollte jetzt nicht anhand von der wo es liegt. Weil nach dem Prinzip. Äh. Könnten wir jedes Waldarmwesen abreißen. Weil wir eh nur vier Stück auf der ganzen Map haben. Und das sieht man eh nicht so. Also. Nach der Häufigkeit wie man es sieht. Oder irgendwie so. Dann dürftest du keinen einzigen Baum abreißen. Weil man sieht ja jeden Baum. Die sieht man ja alle. Aber. Die Wahrscheinlichkeit. Dass du genau da dann runter gehst und sowas. Und da dann nach. Äh. Ja. Aber du. Genau das ist es. Du suchst nach der Trial Chamber. Egal ob sie gloated ist oder nicht. Du suchst nach. Weil du kannst sie ja eben looten oder so. Und willst eine Trial Chamber. Weil die ja selten sind. Willst hinterfiten. Und dann findest du eine Trial Chamber. Aber das ist eine die eben schon abgebaut ist. Und dann ist irgendwie rosa Wolle außenrum. Darum geht es ja genau. Die sind nicht so oft da. Die sind selten. Aber. Ich wollte es nicht mehr machen. Das andere Argument verstehe ich ein bisschen mehr. Mit der. Äh. Mit der Geode. Die werden ja auch teilweise komplett auseinandergenommen. Dann wäre es ja auch kein Naturschutz oder so. Weil du gesagt hast. Ja genau. Die werden auseinandergenommen. Deshalb hab ich noch nicht weiter gedacht. Das find ich jetzt gar nicht so undumm. Weil die sind ja auch theoretisch selten. Halbwegs. Die sind eigentlich. Ne. Regionen sind sogar öfter. Aber trotzdem verstehe ich das Argument. Ja gut. Aber bei einer Ge... Ja gut. Doch meine Geode kannst du auch immer wieder hin und theoretisch looten. Weil der ja nachwächst der Kristall. Ja. Aber da ist ja auch genau dasselbe. Was ich dann immer da meine. Du hast deine Geode da. Deine Main Dingens. Mhm. Und dann brauchst du das auch nicht mehr. Naja. Verstehe ich. Also da verstehe ich es ein bisschen mehr. Ich find's noch nicht perfekt. Den Vergleich. Weil Geoden es viel mehr gibt. Es gibt richtig viele Geode. Tatsächlich unterschätzt das wie viele es gibt. Es wird bei weitem nicht so viel sein. wie die Twilight Chambers. Also ich weiß jetzt nicht genau was an einem Update kommt. Ich kannte nur diese Preview da oder was aber. Dafür verstehe ich es ein bisschen mehr. Also man könnte das schon argumentieren. Machst du recht. Also man sagt Geoden haben jetzt auch keinen besonderen Schutz. Aber es ist ja auch dann irgendwie wie so eine Ancient City. Die wird ja dann auch irgendwie gelootet da. Da wird dann halt. Ja. Ancient City ist ein besserer. Das ist besser. Geode. Geode wieder weg. Das ist Quatsch. Nicht Quatsch. Aber das ist nicht so gut. Ancient City ergibt Sinn. Das könnte von der. Das kommt glaube ich auch von der Wahrscheinlichkeit her. Also von wie oft selten es ist. Ja. Das passt glaube ich jetzt. Und Ancient City haben wir ja auch keinen Schutz. Da kann theoretisch jemand hingehen und sie abhauen. Ja. Ja okay. Da verstehe ich das argumentieren. Wenn du da haben willst oder sowas. Dann baust du die halt ab. Ja gut. Darum geht es. Das ist halt der springende Punkt. Du hast bei der Ancient City halt keine Erzblöcke. Entschuldigung. Ja und du würdest glaube ich auch nicht in der Ancient City gehen. Wenn du siehst. Okay. Die ist nicht gelootet oder so. Oder da sind zumindest Fackeln oder sowas. Weil das wird ja auch da ein bisschen rausnehmen. Wenn du halt schon siehst. Ja okay. Die Trial Chamber ist gelootet. Da ist jetzt nochmal was anderes. Weil da kannst du ja einfach nur für den Spawner da hingehen. Aber grundsätzlich ist es ja da auch irgendwie dasselbe. Dann würdest du da auch nicht wirklich hingehen wollen. Außer du denkst halt. Okay. Du möchtest nur für hier diese Belohnung da. Dieses Mace da oder sowas. Aber sonst würdest du ja immer lieber selber so ein Trial Chamber finden. mit dem Trial Chamber ist ja. Also natürlich dass Falco auch hier dabei ist. Ne ne ich würde trotzdem. Aber auch wenn. Ne ne. Das ist doch der Sinn von den Trial Chamber. dass man doch dann trotzdem. Wenn ich jetzt sehe eine Eskelute. Das ist mir ja wurscht. Ich kann hingehen und den. Ja ist trotzdem nochmal. Ja genau das meine ich. Aber ich glaube wenn. Du willst ja dann wahrscheinlich eher tendenziell da. Eine eigene Rieche. Dich da nur hin wegen. Oder wenn. Gäbe es da für dich nur einen Grund. Wenn du da nochmal hingehen würdest. Oder für dich da hingehen. für dieses Mace da. Dieses. Mhm. Krasse Teil da. Oder ich. Ne hier. Breezes oder so. Breeze ja. Mace ist. Mace ist. Der. Der Hammer ja gell. Ja. Den muss man dann kraften. Aus dem Teil. Das ist ein Chor oder so. Genau. Oh. Lecker. Mhm. Es gibt's. Was gab's. Hast du diese Superbox. Gar nichts. Aber am Löffel lecken. Für. Für. Ein Eisen. Für. Ein Eisenhaushalt. Ja. Also das. Wie gesagt. Also ich. Fühle den Vergleich eher. Also mit der. Ancient City am meisten. Nur da. Ist auch noch nicht perfekt. Ich bin noch nicht. Bin nicht beide. Nicht ganz. Ich verstehe dich. Ich kann dich ein bisschen besser verstehen. Äh. Trotzdem kann ich dich ganz nahe verziehen. Weil du bei der Ancient City jetzt. Keine Erdblöcke hast. Oder so. Da würde es dir keinen Sinn ergeben. Da müsste man das beste Beispiel machen. Wenn die aus Eisen. Aus. Ja. Aus. Wenn die aus Kupfer wäre. Würde ich es genauso sagen. Ey. Bord die nicht unbedingt ab. Oder so. Aber ich kann es jetzt definitiv mehr verstehen. Aber was ich jetzt sagen wollte. Also ich bin so halbwegs bei dir. Aber ich hätte es auch nicht. Also ich hätte es nicht vorhin regelrecht eigentlich. Um ehrlich zu sein. Ich habe gedacht. Das war jetzt nur bei Darfux gemeint. Wenn er jemanden sieht. Dann wird er ungemütlich. Was ich eigentlich sagen wollte. Der Darfux. Foku. Hat. Gesagt. Weil ich gesagt habe. Er meinte dann so. Ich war. Wenn wir über Ancient City geredet. Dann er so. Ich war auf dem Realm noch nie in der Ancient City. Dann habe ich gesagt. Oh okay. Und dann schreibt er. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Bist du dafür bereit? Oder willst du es nicht wissen? Bist du bereit? Ja. Erzähl. Aber ich finde. Ich werde gehen. Also schnell. Ja. Er hat geschrieben. Nee. Hab. Aber ich schaue. Ich habe echt. Echt nicht. Nee. Hab auch ehrlich gesagt. Keine Lust drauf. Weil da mal jemand auf Friedrich reingehüft ist. Keine Sorge. Ich bin auf deiner Seite. Aber ich sage. Okay. Du hast es ja damals ja selber gespoilert. Du hast ja voll entspannt am Disco erzählt. Ja. Ich war zu einer Ancient City. Ist ja welche Schwierigkeit. Ja. Auf Friedrich. Aber. Ja. Wollte ich nur sagen. Der Darfuchs. Aber er wusste nicht. Dass du es warst. Ich habe dann gesagt. Ich glaube. Wer war denn das? Er hat so. Keine Ahnung. Also er hat jetzt. Das ging nicht. Glaub ich. Aber. Wollte nur sagen. Du hast Darfuchs. Jetzt hat er was gegen dich. Jetzt hat er was gegen dich. So sehr. Ohne Darfuchs. Na. Ich glaube nicht. Dass Darfuchs jetzt da. Großartig. Oder? Aber Darfuchs. Ich habe es noch nicht verstanden. Also dass du jetzt deswegen. Gar nicht ins Ding reingehst. Oder das ist ja Quatsch. Darfuchs hilft mir hier gerade. Sand aufbauen. Deswegen muss ich ihn einschlemmen. Wollte ich jetzt auch helfen? Ich habe heute Nacht so gut gepennt. Insane. Ich bin aufgewacht. Wirklich. Ich habe jetzt komplett so ein Serien gebumst. Ich war in der Klasse. Ich war in Frankreich. Ich war in der Freundesjugendgruppe. Typisch. So den ganzen Tag gesoffen und so. Ja. Ja. Kannst keiner. Er hat ein Tattoo jetzt. Er hat jetzt ein Tattoo? Ja. Wie alt ist er? 16. Lol. Ab mit 16 darf man in Deutschland glaube ich auch schon Tattoo, ne? Ja, aber mit Erlaubnis von den Eltern. Stimmt. Aber er ist einfach in Frankreich, aber einfach so for free oder wie, so besoffen, wahrscheinlich so spontane Aktion. Tattoo finde ich auch sehr geil. Darfuchs, du hast ein Tattoo, glaube ich. Vor allem am Unterarm. Du siehst so richtig auf wie, also es ist nichts Großes, aber trotzdem. Und was für ein Motiv? Naja, das sind so römische Zahlen von dem Geburtstags von deinem Opa. Die wenigstens irgendwas halbwegs normales. Aber die hat es nicht. Das ist für ein Bild. Ja, schon coole Storys, die du deinen Kindern erzählen kannst. Das ist echt so. Storm. Ja. Drei hast du, Fuchs, ja. Das kannst du sagen. Ey, danke, Frau Waffe, für die tollen Storys, die du mir immer mehr erzählst. Ich schreie so an im Bett, zum Schlafbett. Äh, Storm heißt das, nicht Storys. Ich kenne so viele Leute, die, wenn sie alt geworden sind, dann die Tattoos übelst bereuen, weil sie ja dann so schrumpelig werden. Und was die noch alle in seinem Gesicht wegmachen, war das nicht? Ach stimmt, das hast du ja gar nicht mitbekommen. Irgendwas wollte er, irgendwas bereut er, glaube ich, ja. Ne, schon in Rue Life kenne ich ein paar Leute, die dann sagen halt, oder wenn sie älter werden, dann werden die ja schon schrumpelig. Hm? Ich glaube, der Typ bereut er so einiges. Also. Meine Schwester hat einen Tattoo. Echt? Jo. Also sogar mehrere, also ganz kleine halt. Okay. So eine Welle und so ein Scheißdreck. Eine Welle. Das ist so klasse, dass er bei der Polizei gar keine haben, wenn er sich behandelt. Mhm. Und das wäre auch. Tja. Wäre auch geil, wenn du so festgehalten wirst, wenn du so ein Typ siehst auf seinen Arm so so ein rosa in das Einhorn. Er fässt dich so richtig weird an, weißt du, pack dich so am Arsch, so. Ey, hier sind meine Hände. Wollen sie mir nicht die Hände? Nein, 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 ich pack sie hinten an. Ey, das ist jetzt was ich, ja? Wir müssen uns respektieren. Ja, ja, ist gut. Suftattoo in Frankreich, das würde er bereuen. Bitte? Was? Weißt du, warum ich das sage? Was? Was hast du gerade gefragt? Ich hab gesagt, jetzt ist ja schon Juni, langsam müssen wir wissen, wie die Echtzeige ist. Achso. Weißt du, der Jürgen und der Michael, die schon seit Jahr nur richtig rumvögeln sollen. Wie ist das eigentlich? Suftattoo in Frankreich, darf ich es kommen? Und hab ich vorlesen, Suftattoo in Frankreich, das würde er bereuen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie krass die Connection zu seinem Opa ist, aber es muss ja schon eine heftige Connection sein, dass man dann so, oder? Also das ist ja wirklich... Also das ist so richtig unter der Hand, wirklich, quasi. Mhm. Da, wo man sich die Schlager dann nochmal aufschneidet beim Selbstmord, oder? Da, wo die Ader ist, praktisch. Richtig. Wie heißt denn das? Unterer, mittel, Oberarm, rechts von da. Wie hab ich's mal gesagt? Oberbein hab ich mal. Oberbein hab ich mal. Will, wie stehst du zu Taten? Wie stehst du zu Taten? Das find ich eigentlich, die sind ganz cool, also grundsätzlich, aber ich glaub, äh, die sehen voll cool aus und so, aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt immer machen würde. Und, äh, die sind ja auch nicht immer so dufte, mufte, so gesund für den Körper, weil der ja die ganze Zeit gegen die ankämpft, ne? Ach, stimmt, da hab ich auch noch was gelesen. Da werden irgendwie die Pigmente ja ausgebrannt, ne. Was wird da genau gemacht? Die weißen Blutkörperchen, die, äh, Thrombozyten. Ja. Die weißen Blutkörperchen, die so nicht beschützen und sowas. Es ist 23 Uhr mitten im Juni und du erzählst mir irgendwas von Thrombozyten. Hä, lass doch mal, mich interessiert das, Digga, du Vollidiot. Ups, das ist mir irgendwie rausgerutscht. Ja, ne, ich will ja auch, äh, fokus auf meine Klappe halten, hier. Ich hab morgen Bio. Ja, kannst du angeben damit. Stell mal vor, du sagst. Ja, der erzählt ja auch was mit Thrombozyten, Digga. Thrombozyten? Und sagt das dann, äh? Und dann fragst du, ey, ja, wie sieht ihre Meinung zu Tattoos aus? Meine sieht so aus, dass es voll schlecht ist wegen Thrombozyten und so. Und dann ist sie so, boah, der weiß das, Alter, wegen Thrombozyten und das haben wir auch gerade und so. Ne, ähm, auf jeden Fall, hier, die weißen Blutkörperchen, da, die Thrombozyten, da sind so diese Bodyguards und sowas. Die werden so durch, durch die roten Blutkörperchen und sowas, so, äh, durch den Club gehen und so und dann Ausschau halten, ob da irgendwer ist, der Schläge haben möchte und dann frissen die den einfach auf. Dann umkreisen die den und lassen ihn nicht mehr raus. Ich bin immer verwirrt, ich dachte, die weißen Blutkörperchen sind Leukozyten, dachte ich, wegen Leukämie auch. Was? Hä? Die Leukozyten. Die Leukozyten sind die weißen Blutkörperchen, das weiß ich gerade nicht mehr. Könnte... Würde aber auch sehen, weil, was du sagst, die würde auch sehen, wegen Thrombose. Da hatte ich auch was dazu, ein weiße Blutkörperchen. Ja, so kann ich mal. Die weißen Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten, sind bei gesunden Menschen im Vergleich zu anderen Blutkörperchen nur ein geringer, genau. Ja, ne, warte mal, was sind Thrombosezyten? Thrombosezyten? Thrombosezyten sind zirkulierende Zellfragmente, die für die Blutgerinnung zuständig sind. Okay, ja, gibt Sinn, genau, deswegen sagt man ja Thrombose. Wenn du zu lange sitzt oder sowas, dann hast du kleine Blutgerinnung, bleibe lupp. Ich würde sagen, wir beide haben recht. Also eigentlich habe ich zu 100% recht und du nicht, aber okay, von mir aus. Also, wenn wir beide jetzt so, ne, auf jeden Fall hier die Leukozyten, die gehen dann durch den Club und so und dann sehen die da so, ey, yo, da ist ein Pigmente da und sowas. Und die gucken dann so auf ihren Plan und sowas, auf ihre Liste und sowas, so roten Blutkörperchen A, roten Blutkörperchen B und dann stellen die so fest, ey, hier, die Pigmente sollten hier gar nicht sein und sowas. Und dann versuchen die, die aufzufressen. Aber die Pigmente sind zum Teil zu schwer, weil die halt irgendwie so Tinte sind und sowas und voll tief drin und so und dann kriegen die da die nicht wirklich so ab. Aber trotzdem versuchen die das Ganze halt so dagegen anzufalten, so, ah, wir wollen die wegkriegen und sowas. Und dann ab und zu mal klappt das so ein bisschen, dann bringen die die so ein bisschen weg, fressen die auf und manchmal nicht. Und deswegen soll man, glaube ich, auch immer so zum Teil zu Tattoos nachstechen und sowas. Ich glaube, zum Teil könnte da... Ja, weil die dann so ausgrauen oder so scheiße aussehen, ne? Mein Opa hat mal ein Tattoo. Dein Echter? Ich würde es dann kaufen, leider. Ich wollte auch mal ein Tattoo werden. Der Tattoo wird ja nicht gelaufen. Ich würde es aber nicht unbequem sein, ich wäre auf dem Platz, ja. Ich würde sich da relativ wenig bewegen und so und... Mr. Broncos. Wenn du ein Gesicht bist, musst du immer lachen, wenn jemand das halt hat. Agent, Mr. Broncos, ich hätte mal eine Frage. Hätten Sie vielleicht Sonntag am Morgen? Sonntagmorgens? Agent... Agent, ich liebe dich. Wirklich. Über alles. Bist ja auch volljährig. Kann ich lieben, wie ich will. Aber genauso wie Snoopy, als ich meine fünf Wochen Weihnachtsölop hatte, ne? Schreibt der mich am Sonntag, am letzten, ne? Also ihr wisst, ich mag meine Arbeit, aber nach fünf Wochen du frei hast, bist du natürlich trotzdem am Sonntag, bist du eher gechillt drauf, weil alles wieder vorbereitet, wieder in die Arbeitsstimmung reinkommen und so, ne? Dann schreibt der mich am Sonntag an, ja Dave, ich tu mir meinen PC einrichten. Kannst du bitte mal die Teile anschauen, ob das so passt? Und ich hab dann relativ spät ihm halt, ich hab dann gesagt, ja, kann ich mal, und dann hab ich halt ein paar Wochen später, hab dann lange nicht geantwortet, dann meinte er so, ja, ne, ich hab's dann selber gemacht, er hat auch gemeint, er ist mir nicht böse und so, dann meinte ich so, ja, danke dir, aber ganz ehrlich, du weißt nicht, ich hab gesagt, er hat ja damals mit mir in Minecraft gespielt und so, sag ich, fünf Wochen lang davor, hättest du ja schon mal ankündigen können, du, ich würd mir jetzt irgendwann mal ein PC zusammenstellen, hätt noch mal reden können. Und das Problem ist, ich hab halt, das kannst du jetzt vielleicht nicht wissen, aber soll jetzt kein Head sein, ich wollt's dir nur sagen, ich hab halt am Sonntag halt meinen letzten, ach, 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 ein Date. Ein Date, ja. Nein, ich hab am Sonntag halt meinen letzten Urlaubstag, das heißt, da werde ich halt dann eher so, weißt, in der Früh wahrscheinlich ein bisschen Rad fahren, Sport, keine Ahnung, entspannen und so, vielleicht ein bisschen was streamen oder so, wenn's spontan, spontan, ja, aber was fest ausmachen für den Sonntag geht gar nicht, weißt, so, weil, kannst du nachvollziehen, so, letzter Urlaubstag, so, da fest was ausmachen, so, keine Ahnung, nee. Aber vielen Dank für die Kommissarin. Du hast mich gefragt, ob ich da gelust hab, habt ihr doch letztens schon gesagt, dass ich aktuell höchstens, ja, 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 ich weiß, dass du nur höchstens gesagt hast, aber ich hab darauf ja dann nicht viel pleit, also ich hab dann nicht gesagt, ja, okay, safe Sonntag oder so, hab ich safe nicht gesagt. Ich hab dann halt gedacht, okay, schauen wir mal, vielleicht hast du ja noch irgendwie, deswegen, ich hab aber auch gefragt, also, wenn du mal, wenn wir das so hernehmen, kann ich auch sagen, was ich gesagt hab, das weiß ich noch, ich hab nämlich gesagt, hast du irgendwann mal unter der Woche Zeit, ich hab nämlich frei, extra deswegen, ja, darum geht's mir, ist ja kein Stress jetzt, um Gottes Willen, ich wollte nur, was sollte jetzt nicht böse gemeint sein, ich wollte nur sagen, dass es halt wirklich schwer ist an dem Sonntag wahrscheinlich. So, ich würd mich jetzt nicht mal verabschieden von euch. Schreibt doch noch ne Stunde. Ja, ich brauch was sagen. Dann, äh, könnte ich sogar Hallo? Ja? Jetzt eventuell gleich ähm, Almost Weeklys launchen. Ja, dann geh ich jetzt meine Wäsche weg. Hm. Aber, äh, Foku, äh, ich würd's so machen, äh, die Titanic kriegt ne Special Ausgabe, okay? Wär das was für dich? Ne eigene Ausgabe? Ne eigene, ne eigene Ausgabe. Ja, ich erklär grad zum Hintergrund, ich erklär grad zum Hintergrund, Phil hat vorher gesehen, wie viel Text du dann geschrieben hattest. Ja, weil das ist viel zu wenig Wissen. Ne, also, der soll auch gar nicht wissen, nein, okay. Aber es gibt keinen Sinn, weil somit ist es doch viel positiver für ihn. Er hat deine, deine, deine Rückmeldung bekommen und es war so viel Text, dass es so viel, so viel zum Reinschreiben ist, dass es gar nicht mehr in die Ausgabe passt, deswegen hatte deswegen hatte Phil die Idee, dass, äh, äh, ne extra, ne, sogar meine Idee. Ah, sogar meine Idee! Ähm, aber Phil hat dann gesagt, äh, dass wenn die, ähm, dass, das sozusagen hatte, Phil dann gemeint, dass wir gerade, dass eine extra Ausgabe, wie so, also Zeitschriften, eine extra Ausgabe Ägypten von Pyramiden, äh, Pyramiden von Ägypten. Ja. Ich, ich, ich kann jetzt, äh, die richtige Geschichte, weil die hab ich da auch grad nicht gesagt, und zwar folgendes, ähm, ich hab, äh, hier Weeklys und sowas angeschrieben, nur deinen Text hab ich noch nicht geschrieben, und, äh, einen anderen. So, ich hab geschrieben, 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 so, jetzt folgendes Problem, ich bin bei Seite 45 angekommen und festgestellt, das Buch hat ja nur 50 Seiten. So. Scheiße. Okay, ein Artikel streiche ich, und dann, äh, bringe ich den da drunter, aber ich musste noch ein Artikel schreiben und dein Artikel. So. Mhm. Aber weil dein, äh, Nachricht noch nicht, äh, da war, dachte ich, okay, ich stehe das Wort. Ich, äh, veröffentliche einfach heimlich und dann sag ich, aha, passt, du spielst gar nicht mit den Vogel, kann ich nichts machen. So. Jetzt ist das Problem, liest noch nicht raus, du hast die Nachricht gesendet. Bedeutet, äh, jetzt ist es nicht hier. So. Ähm, gerade Seite 15 vollgeschrieben, äh, ich hab die letzte Seite komplett, äh, umgeschrieben, dass irgendwie noch so da reinpasst, dass der letzte Buchstabe da irgendwie auch genutzt wird. Das ist gerade so, passt doch. Jetzt sitzen wir hier alle. Ich steh. Ja, egal, ne, ist auch in Ordnung, ne? Aber da kommen auch Bilder rein, dann so, also so, dann wo da so ein fotografisches Schiff läuft, dann so Bilder machen, dann so, hier sehen sie dann den Raum. Ähm... Die Bilder sind so nachgemalt, mit Punkten und Strichen. Ähm... Im Buch. Erkennt man so gar nicht. Das Strichmastik kann man auch. Ich würde, äh, Stück Papiere dazu tun, wo da mit Text draufsteht, was da auf dem Papier dann auch... Bild von der First Das noch. Und, was dann noch die Idee wäre, dann würde ich noch ein extra Papierstück dazu legen, womit man, äh, dann mit Anleitungen, die im Buch steht, ein, äh, Papierschiff falten könnte. Zum selber basteln, weißt auch nicht. In der ersten Ausgabe mit Dinopierpapier. Echt? Ich könnte es auch eine andere machen, wenn man die Titanic selber baut. Oh. Irgendwo weiß ich. So eine Liste dann und so. Sie brauchen nur folgende Materialien. 870.000 Stacks, äh, schwarze Beton. 18.000 Stacks, äh, roter Beton. 25.000 Stacks, Quarz. Im Reelach wäre das geil. Im Reelach wäre das geil, die Titanic nur er bauen. Erste Ausgabe von 726.000 Ausgaben, Schraube 1. Für 999 Euro. Ähm, wisst ihr, wonach er schreit? Nach pinke Pause. Viel Erfolg, Phil. Genau, ich schreie nach, äh, Bettchen. Oh. Du hast ja ein ganz kleines Bettchen. Gleich kommt die Ausgabe, kannst du gleich lesen. Lass doch den Fokus, Phil, lass doch den Fokus schlafen. Ja. Im Ernst, manchmal ist es, gestern war ich, hab ich echt ernst gemeint, das ist manchmal echt anstrengend. Ich hab gestern 11 Stunden gestreamt und zu kurz ist ja okay, aber du hörst dann nicht auf, gell? Du hörst dann echt nicht auf. Ich will mich dann ernsthaft verabschieden, ich will dir eine gute Nacht wünschen und so und du nur, äh, 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 quatsch, das ist echt nervig, bin ich echt ehrlich. Wollte ich nur mal sagen. Leute vielleicht 20 Minuten gehen, ja, ich bin bei Ihnen, was zu haben. Also, krass gemacht, aber witzig, ich freu mich auf, äh, Survivor morgen, ja, mit dem Dich, Ja, ich auch, klar, genau. Apropos, es ist irgendwie, äh, wie ein Star Wars Spiel rausgekommen, Star Wars Hunters, ne? Outlaw meinst du, oder? Hast du da, nee, Star Wars Hunters oder sowas. Hunters? Hab ich auf der Switch gesehen, das ist Crossplay sogar. Das könnte man auch machen. Hunters? So, also dann, tschau, tschau, Star Wars Hunters. Oh, ist ein teambasierter Arena-Shooter, bei dem zwei Teams entspannend in Online-Meshspieler kämpfen und aufeinandertreffen. Wir kämpfen deine Gegner auf Schlachtfeldern, die an legendären Schauplätzen aus Star Wars erinnern, Hoth, Endor und der zweite Todesstern. Hä, sind wir gar... Das sind da wieder. Digga, das ist... Ich glaube, warte mal, ich glaube, das ist ein Ding-Game. Ich will doch jetzt ins Bett schnell. Das ist ein Handy-Game. Ja, das ist ein Handy, oder? Nee, warte mal, der zockt mit, ach so, er zockt auf dem Handy mit Controller. Ja, ist gut. Ja, ihr könnt zum Handy-Game gehen. Alles gut, schlach gut. Ja, tschau, 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 dann muss ich mal schauen, wann ich nächste Woche frei habe. Nächste Woche habe ich wieder Arbeit, denk dran. Es wäre wirklich nur die Woche jetzt gegangen. Aber das kriegen wir schon am Wochenende irgendwie mal oder so. Du musst halt echt viel arbeiten, das ist halt das Problem. Wie gesagt, wir können Sonntag spontan gucken. Da bin ich absolut dabei. Wenn ich Sonntag, das ist, ich habe, ich versuche das immer mit Bladdy und Simon auch zu klären. Ich hasse es nur mittlerweile, mich zu verabreden. Also Mittwoch mein Storyabend, das ist was anderes. Das ist mittlerweile was anderes, weil ich den auch theoretisch jederzeit absagen kann. Ich kann, da tue ich ja niemandem was verpflichten. Aber ich hasse es irgendwie mit Leuten so, Bladdy und Simon versuchen auch immer, mich abends irgendwie so festzunageln mit, also nicht versuchen, aber sie fragen halt so, heute Abend hatte ich immer Zeit, dass wir dann Helder was zocken oder so. Sag ich so, Leute, nur spontan, weil wenn ich dann Bock habe, Sonntag spontan Radl zu fahren, wenn das Wetter schön ist, mache ich lieber das. Oder auch wenn ich Bock habe, Minecraft zu zocken. Ich habe einfach mittlerweile bei mir zocken, ich liebe zocken, ich zocke ja auch immerhin noch, jetzt heute auch wieder sieben Stunden, aber es gibt so Regeln bei mir und das ist eben eine. Also ich hoffe, du verstehst es, Diggi. Es war nicht den Vergleich, den ich damals gemacht hatte, mit damals mit Simon, das war es nicht böse gemeint. Ich werde dich nicht falsch verstehen. Ich habe voll Bock drauf und so, aber es ist einfach, das weißt du ja selber, es muss ja einfach Spaß machen. Also, ich glaube, ich brauche es dir nicht erklären, weil es gibt bei dir ja genauso sein. Aber nach dem Prinzip hätten wir ja jetzt auch heute zocken können. Anstatt dass du zu ihm guckst, hätten wir jetzt ja Wakeport theoretisch zocken können. Man muss es ja fühlen. Es muss ja auch passen. Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen, Diggi. Ne? Seite 45, was zum Fick. Es ist so geil, wie viel diese Ding macht, wirklich. Diese Weekly-Dinger, das ist so insane, Diggi. So cool. Also generell jeder, ja, auf dem Rüben. Foco mit der Story, Film mit dem Weekly, Snoopy, sein ganzes Roleplay, was er baut, Jonas, Jonas mit UCD, allein das Little Italy finde ich so geil. Bin ich so gespannt drauf, wirklich. Ich bin so gespannt auf, auf das. Ich bin so gespannt, die war von 4, 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 und das habe ich mir gezeigt. Ähm, die Waffe heißt der Hammer, oder? Also ist ein Hammer, ne? Ne, ich glaube, der heißt... Ne. Der ist nicht die Keule, oder? Ich will nicht gerade, ob Streitkeulen oder so... Ne, Streitkeulen nicht, oder? Ist ja so ein Sledgehammer, oder? Ich gucke mal, warte mal. Ups. Ups, Ups. Maze. Deutsch. Frau. Frau. Keule, tatsächlich. Die direkte Übersetzung ist Keule. Lol. Mhm. Interesting. Er hat heute voll den Harzer Tag. Also ich habe richtig gut gepennt, Jesus Christ, wirklich. So gut gepennt, aber ich bin erst um 10 aufgestanden, hab selbst noch im Bett gelegen, ein bisschen gechillt. Dann... Eigentlich nur Hartz IV heute gemacht. Na, ich bin relativ früh gestreamt. Insane, oder? Ich bin relativ früh gestanden. Oh, morgen muss ich wieder Brüschi und Schulter machen. Das heißt, ich könnte dann morgen eigentlich in der Früh zum Starbucks gehen. Dann gönne ich mir da vielleicht ein kleines Kuchen-Ding. Sag mal, übelst, wenn ich mal an Starbucks bin, dann esse ich davor so ein Stück Kuchen zum Cappuccino oder so, wenn ich da chill. Und danach dann Sport, dann habe ich immer so übelst die Energie, weil ich dieses ganze Zucker von dem Kuchen habe. Und dann schreiche ich immer rum. Könntest du dann morgen Facepulse machen? Mit dem Band. Mmm! Ich habe ja mein... Sonst kannst du nichts mit dem machen. Für Schulter und Brust. Aber ja, was? Ne, ich habe gerade getroffen. Ganz vergessen, ihr habt mein Band, genau, stimmt. Facepulse, ach, das ist aber eher für Rücken, äh, obere Schulter, Rücken, oder? Glaube ich so, dieses, oder? Ja, für Schulter, ja. Schulter? Aber ich tue doch so nach hinten, oder? Hast du noch Spiemen an? Weiß ich nicht, ich ziehe doch so nach hinten. Warte, ich... Ich will kurz... Ne, ich habe ihn ziemlich an, warte. Ja, alles gut, ne, ich dachte, das muss ich nichts an machen. Also, äh, das ist so, dass du ja so ein bisschen hoch bist und dann das so hoch machst, dass du es dann so ein bisschen... Grundsätzlich hast du da die Schulter, also man sagt halt, dass man da die Schulter dabei hat und den oberen Rücken ein bisschen irgendwie. Zumindest ist die Übung dafür gedacht, dass du dich da ein bisschen so nach hinten lehnt, sag ich mal. Und das soll eigentlich mehr aus der Schulter kommen. Ah, nach hinten lehnen. Ja, warte mal, ich google mal kurz, weil ich glaube, ich bin gerade lost, wie die Übung ist. Face Pull. Ah ja, die Schulterkappen. Ja, ja, okay, verstehe. Ich habe irgendwie an die... An den Nacken gerade gedacht. Ja, Nacken ist gar nichts. Ne, genau, richtig. Verstehe schon. Ja, okay. Aber auch Rücken eben. Ja, okay, verstehe. Ich muss halt gucken, ob ich vom Gewicht hier überhaupt genug dann zu Hause habe. Ich habe zwar schon noch ein paar. Aber mich ärgert, dass ich jetzt diese 20 Kilo Dinger da ver... Also 4 mal 5 Kilo habe... Das war lost, wirklich. Na, egal. Das hat aber noch... Bei uns war so ein Flohmarkt da auf den ganzen Straßen. Da habe ich auch so Gewichte gesehen. Da dachte ich auch noch, könnte ich da auch rüberschauen und zuschlagen. Aber da war ich doch zuvor irgendwie. Da habe ich lieber Pokémon Go gespielt. Oh. Spielst du Pokémon Go? Echt? Cool. Ja. Agent, also ich arbeite morgen erst mal schon 9 Stunden. Bin allein... Allein in der Abteilung? Jesus Christ. Der arme Agent, ey. Ja, mal schauen. Vielleicht ergibt es sich ja am Sonntag. Aber... So ein Spital gucken. Aber es sei mir nicht böse, wenn ich am Sonntag Minecraft spiele. Oder irgendein Game mit Vladi oder Ding oder irgendwie so. Wie gesagt, das ist bei mir immer... Ich weiß nicht warum. Das habe ich erst seitdem... Ähm... Ungefähr seitdem ich das Video gemacht habe. Wo ich gesagt habe, dass ich nicht mehr weiß, wie lange ich spielen und so. Seitdem hat sich ja vieles über mich geändert. So was auch Zocken betrifft und so. Ich tue jetzt ja im Urlaub auch trotzdem zocken, ja. Ähm. Gestern jetzt zum Beispiel da 11 Stunden und heute jetzt auch wieder 7. Ähm... Gut, da habe ich die ersten Tage im Urlaub gar nicht gestreamt. Das ist einfach irgendwie... Es ist ganz komisch mit diesem... Wirklich... Also Vladi und Simon, ich habe denen extra... Das ist eine feste Sprachnachricht erklärt, als wir dann... Heldar, weil sie erstmal gezockt haben. Und wir gemerkt haben, da zocken wir jetzt öfter. Das ist total komisch. Wenn ich in der Arbeit bin und es ist 14 Uhr und die sagen so, heute Abend jemand Zeit. Und dann sagen beide ja. Dann... Klar, ich weiß theoretisch, ich komme nach Hause, ob ich Sport habe oder nicht. Dann könnte ich grob sagen, so oder so. Aber manchmal ist es so, dann mache ich Sport und dann chill ich einfach noch ein bisschen. Am Boden höre Musik. Oder manchmal liege ich auch einfach noch, wenn ich gerade irgendwas auf der Bank gemacht habe, liege ich noch ein bisschen in der letzten Übung, schaue ein bisschen nach oben, höre Musik, chill ein bisschen. Dann mache ich ganz langsam. Also dann höre ich, wenn das ist, ein bisschen Musik, mache mir vielleicht einen Proteinshake oder fange mir schon an, irgendwas zu essen zu machen oder so. Wisst ihr, was ich meine? So entspannt einfach. Und versuche jetzt dann nicht auf... Aber das ist nur mit Zocken. Das ist nur mit Zocken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt... Nicht so dieses klassische Boomer-mäßig so, ich werde jetzt alt und mache Sachen langsamer oder so. Das ist das nur bei Zocken. Also es ist nicht so, dass ich jetzt... Wenn ich jetzt irgendwas anderes habe, einen Termin oder keine Ahnung oder ich muss... Manchmal arbeite ich abends noch mal, mache irgendwie sowas, dann hustle ich schon. Dann sage ich ja, okay, weiter oder so, das ist dann kein Stress. Oder wenn ich generell einen Termin habe, dann ist es halt so. Wenn du jetzt generell auch... An sich ist kein Fan, Termin zu haben. Das ist die Vision und ich haben da die gleiche Meinung. Wenn du am Montag schon weißt, du hast Donnerstag einen Arzttermin, dann ist die Woche irgendwie down. Aber das ist nur mit Zocken, weil ich irgendwie... Ich will nicht mehr, dass Zocken so ein fester Termin ist. Das triggert mich so. Und wie gesagt, das mit dem Story-Abend mittwochs wisst ihr ja selber. Das passiert mal, dass ich mal zwei Wochen dann gar nicht zocke oder so. Wenn ich dann... Oft ist es ja, wenn ich Sport mache. Und dann komme ich spät nach Hause, weil in der Arbeit das fertig gemacht werden muss. Und dann, wenn ich dann mit Sport fertig bin oder so, ist 8 oder 9. Und dann rennt es jetzt auch nicht mehr, da weiter zu streamen oder so. Und Quatsch, dann zwei, ein, zwei Stunden oder so. Ich verstehe das, du brauchst mir das nicht in ein paar Stunden. Das war jetzt allgemein so für den Stream einfach nochmal. Passt, danke dir. Das Verständnis. Ich dachte mir, gestern, am Montag, hat der Blatt ja auch in die Gruppe geschrieben. Oder am Sonntag hat er geschrieben. Genau, wo er gesagt hat, hat jemand Bock, 23 Uhr abends. Dann sag ich, hab ich ihm geschrieben, du, eher nicht. Weil dann haben wir eh, ist eh die ja gezockt, Survivor. Dann habe ich gesagt, wenn nur spontan. Dann meinte er, wie schaut's morgen aus aus am Montag? Ich hätte frei. Dann sag ich so, ja, du weißt, ich hab Urlaub, ich hab Bock. Aber, wie du weißt, ich kann dir nicht zusagen. Nicht spontan, wenn nur spontan. Und dann war ich ja in München, war Starbucks und hab ich gechillt, die Stars. Und dann war ich um 13 Uhr auf der Couch gesessen mit meiner Superbowl nach dem Sport. Und dann hat es gepasst. Dann habe ich gesagt, okay, passt, bin 14 Uhr da. Das hat sich dann ergeben, sozusagen. Also war es nicht auf dich bezogen, einfach so, Agent. Ich erzähle dir oft immer irgendwas einfach so vor mich hin. Darfox Kuss, gell, fürs helfen, du Ehrenmann. Du lösst mir nur, damit ich dir wieder bei deinem Tunnel helfe, gell? Du hast immer eine Absicht, seilig. Da habe ich mir wieder Bock drauf zu helfen. Mit Musik ist alles besser. Oh, da grindet jemand Musik. Musik ist alles besser. Agent, schönen Abend dir und einen schnellen Arbeitstag. Ich brauche eine Pause von Lager, Tunnel, Landschaft, Haus. Immer gut, was anderes zu machen am Morgen. Also was hört mit meinem Hals? Als hätte ich so eine leckige Reaktion oder so, so leicht angeschwollen fühlt er sich an. Strange. Ja, ich wollte eigentlich Titanic bauen, aber irgendwie gingen die letzten drei Stunden, also um 21 Uhr wollte ich aufhören, aber irgendwie die Zeit zwischen 21 Uhr und 23 Uhr ging jetzt irgendwie voll schnuppen. So ist das. Justine. Und jetzt? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. ... und den Tropenfischhandel. Ein Senator in der eigenen Reihe? Mord angeklagt? Das ist schon gewöhnlich. Ja gut, aber es ist jetzt im Gefängnis. Ja. Ja, Untersuchung. Ja, in Uracht oder so. Hast du ja nicht, du seid Semesterferien oder Uni? Jetzt gerade habe ich Blockwoche frei. Hm. Also jetzt die Woche. Ja, wir haben morgens Parko, oder? Ja. Okay. Nee, Dienstag. Morgen ist Tag, ja. Genau. Scheiße. Wie wird denn das Wetter morgen? Ich überlege, ob ich morgen zum Starbucks gehe, oder wenn das Wetter mal schöner wird, weil es sollte eigentlich schöner werden morgen. Wetter München. Dann überlege ich mir Radl zu fahren. Bessel. 21 Grad in der Früh schon. Hm. Vielleicht warum? Ich glaube, ein Abo. Ja, ich muss nochmal mir fragen, wer alles nochmal ein Abo hat, weil ich was nicht. Oder vielleicht mache ich es auch einfach for free. Weiß nicht. Also ich habe eins, das weiß ich. Ich habe das Premium-Paket gebucht. Aber du hast nichts gezahlt, oder? Nee, bisher noch nichts gezahlt. Da habe ich dich mal gefragt. Da hast du gesagt, ja, du hast ja auch gesagt, du hast den Überblick, glaube ich, verloren. Noch habe ich nichts gezahlt, soweit ich weiß. Oder? Nee. Also wenn, glaube ich, hättest du mir eine Rechnung ausgestellt. Und ich glaube, ich müsste die in meiner Chest haben. Ja, gleich mal. Habe ich aber nichts. Hast du nichts, gell? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich denke nur, dass ich eine Rechnung bezahlt hatte, weil die Preise damals beim Abo dabei standen ja im Buch. Da hast du ja dazu geschrieben, was es kostet. Oder? Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich bin da auch nicht. Und deswegen, ja, nee, deswegen glaube ich es, glaube ich nur. Deswegen denke ich, dass ich bezahlt habe, weil ich den Preis im Kopf habe von Ankündigung. Aber ich habe nichts. Nee, dürfte nichts bezahlt haben. Und ich habe nichts. And ich habe nichts bezahlt. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ist noch gut. Ich kann noch vom 4.6. noch eintragen. Mir tut Pizzi für leid. Das ist voll krass. Der hat seine Prüfung da und Abschlussprüfung und Schitte, was er da hat. Oder mit seiner Mom und Krankenhaus und so. Boah, ist schon heftig, glaube ich. Er hat zum Glück seine Schwester noch. Das ist ja nicht ganz allein, aber trotzdem. Was ist das schon? Wann hat Pizzi geschrieben? Wann ist die? Hat er geschrieben? Morgen? Was hat er geschrieben? Was hat er geschrieben? Was hat er geschrieben? Muss ich noch Bio lernen? Für mündliche Prüfung hat er nur geschrieben. Okay, nicht morgen. Okay. Vielen Dank. Boah, da haben wir echt was geschafft hier. Also das schaffe ich ja mal im Urlaub ja safe noch. Die Hand trockene Sachen machen. Und dann, wenn wir das fertig haben, werden wir dann direkt schon mit dem Ding anfangen. Mit dem restlichen aus dem ersten Becken hier am Boden. Da müssen wir halt auch wieder Lines reinziehen. Stellenweise werden wir vielleicht hier, da können wir mit Schwemmen arbeiten. Das geht safe. Wir müssen nur in diesen Tiefbereichen müssen wir Ding machen. Nur da. Also den Becken da, 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 da vielleicht. Hier können wir mit Schwemmen arbeiten, das müsste klappen. Warum spiele ich eigentlich nicht in Vollbild? Ich nehme die Knoten. Alles gut. Da, 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 da. Da, 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 da. Vielen Dank. Buch ist geschrieben. Oh, ist es echt heute noch aus? Ja. Aber ich lese es mir heute nicht mehr durch. Ja, es ist kaum jemand da. Ich packe es einfach wieder dann in so einen Kasten oder so einen Kasten wieder. Weil schon eh keiner zu, schon spät. Wenn es zwei Zuschauer da sind. Ja, es sind ja auch zwei Zuschauer. Nein, aber jetzt einfach nicht so spät, keine Ahnung. Ach, Digga, da muss man noch die ganzen Bücher kopieren. Ach, Scheiße. Ich glaube, ich mache auch, die mache ich auch, glaube ich, erstmal noch kostenlos. Zwei Ausgaben haben wir auch noch kein Geld gewonnen. Das ist ein reines Minusgeschäft. Die Redaktion geht direkt pleite. Schön, dass ihr alle da seid zu unserem einjährigen Bestehen. Freut mich. Hinten gibt es Kuchen und lasst uns einen schönen Abend haben. Und im Übrigen sind wir pleite. Den Kuchen müssen sie selber befreien. Genau, die Sonderausgabe von Fuku würde ein Geld kosten. Und dafür muss er dann auch selber bezahlen. Muss er selber, genau. Ja. Zwölf Ausgaben sind ja erstmal gut, oder? Ich glaube mehr werden auch nicht. Oh ja, wahrscheinlich. Sieben reichen auch, glaube ich, schon aus. Ja. 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 Ich sehe gerade, dass in dem Pack hat er das verkackt mit dem... Lol. Mal gucken, ob ich das falsche Raytracing Pack vielleicht... 8 Kopien reichen, glaube ich. Wenn nicht, ist es Limited Edition halt. Was hat Jonas gesagt? Gelb? Raucher und weiß und rot. Weiß, ja. 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 Wie sagt er kein alt? Irgendwann einer von euch schredet doch gelb. Du glaube ich, ja. Joah nach Sonderausgabe oder? Joah nach. Du halt so die Largeste... Nein nein, es lägt gerade wieder dieses dieses... Es ist immer gleich mittlerweile, jetzt zack, und es lädt wieder alles. Es ist so oft, äh nicht so oft, aber es ist immer gleich, dass es dann alles nachlädt. Und wie gesagt, genau das hat er heute in der Folge Dennis auch. Dax legt noch einen Rülms, das ist auch Zufall aber. Den meint der jetzt auch öfter. Bitte? Ich flieg gerade. Ich schreit auch langsam wieder nach Pinkelpausen. Bist du noch länger da? Ne, ich mach jetzt gleich. Also ich mach jetzt den Weekly News dahin und dann... Dann würde ich doch die Pinkelpause gleich als Abschied nehmen, oder? Dann wäre ich auch weg. Brauche ich vielleicht noch mal die Titanic. Nichts warten müssen und sowas. Boah, das ist schon anstrengend. Was warten? Ja. Dass man pinkeln kann und sowas um Blasen drücken. Ey, ich musste heute echt auch pinkeln. Ich habe heute so wenig gegessen. Immer wenn ich so wenig ess, dann gibt es auch irgendwie Sinn. Dann ist so gefühlt kein Essen da, mit dem das Wasser sich ein bisschen vermischen kann. Muss ich sofort pinkeln. Wenn man trinke ich ein Glas Wasser gefüllt, dann muss ich danach pinkeln. Ich wollte erstmal das wieder an der selben Stelle hinbauen, wo das auch letztes Mal stand, diese Box. Aber dann macht mir Sorge, dass das mehr zu sehr nach diesen Obdachlosenheimen... Leute denken das ist der Briefkasten vom Obdachlosen und schmeißen Geld rein. Lauter Gaben drin. Achs, in die Poststation. Ja. Das ist ein edlerer. Ich müsste mir eigentlich echt MC fürs Handy holen, da hätte ich in der Pause oder wenn wir warten müssen, was zu tun. Also, ich habe es am Handy ja auch. Das habe ich mir damals am Handy geholt, als wir den ganzen Kelp fürs Museum... Erinnerst du dich, bei deinem Kelp 3000 Kelpinator da gemacht haben? Da habe ich mich ja mal abgehängt gestellt. Mit Bullet. Bulletproof. 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 Und da habe ich es mir am Handy geholt. Und ganz selten bin ich auch mal... Also, ich hasse am Handy spielen. Ist halt für mich richtig anstrengend. Ich kann das nicht. Da bin ich zu Boomer, glaube ich. Aber ab und zu mache ich es einfach. Da komme ich mit dem Handy mal drauf oder ich gucke mal, wer drauf ist. Interessiert mich. Ich finde generell interessant, wer da gerade drauf ist. Das mache ich ab und zu tatsächlich. Ich finde es ganz cool, auf dem Handy zu haben. Oder was ich ab und zu ja mache, wenn ihr sagt, es ist ein Update und es muss geupdatet werden. Dann muss ich ja den Client, also mein Programm updaten und dann kann ich ihn draufjoinen. Dann stoßt das erst an. Das ist ein bisschen lo, finde ich. Aber das mache ich oft so. Ich glaube, beim Handy kostet das nicht so viel, oder? Das kostet nicht wie nur ein Zehner oder so? 15 oder so? Weiß ich noch nicht, was es kostet. Das kostet, glaube ich. 7 Euro. 7,90 Euro. Ich weiß nicht, ob es noch ist, aber vor ein paar Tagen war es noch 50% Rabatt wegen 15 Jahren Minecraft. Genau. Vielleicht kannst du da einen Schnapper machen. Dann kostet es nur 3,4 Euro. Das ist ja dann gar nichts. Das ist dann Döner. Weniger als Döner. Das ist Hunger. Scheiße. Wollen wir kurz noch Döner holen? Das ist gut. Jo, never ever. Hast du ja nicht den Obdachlosen im Fichtenwald hingelegt, der eine Schallplatte für einen Diamanten verkauft und Fleisch für einen Diamanten? Tapes, Snacks, Tapes, Snacks. Oh. Tapes & Snacks. Tapes & Snacks. Tapes & Snacks. Tapes & Snacks. Das hat mich irgendeine Wut. 96. Das ist ja auch eine Anspielung daran. Der sagt... Schon, oder? Da sagt einer Tapes & Snacks. Ja, der sagt... Ja. Ja, genau. Ja, ich wusste... Da wird sich da jemand Englisch sprechen. Pfft. Hä? Die haben so viele Sachen in die Kanzel ergeben und du sagst jetzt, das soll sein? Hä? 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 Weißt du, wie die Katzenimperatoren und du sagst, das ist gar kein Sinn, wenn er Englisch redet. Pfff. Hm. Ja. Lol, hier sind Perlis drin. Oh. Kennst du noch Perlis von dir, das Event? Ja. In dem... In dem... In dem Fichten? Das war doch nur im Bahnhof, dachte ich. Perlis sind... Perlis sind im Ofen von dem... Haus im Fichtenwald, diesem abgelegenen. Am Wasser. Weißt du, was ich meine? Ist egal. Auf jeden Fall, da sind Perlis im Ofen. Wären durchgebrutzelt. Ne, weil im Ausgabeslot ist ein gebratenes Hühnchen drin, deswegen passiert da nichts. Achso. So schön, immer durch den Fichtenwald zu laufen, wirklich. Ja. 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 Steht im Postfach... Am Postfach da. Oh, da... Wie müssen wir es mal? Ne, ich mag aber nicht mehr heute. Ist ja quatschen. Quatschen. Quatschen, quatschen. Quatschen, quatschen. Loll. Den Steve, der jetzt die Töpferding auf dem Kopf hat. Ich bin im Fichtenwald an der Karte, da ist auch der Steve drauf und der ist jetzt rosa, hat ein rosa Helm. Das ist von Ding noch, glaube ich, von... Ich dachte, das ist gerade die Töpfer, aber das ist noch, wo mein Ding drauf war. Weihnachten oder so, ne? Ähm, ja, da war noch mal ein Ding drauf, oder? So Kirschbittenblätter, oder? Ah, das könnte... Hm, aber wieso... Warum Stark? Toilis ist das, gell? Ja. Check ich auch nicht. Warum ist das jetzt nicht? Wo ist da noch mal genau? Karte? Ist hier bei dem Drücker, oder? Da wo die Tongva-Statue ist bei der... Bei der... Bei der... Bei der... Bei der Tongva-Statue? Ja, der nicht oben, aber halt hier unten bei dem Drücker. Ja. Ne, hier? Achso. Ja. Tja. Ich habe auch jedes Mal Angst, durch die Gebüsche zu laufen. Ja. Ja, wirklich. Der ist auch noch. Kann sein, dass die Töpfer vielleicht auch die Farbe haben, aber die sind ja nicht so viel Töpfer vom Kopf. Also kann das auch nicht stimmen. Naja, das sind nur vorne. Deswegen, das sind schon die pinken Haare. Hm. Schau mal, das Boot! Bei der Karte rechts oben. Bei der... Ja, Tankenkarte... Es ist das halbe... Ich muss hier die Schiff drauf. Ja. Pass weg. Alter, das ist auch... Das ist aber auch big. Mhm. Ist ja echt Bock gemacht, also. Ah, okay. Ja, hier hinten wollten wir ja auch noch irgendwann weiterbauen, ne? Da hinten beim Wasser. Beim Kanal. Hier hinten. Ja, genau. Ja, ja. Theoretisch, da will ich ja eigentlich vier Minen reinmachen. Erzmine, Goldmine, Ladungsmine und Eisenmine. Glaub ich war es. Das habe ich noch nicht weitergemacht. Ja. Das ist noch nicht fertig. Green Paw. Ach ja. Ja, das war ja auch eine Plakette, ne? Mhm. Die ist neu, ja. Ein paar Plakette. Wirklich jedes Mal, wenn ich durch den Wald gehe, das mache ich oft nur im Afterstream oder kurz am Ende, habe ich immer so die Erinnerung, wie wir gebaut haben. Das haben wir so effektiv gebaut gehabt. Also so... Jeden Abend war ich das nur, wie ich dann weiß ich noch. Ich war genau in einem Abend daran. In der Arbeit bin ich extra beeilt, schnell nach Hause und direkt weitergebaut. Das sieht auch so sicker aus. Stöbel! Rechts oben soll ja eigentlich auch ein Ding noch drauf, ein Kloster. Boah, so viel noch eigentlich. Nein, so viel ist es auch nicht, aber... Rechts oben. Was soll da dein Kloster sein? Auf dem Berg, oder? Äh, genau. Wenn du da hochfliegst. Wenn du da hochfliegen, da ist ein Slot frei. Okay. Und da wollten wir so dieses typische tibetanische Mönchskloster, was so am Berg so halbwegs fast am runterfallen hängt, weißt? Oh, hier die Brücke hingeht. Warte, aber noch mehr. Vielleicht ist hier ein Stiefkopf? Da habe ich auch schon geschaut, mehrmals. Schade. Boah, der Gase, mit der neuen Sichtwarte so viel mehr. Das ist krass. Also, ich stehe hier gerade und ich sehe nicht den Weihnachtsbaum. Ah, den sehe ich aber, glaube ich... Den sehe ich auch nicht. Steht der überhaupt da noch? Ein Bahnhofsbaum. Nee, der Weihnachtsbaum von Darkie. Ach so! Doch, der müsste noch stehen, glaube ich. Okay, ich sehe ihn zumindest nicht von hier. Oh. Oh, Kerzen sehen auch viel besser aus. Hier habe ich ja sogar noch eine Hütte. Hier hast du eine Hütte. Aber schön auch. Der Weg, wo fährt ich? Und Darkux hat hier da nicht weiter gebraucht. Hier rechts die Hütte, glaube ich, mit mir. Nicht gekauft. War das die? Nee. Ich bin gerade nicht sicher. Und hier. Ich bin gerade gar nicht sicher, welche meine ist. Doch, das ist, glaube ich, die. Oder? Nee, doch. Hast du verkauft. Keine Miete bezahlt. Oh! Gefert. Oh. Oh. Herrenloses. Kein Namen. Oh. Könnte bestimmt meins sein. Wenn es hier in der Gegend ist. Ja, könnte wirklich meins sein. Komm ich halt raus. Kann ich den Namen nehmen. Nee, keinen Namen. Dann bitteschön. Ja, dann bleibst du hier stecken. Mach ich nicht mal ein Haus? Ja, das ist auch. Ich dachte auch, dass dann ein Barfuchs richtig krass hier dann baut, als er auf einmal dieses... Ja, aber gell? In Japanisch Style oder so. Dieses fette Haus hier. Ja, das haben die Wikinger tatsächlich auch geboten. Das sieht mega nice aus. Aber ich... Das ist gut, dass er das gemacht hat. Das ist ja noch ein Zehner. Mhm. Ja, das ist wirklich... Und hier sieht allgemein alles so geil aus. Mhm. Das ist unfassbar. Ja, ich krieg jetzt eine Mail auf mein Firmenhandy. Sag mal. Ja, äh... Dave, könntest du mal kurz jetzt in die Firma kommen, wenn ich mit dem arbeiten? Ich glaub, das sind diese Standard-Mails dann irgendwie, keine Ahnung, hier so automatisiert irgendwie. So. Charlie und Luna. Unfeuer. Nein, ist das schon. Ach, hier geht's jetzt in seinem Lager runter. Irgendwo. Ui. Da. Guck mal. Ja, wo das ist. Ah, er hat hier da seinen Banner hingepackt. Ja, das ist ja auch noch hier. Ah, genau. Und das der Kelp plus 3000, wie der heißt. Dann haben wir auch noch eine Verbindung hierzu gebaut, aber haben wir kaum genutzt. Da bin ich immer... Oh, lol! Das steht noch! Hier bin ich immer auf K-Drängstanden. Mit Bullets. Ruttelbruch. Hast du ahn? Damit der Kelp wächst, ja. Und da war das Regelwerk noch nicht. Da haben wir extra, zack, wir nutzen es noch aus. Da gab es das Regelwerk noch nicht mit den automatischen Fahrern. Ja, die Regelung, dass die Steine kommt. Und... Alter! Die ist auf ganz entspannt einfach ein Ei. LOL! Einfach im Tülen. Ja, das ist das Ei das letzte Mal mitgenommen. Warum hast du denn hier hingelegt? Das hat er schlecht gemacht mit dem Raytracing, Leute. Ich hab mich noch, als er das Lager richtig angepriesen hat. Ja, alle 5000 Sachen kommen hier rein. Und dann hat das angefangen und ist direkt nach Delta gezogen. Wie viele von uns halt, ne? Ja, wie viele von uns halt, ne? Haben wir irgendwas geplant und Ding und allem. Ja, aber der Elcher sieht jetzt halt so geil aus. Mhm. Was ist denn alles gut? Mönch-Lizenz? Ihr habt alle ne Mönch-Lizenz. Mhm. Du nicht? Ne, ich nicht. Was? Japan, ich bin grün, Wind oder so. Ne, Erde. Aber ich glaub, ich würd auch den Test nicht bestehen, weil ich einfach ein Tonga gelogen. Ach, das ist zu dir? Ja, das zu mir. Ah, lol. Wusste ich gar nicht. Ich glaub, ich hatte es mal... Ich glaub, ich hatte es mal gesehen, aber irgendwie nicht mehr so. Hier, steig ein. Oh. Cool, danke. Oh, scheiße. Das du keinst, oder? Ja. Ich dachte, ich hab eins in der Natur noch, aber... Scheiße. Ich hol dich ein. Ist das deine Strip meins oder seine? Äh, Strip meins? Das sind glaub ich meine. Mhm. Aber ich bin da unsicher, weil ich hab immer auf Höhe 12 gebaut. Und plötzlich baue ich dann Plumps auf Höhe 11 runter. So, und ich vermute sehr, das sind Fuchsgänger. Fuchsgänger? Oder Blanky oder sowas, irgendjemand anderes zumindest. Aber, äh, das müssten dann irgendjemand anderes gewesen sein. Aber hauptsächlich hab ich, äh, hier hinten in Richtung Buster gebaut bei meiner Base. Oder gestes Glück meint. Naja. Jetzt kannst du ja recht wieder weiter düsen. Gibt's glaub ich... Ah, jetzt werden die Ketten wieder verlängert. Das ist doch schön. Pfff. Naja. Ja, dankeschön. Ach so, immer wenn ein Besuch da ist. Ja. Ne, immer wenn du glaubst. Immer wenn ich... Oh Gott. Ja, aber sonst... Nix. Die anderen Piratenschiffe sehen so insane aus, gell? Mhm. Habt du fast das neuere gesehen? Ja, ne? Jaja, mein ich ja. Also ich hab's letztes Mal das erste Mal gesehen. Das TEW sieht auch so geil aus. Nix mal. Da ist jetzt noch die Seile da dran. Hier hinten noch das Ding ins. Und dann... Der sieht so insane aus, gell? Jo, Alter. Kommt das dritte, weil ich dann auf die Innereinrichtung keine Lust habe. Ja, ich hab extra das Wasser unten weggemacht, hier. Ja, ja, das... Hier könntest du dann theoretisch die Metallgitter hernehmen. Die Kupferdinger. Weiß nicht, ob's die denn da gibt, aber... Diese, weißt du, die neuen... Oh, ja. Aber ich muss sagen, das find ich irgendwie recht cool, oder? Das sieht cool aus, ja? Ich find's auch nicht schlecht eigentlich. Deswegen hab ich grade so gestottert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kupferdinger wirklich besser aussehen dann. Nur, dass es halt schwebt, ist kacke das. Ah, wobei, ne, ich seh grad an der einen Seite. Es ist fest, lol. Warum ist es auf der anderen Seite? Ach, weil es Slips sind, okay. Das sind ja voll Däner sind, ja. Die würd ich dann halt auch voll machen, dann. Ja, das ist gut, ja. Ich dachte auch noch, äh... Ich wollte hier erstmal noch so einen Aufgang machen mit Leiter, weil ich gar keine Ahnung hatte, hätte, die man von dem Schiff runterkommen könnte. Aber man kann keine Leitern an Falltüren dran machen. Ja, das geht nur in Java, ja. Nur auch. Ja. Deswegen hat Foco ja auch... Ach ja, genau. Deswegen auch. Aber irgendwann, es soll ja alles gepairt werden. Irgendwann soll's anscheinend angehen. Ah, irgendwann, ey. Dann, wenn wir die Offhand kriegen, endlich auch. Ja. Ja, wirklich. Und dann gibt's neue Features, die nur auf Java exclusive sind. Genau! Wir kriegen endlich die Offhand, aber dann gibt's die dritte Hand. In Java, ey. Ja, das ist auch noch... Ah, Schlammaschinen da unten. Mhm, mhm, mhm. Ja, genau. Und da unten noch... Ist noch die Tonga-Statue. Oh, hier ist ne Zahl hinten drauf. Ach, halt die Schnauze, ey. Ja, eigentlich... Eigentlich könnte ich, äh, sagen, weil... Ich glaub, damit mach ich nicht weiter. Ja, aber ist auch lame, oder? Ne, ne, ich sag... Ich, äh... Sag, worauf du... Oder kannst dir das... Die Wörter angucken und vielleicht hast du einen Tipp bei. Ihr habt das, glaub ich, noch nie erwähnt im Rätsel. Das, was ihr gesagt habt. Also, äh... Was gesucht wird. Hab ich noch nie erwähnt. Und ich glaub, ihr habt's auch nie in Betracht gezogen. Was gesucht wird. Ja, ist auch ne Statue. Ja. So. Äh... Es geht ja darum, mein Hinweis liegt in der Hand. So, also... Und... Hand ist wieder wichtig. Dennoch bin ich nicht wortgewandt. Ich jage um jeden Preis. Da ist jeder Preis wichtig. Und jagen... In einen kleinen Kreis. Kleiner Kreis ist auch wichtig. Dennoch steh ich gefroren da wie aus Eis. Ja, und Eis ist nicht wichtig, glaub ich. Hm... Ja, halt, dass... Dass ich nicht bewegen kann. Gefroren da. Hm. Würde ich dann da... Na. Naja. Und das ist... Hier in Bruiland. Ja, ich äh... Ich weiß nicht, ob ich's jetzt will. Aber wenn du sagst, mach's eh nicht weiter. Klar, dann ist... Ja, also... Den Hinweis mach ich nicht. Weil... Vielleicht würdest du dich dann aufregen, dass das... Oder vielleicht würdest du dann sagen, ja, es ist viel zu schwer gewesen. Aber eigentlich... Fand ich schon schlüssig. Ja, das haben ja echt viele probiert. Das ist aber jetzt lang gar nichts geschafft. Naja, wir waren ja... Wir sind ja dann hierher gelaufen. Das war ja der letzte Stand hier, glaub ich. Hier sind wir ja. Und das mit der Hand haben wir gesagt... Ja, klar. Das mit der Hand haben wir ja gesagt, ist... Das hier. Mein Hinweis liegt in der Hand. Minus 330. Im kleinen Kreis hab ich damals ja gesagt, dass ich glaub, dass es irgendwo hier ist. Dann hab ich ja angefangen zu buddeln. Hast du gesagt, nee, im Chat lass es nicht, mach nicht. Und... Da kannst du das Buch öffnen. Das ist vielleicht irreführend, weil... Ja, hab ich dir das Buch gegeben? Ja, aber ich hab's wieder zurückgetan. Ja. Achso, okay. Ähm... Das... In der Hand war auf den ersten Hinweis. Das waren ja in zwei Seiten. Ja, ja. Und auf der ersten Seite war ja irgendwie, ähm... Keine Ahnung, ich horte nur an einem, an dem ich ihn horte und sowas. An Ort. Und sowas für mich gibt's hier in der normalen Welt auch und sowas. Ja. Und damit ist die Statue gemeint. Weil die Krähen, Statue, Krähen gibt's auch in der normalen Welt und sowas. Und deswegen war's hier gedacht. So. Aber... Mein Hinweis an dem ich... Also dann... Da unten stand ja dann, wer bin ich oder was bin ich? Und da müsste dann die Krähe hin und die Krähe wär dann hier gewesen. So. Und dann... Mein Hinweis liegt in der Hand ist ein anderer Ort, den ihr sucht. Hm. Also das ist... Das ist ja nicht das hier, sondern das ist ein anderer Ort. Hm. Das bedeutet... Mein Hinweis liegt in der Hand, dennoch bin ich nicht wortgewandt. Ich jage um jeden Preis in einem kleinen Kreis. Und das steht hier noch. Das kann ich einfach jetzt mal zeigen. So. 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 Warte. Warte. Ich nehm es mal auf. Kann ich es denn in Gruppe zeigen. Warte. So. Ups. Warte. 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 Ich kann es auch nicht übernehmen. Ja gut, hier ist nur Deko-Ding. Achso, und dann ist hier ein Pfeil, der geschossen wird. Ja, aber es geht schon... Liegt in meiner Hand. Weil der Handweis liegt ja in meiner Hand. Ja, aber... Darf ich jetzt hier das Gold abbauen? Das ist der Schatz! Nee, er liegt in meiner Hand. Ah, da ist ein Knopfie! Okay, aber... Da ist eh nur ein Block. Ich krieg die Krise. Ja, aber Digga, er liegt in meiner Hand. Ja, der Tropfding. Ja, okay, und dann... Er liegt in meiner Hand. Ich krieg die Krise. Ja, du verarschst mich. Nein, 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 ich verarsch dich nicht! Real Talk! Nee, du verarschst mich. Ah, hier! LOL! Ja, Leute! Hast du mit Raytracing nicht gesehen? Ja, okay mit... Ja, okay mit... Da sieht man das nicht los. Da ist echt dunkles Raytracing. Achso, ja. Ja, okay, aber wenn Tag ist. Also ich bitte dich, also... Mein Hinweis liegt in der Hand. Dennoch bin ich nicht wortgewandt. Und das war auch noch bevor der Kopf da war. Ich jage um jeden Preis. Die Preise. In einem kleinen Kreis. Ja, also das ist... Okay, ich hab's geklippt. Mal gucken, ob die Leute das auch... Also das ist ja... Ach, weiß nicht. Na gut, Leute, das ist die Lösung von dem Rätsel. Er hat es jetzt mir gesagt, weil er es nicht mehr weitermachen wird. Er macht ein neues. Ja, gut. Also... Also... Du hast es nur so blöd getan, oder? Nee, nee, nee! Du stand... Also ich stand hier... Nein, Digga, mit Raytracing, mit Raytracing sieht man es nicht. Und du standst hier so. Digga, mit Raytracing hab ich es nicht gesehen. Es war super dunkel. Sag wirklich daran. Chill doch jetzt. Chill doch. Aber das sah für mich wirklich so aus, als dass er mich getroffen hat. Du schießt hier. Nein, 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 nein. Es war Ledger, es war Ledger. Aber ich mach's gar nicht gesehen. Okay. Mit Raytracing ist super dunkel. Ja, okay. Ja, schwierig. Schwierig, sag ich mal. Oh, hier ist Bombus. Ja, das... Aber da ist nichts drin, ne? Also... Ne, noch nicht. Fragenscheine? Na gut, die hab ich jetzt ins Bett nur um fünf. Mal zeigen. Ja, danke dir für die... Oh, deine Kräer, deine Haustür. War keine Zeit. Hängt da schön, ne? Die rät an der Brust wie so eine Amulette. Ist ja wohl, will ich sagen, eine Kette hinzumachen, aber... Der Fuchs hat's verboten, die... Ab und hängen zu hängen. Ja... Also dann, ähm, wir auch... Hat Spaß gemacht, Philipp. Schlaf gut. Ja. Du dann auch, dann... Danke. Gute Nacht, schlaf gut. Tschau, tschau. Tschau. So, Leute, ich bin auch weg. Ich wünsche euch was. Schönen Abend. Wir sehen uns morgen Abend, spätestens im Storyabend. In diesem Sinne, tschau, tschau. Tschau.